Ich bin um zwei aufgestanden und habe aufgebacken, habe Brötchen geschmiert, alles um fünf Uhr den Laden aufgemacht, bis 19 Uhr offen gehabt, schlafen gegangen. Es ist wieder dieses geknechtet werden. Ich habe zum Beispiel aktuell keinen Bock mehr auf Messen. Damit bin ich groß geworden mit Messen, aber ich habe keinen Bock mehr. Aber ich mache sie weiter, weil das mein Job ist. Tim Gabel, unbedingt bei Promi Big Brother rein. Und ich so, oh nein, der ist nicht lustig vor der Kasse. Es gab mal drei Monate, da habe ich jeden Tag 100 Abos verloren. Dann war ich bei meiner Ärztin auch ganz verstanden. Ja, du hast Herbatiefsik. Ich sage, naja, ich stand 24 Stunden so tief in Scheiße und Pisse. Ich war überfordert. Wenn du auf mein Konto guckst, siehst du meinen Minus. Freunde, was geht heute? Ist Aaron Troschke zu Gast. Und jeder, der Aaron nicht kennt, Aaron ist YouTuber, ist wahrscheinlich einer der meist gefürchtetsten deutschen YouTuber, vor allem unter Influencern. Für euch ist das immer sehr unterhaltsam. Ich kenne es von der anderen Seite, wenn man irgendwo auf einer Veranstaltung ist und die Leute dann damals gefragt haben, ey, ist Aaron irgendwo da? Oder hey, Tim, kannst du mir helfen, wenn er mir eine unangenehme Frage stellt? Du wirst es doch wissen. Ich hatte leider oder Gott sei Dank, keine Ahnung, nie das Glück oder das Pech, Aaron irgendwo live zu begegnen, dass er mir die ein oder andere Frage um die Ohren haut. Aber ich glaube, so in der letzten Zeit, das war immer sehr amüsant zu sehen, wie er Leute auf dem falschen Fuß erwischt hat. Dann hat sich aber der Content von Aaron jetzt auch so ein bisschen verändert. Von dem Messe-Content und Leute hops zu nehmen, war jetzt, hat er diverse Tage gemacht mit Markus Rühl, mit dem Mann, der bei Togo war, also mit Paddy und so. Und ich muss sagen, ich fand den Content echt interessant und Aaron hat richtig viel Erfahrung hinter den Kulissen mit Influencern. Heißt, ihr kriegt richtig fette Insights aus dieser Industrie und aus dieser Branche. Ein paar lustige Geschichten auch. Und er erzählt auch sehr viel über sich selbst, seine persönliche Reise und Story hierhin, wie er das alles geschafft hat. Und es sind echt ein paar Sachen, wo ich selber dachte, krass, okay. Also es ist auf jeden Fall echt eine einzigartige Geschichte. Heute ist der 19.11. Es ist 12 Uhr. Der Early Access zum Black Friday hat angefangen bei Ula Kala. Wenn ihr den verpasst habt, dann guckt in eure E-Mail rein oder in die WhatsApp-Gruppe. Da ist der Code zum Reinkommen und der normale Release. Da gibt es keinen Rabatt mehr auf die Kollektion und es gibt quasi nur noch den Black Friday Sale. Und ansonsten, morgen am 20.11.12 Uhr geht es los mit dem normalen Black Friday Sale und die Kollektion ist dann live für jeden. Ist nur eine kleine Erinnerung an euch. Geht in eure E-Mail-Adresse oder in die WhatsApp-Gruppe rein und holt euch nochmal die 20% auf die neue Kollektion. Und die Sachen, bevor sie ausverkauft sind im Black Friday Sale, weil da sind richtig viele krasse Sachen. Und dabei ist der krasseste Sale überhaupt. Deswegen viel, viel Spaß. Bevor ihr mit dem Video loslegt, geht einmal in den Ula Kala Shop. Ich sage es euch, wenn ihr noch nie was bestellt habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, ihr macht den dicksten, fettesten Deal eures Lebens. Real Talk. Viel Spaß und danke an euch. Viel Spaß mit dem Video. Ich weiß bei dir gar nicht, wo ich anfangen soll, Alter. Machst du gar keine Anmoderation? Ich mache die quasi alleine. Ach so, dann kannst du mich beleidigen. Sehr schlau. Ach so, nein, nein, nein. Sehr schlau. Nein, ich habe eine sehr hohe Meinung von dir, weil ich finde, dass du so einer der krassesten Entertainer bist auf YouTube. Du hast, äh, was? Hast mein Kanal. Aber das gehört doch krass viel dazu. Du kannst zum Beispiel mit so einem Leon, der da, ja, sage ich mal so, aus YouTube ausgestiegen ist, der da so ein bisschen psychisch auch vielleicht damit zu kämpfen hat, hast du Empathie. Du bist extrem einfühlsam mit dem. Ja, aber sonst hast du mit Entertainer noch nur mit Nico zu tun. Da ist die Messlatte nicht sehr hoch, oder? Ja, bei Nico. Nico hat einen einzigartigen Humor. Oder eigenartig, je nachdem. Nein, Spaß. Aber ich finde, nee, ich muss ehrlich sagen, also so wie du mit den Leuten da umgehst und auch so aus meinen, aus YouTube. Überkreisen, Digga, die hatten immer Schiss, dass die vor deine Kamera kommen. Ja, das ist der Unterschied. Mal haben sie Angst, dass sie umgegrätscht werden. Aber zum Beispiel Leint, den kenne ich ja. Ich war gestern bei den Bullshit-TV-Jungs, habe gemacht, was macht eigentlich Bullshit-TV? Okay. Und ich saß vor zehn Jahren mit Dagi, Leint, Bullshit-TV und Schirin bei LaVou in Dresden. LaVou wollte vor zehn, zwölf Jahren, damals hat es noch den Urheber, den Gründern gehört, den Bugs, wollten die das neue Instagram werden und wollten den Influencern anbieten, ein Euro pro Follower, die du kriegst. Aber du darfst kein Instagram mehr machen. Oh. Und ich weiß nicht mehr, warum es nicht geklappt hat, weil ich hätte 20 Prozent von einem gekriegt, aber ich weiß nicht mehr. Und deswegen kannte ich Leint schon vor lange. Deswegen trifft man sich, schreib ich, ey, ich wollte jetzt auch drehen, aber werde ich doch nicht machen, weil er jetzt schon wieder mit YouTube anfängt und dann ist, was macht Beagle Pablo? Hätte ich auch mega Bock drauf gehabt, aber er fängt jetzt wohl wieder an. Und dann lohnt es sich nicht, sich nochmal hinzusetzen, wenn er wieder aktiv ist. Ja, denkst du? Wieso? Weiß ich nicht, denn ist so, was macht eigentlich Bullshit-TV-Jungs sind auch noch aktiv, aber man muss jetzt auch überlegen, so Bullshit-TV, Mr. Trashpack, Lined, die hatten vielleicht alle mal so nicht die perfekten Images, obwohl doch schon. Miguel war ja immer sehr besonders. Ja, ja, Miguel weiß ich. Und wenn er jetzt wieder Gas gibt, weiß ich auch nicht, in welche Richtung er powert. Und auf einmal mache ich ein Video, was macht Miguel Pablo? Und er setzt sich wieder in eine Badewanne voll Chicken Wings, weißt du? Und dann weiß ich nicht. Ja, ich check, ich check. Ich weiß nicht, worauf du dich einlässt, weil du dann so ein bisschen missbrauchst, was mätisch-mäßig vielleicht auch. Nee, missbraucht gar nicht. Ich finde die Influencer oder auch YouTuber, man soll füreinander da sein, wenn man Bock hat zu drehen, ist völlig fein. Aber ich weiß eben nicht, in welche Richtung es geht. Und wenn er wieder was macht, ich habe ja einen sehr leichten moralischen Kompass, also Venus, alles vollkommen okay, Alkohol trinken und so. Aber so bei zwei, drei Sachen hört es auf. Und die hat er damals gemacht und deswegen mal gucken. Was wäre das? Boah, also ich bin so gar kein Fan von so harten Drohungen. Er hat ja immer sehr viel harte Drohungen geballert, glaube ich. Deswegen hat er oder gekifft. Ich bin auch kein Fan vom Kiffen. Kiff gerne, aber deswegen muss ich mal gucken, wie er sich entwickelt. Vielleicht drehen wir es denn noch oder noch. Ich weiß gar nicht bei dir, du stehst so über den Dingen. Du bist ja selber, hast ja auch Management. Du managst doch auch Leute. Ja, ich berate Leute. Also ich hatte mal eine Agentur, die haben wir verkauft. Dann habe ich mich in eine andere Agentur eingekauft. Und nachdem ich mich eingekauft habe, habe ich die Bücher geprüft. Und da kam raus, dass einer von den zwei Gründern die Kollegin um, am Ende kam jetzt raus, dass 170.000 Euro beschissen hat. Und deswegen bin ich gerade so am überlegen, ob ich wieder in eine Agentur einsteige, weil ein Kumpel eine hat und wir eng zusammenarbeiten, uns auch Büros teilen. Aber eigentlich habe ich auf Talentmanagement gar keinen Bock mehr, was super anstrengend ist. Ich gebe Leuten Hinweise. Zum Beispiel Ron, wenn Ron mich fragt, gebe ich Hinweise und nehme ihn an die Hand. Aber so Verträge oder so, ach nee. Und dann vermittle ich Leute. Also wenn eine Paola Maria hat ein Management gesucht, dann habe ich gesagt, setz dich mal mit Christiane hin, die ist eine gute. Und da gucke ich jetzt, aber aktuell, mal gucken. Hast du da keinen Turn mehr drauf? Oder was fuck dich ab an dem Job? Influencer sind unzuverlässige kleine Pisser. Das ist leider wirklich, du rennst hinterher. Außerdem ist irgendwie so, Management ist schön und gut. Du hast alles erlebt. Ich habe ja, ich habe Leute betreut, die aus den Steuerschulen geholt, dann waren sie auf null, sind direkt abgehauen. Und zum anderen Management. Und beim Management ist es immer so, auf der anderen Seite der Weide sieht das Gras immer grüner aus. Ob die Weide jetzt größer, kleiner ist, was da noch für andere Kollegen sind. Und dann kommen die immer an, wollen. Und du gibst, ich gebe mir immer Mühe. Und dann denke ich mir, wenn die Mühe nicht geschätzt wird, gehe ruhig, ist vollkommen okay. Ich habe auch, glaube ich, mit allen einen sehr guten Draht. Und jetzt gehe ich eher in eine andere Richtung gerade, was auch sehr gut funktioniert in Sachen Startups. Krass, Alter. Aber ja, das ist echt so eine kleine Berufskrankheit. Ja, der will nur 19 Prozent. Und der kennt noch die fünf Leute, die du nicht kennt. Ja, der ist bei dem und der ist happy. Und denkst du, aber der hat doch die gleiche Person und noch andere vier Blondinen. Und dann sollen sie alle machen, ist ja auch gut. Und das Neue ist so Instagram-Reichweitengenerierung und Algorithmusbespielung. Da habe ich einen sehr guten Kollegen kennengelernt. Jetzt haben wir eine Firma gemacht. Und läuft schon echt gut. Wie meinst du sowas? Was macht ihr da? Gib mal dein Handy. Und mach mal Instagram auf. Nicht, dass ich irgendwelche Pimmelbilder von dir sehe. Keine Sorge. Oder von Nico noch schlimmer. Da haben wir dir auf dem Handy. Rein theoretisch, wenn man jetzt bei dir einfach auf Instagram geht, ja, du hast eine halbe Million Follower. Jetzt gehen wir mal auf, du machst natürlich sehr viel Reels. Die knallen auch alle wahrscheinlich gut rein. Ja, obwohl. Geht, nee, die sind jetzt alle so Co-Post-mäßig. Ja, aber jetzt gucken wir mal hier bei dem Reel rein. Und wenn wir jetzt sagen, zeig mir mal die Views, dann spielt dich Instagram an 45.000 Leute aus. Das sind 10%. Ja, das ist jetzt super beschissen. Wenn du bei mir reinguckst, ich bin bei 75 bis 80. Okay, krass. Also nicht, dass ich jetzt irgendeine Scheiße erzähle. Nein, alles gut, ich glaube. Aber da habe ich so einen Kollegen über Brabus kennengelernt und über noch einen anderen Kollegen. Und das war eben echt gut. Und das macht sehr viel Spaß. Wir haben da tolle Kunden. Guck, ich habe so 300 und habe dann so einen guten Reichwein. Und das ist eben so total, Jonas ist so total nerd. Das ist nicht böse gemeint, so computerfixiert, bla bla bla. Sagt mir eben Aaron, okay, als Beispiel, Tim muss heute 17.23 Uhr posten. Hast wieder Probleme mit Influencern. Wenn ich nämlich Tim sage, 17.23 Uhr, ruft er mich 19 Uhr an. Ey, habe ich vergessen, du. Deswegen machen wir da mehr Firmenbetreuung. Aber warum hast du nicht noch mehr Placements geholt? Ja, genau, warum nicht mehr Placements? Die letzten drei waren nicht gemacht worden. Meine drei Highlight-Geschichten bei Talents war ein Talent mal, Aaron, dieses Steuern, das Geld kommt doch aus Irland von YouTube. Da denkst du so, ja, okay. Dann so, ey, Aaron, ich bin so sauer auf dich. Warum denn? Ja, ich habe seit zwei Tagen eine McDonald's-Anfrage. Und die hat nicht geantwortet. Und das ist scheiße, Mann, ich liebe McDonald's. Sag ich so, ey, du, Punkt, Punkt, Punkt. McDonald's wird hier niemals von der Web.de schreiben. Also McDonald's, äh, irgendwie McDonald's-Support-Pupo-At-Web.de. Das ist nicht real. Wirklich nicht? Nein, guck mal. Entweder kommt es von der Agentur, oder ich bin mir sehr sicher, dass es dann so Tim.gabel oder T-Gabel-At-McDonald's-Germany wäre. Und nicht At-Web.de. Und dann, ach so, ja, okay, gut, sorry. Hast du dir ein Foto gegeben für neue Fake-Mails? Es ist wirklich, äh, und eben ganz viele, so, äh, Hacking ist ja gerade riesengroß. Echt? Ja, so ganz viele Instagram-Profile immer mal weg und gehackt. Und dann eben so, ja, Aron, ich wurde gehackt, ja, warte, kläre ich mit Instagram. Dann sagt hier Heiko, Tilda, Dani von Instagram, okay, die soll mal zweifache diesen... Der hat zwei Fakten-Authentifizierung machen. Ja, so, drei Tage später, ich wurde wieder gehackt. Hast du's gemacht? Nee, das ist ja so anstrengend, muss ich mal den Code eingeben. Und du denkst so, Mann, hallo, Tilda, du, ich, warte mal. Ja, schlimm, schlimm. Ey, krass, Alter, ja, das ist schon, das ist witzig, das so als Leidensgenosse mal zu hören. Das ist schon, das ist schon anstrengend. Manche Leute machen da echt, äh, leider ein bisschen wenig aus ihren Möglichkeiten. Wenn ich gucke, ich würde sagen, es gibt eben Tiere, so auf Social. Ähm, Sallys Welt ist ein Tier. Otto, Tier, Fritz Meinicke. Es gibt so viele, aber wenn ich überlege, ich würde sagen, das sind vielleicht 20 Prozent. Knossi ist auch ein Tier, was jetzt schon alles aufbaut. Doch. Die Jungs von Bullshit TV, was ihr macht, da gibt, aber wenn du den ganzen Markt guckst und ich überlege so, KS Krabi, die hatten die Social Welt in der Hand. Ja, ja. Weg. Also. Aber was, was, was denkst du, woran liegt das beispielsweise? Weil ich muss sagen, guck mal. Ah, Finanzamt kommt zwei Jahre später. Das ist das größte Problem, gell? Das ist das größte Problem. Das ist Mehrwertsteuer-Dribbling. Ja, das, naja, ich glaube Einkommenssteuer-Dribbling, ja, so. Ja, das sowieso. Einkommenssteuer kann ich ja richtig, wenn du überlegst, du machst jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt dieses Jahr 150.000 Gewinn, dann sind ja 75 weg. So, dann fängt mein Steuerberater aber erst nächstes Jahr an und gibt es in einem Jahr ab. Und da habe ich wieder Gewinn und die Leute hauen raus und dann heißt es aber, warte mal, Troschke, du zahltest für 23.000, 75.000 und jetzt haben wir November 24, da wollen wir jetzt mal auch nochmal 75.000 einfach haben, weil Finanzamt sagt, lieber schulen wir dir Geld als du uns. Und ich glaube, das ballert bei so vielen Reihen, plus die unterschätzen eben die Algorithmen, ich glaube, die denken, ey, ich glaube, es gibt nur eine Frau, Shirin David, die lädt hoch und hat eine Million Views, egal wann, Uhrzeit, so 0 Uhr, ich lade hoch, eine Million Views. Aber sonst allem sind Algorithmen wie Fußballtrainer, wenn du regelmäßig da bist, spielst du und wenn du nicht da bist, dann bist du am Arsch und nur weil du dann einmal wieder beim Training auftauchst, spielst du nicht direkt. Früher war das ja noch so. Ja, früher aber auch ein Like von Waititi und dann zack, 10.000 Abonnenten, das muss man auch sagen, aber heutzutage ist, glaube ich, der Algorithmus echt hart. Ja, heute, ey, Competition ist das andere, ganz andere. Krass, also ich finde, es ist so, ist erfrischend, mal von der Perspektive darüber zu sprechen. Also, ja, ich glaube, das ist so eine Sache, die ist schade, ich glaube, dass auch viele Leute schlecht beraten werden, tatsächlich, weil das ist dann so der Homie, weißt du, was ich meine, der dann kommt und sagt, ja, bla bla bla, dann fetzen die das Geld raus, dann kommt zwei Jahre später erst die Steuer. Ich finde, glaube ich, du, also ich bin ja immer noch der Meinung, du sollst in deinem Leben einmal für fünf Euro ohne Papiere irgendwo geknechtet worden sein. Tankstelle arbeiten, Zeitung austragen, im Pizzarestaurant, Pizzakartons falten, dich schneiden, denken, so was für eine Scheiße, dass du erst mal das Geld wertschätzt. Und es sind sehr viele falsch beraten, manche sind aber auch beratungsresistent und manche schieben einfach relativ schnell einen krassen Film, also so dieses so, ja, jetzt läuft's, jetzt wird's die nächsten 30 Jahre laufen, passt schon. Und ich glaube, das sind so die ganzen Probleme, die die haben und natürlich ist es ein sehr junges Medium, dann kamen da so zwei, drei TV-Nasen rein und ich glaube, also sorry, ich habe gestern mit den Jungs von Bullshit-TV geredet und so, ich glaube, jeder, der zehn Jahre im Social-Media-Game da ist und du und Nico seid ja auch, ich ja auch, wirst du locker, einmal locker um sechsstellig von irgendjemand beschissen. Wurdest du beschissen? Ja klar, ich habe, also eben diese Agentur, der Agentur. Du hast dich reingekauft und da waren 170 veruntreut. Ja, und dann habe ich alles gecheckt, natürlich gearbeitet, Kontakt da, ich kannte die beiden ja auch schon eine Jahre, ich habe denen die Talents vermittelt und alles und am Ende, so man kannte sich, hat sich auch da das Büro geteilt, jetzt ist die Person eben draus, dann ist es so, Fehler habe ich so viel, ich hatte mal eine Zeit lang, waren so eine Quiz-Apps voll in, so Live-Quizze, da war so um 20 Uhr bist du in eine App reingegangen, hast Wer wird Millionär gespielt und konntest dann Geld gewinnen. Und wenn du so durchgespielt hast, hast du drei Euro, aber so jeden Tag so aus Spaß, da hatten wir eine Spiele-App, da waren wir am Ende zehn Gründer, viel zu viel, einer war nicht so cool, super viel Geld verbrannt. Bei Ricciro alleine, bei der Agentur, da bin ich damals in dieses Start-up-Game reingekommen und wusste gar nicht, so mit Anteil und so, das kannte ich nicht, ich hatte einen Kiosk, was ist los? Ein Backen und Kiosk, Back in Snack. Ja, und am Ende dachte ich so, okay, krass, ich habe da, kriegt er irgendwie Prozente von der Firma, was bringt mir das? Und am Ende war ich beim Exit nicht so gut für meine Arbeit bezahlt worden, am Ende, ich habe super viel Geld verdient, aber hätte ich das früher gewusst, hätte ich gesagt, boah, anstatt meine zwölf, hätte ich doch gern 40 für meine Arbeit gehabt. Also da habe ich, glaube ich, super viel Geld verbrannt, ja, und dann so auch ein paar Fehler, Steuerfehler gemacht. Manchmal machen auch die anderen Leute die Fehler. Letztens hat bei meiner Holding der Steuerberater vergessen, dem Finanzamt zu antworten, hat er falsch abgeheftet. Wenn du drei Monate nicht antwortest, ist es vorbei, dann war auf einmal Sparkassenkonto zu. Direkt Vollstreckung und so. Ja, komplett zu und ich habe ja zwei, drei Immobilien in Berlin und manchmal vergesse ich einfach Grundsteuer, das sind dann so 60 Euro zu überweisen. Und da habe ich regelmäßig eine Fendung vom Finanzamt drauf. Und dann ruft meine Sparkassen-Dame an, sehr nette Dame, und sagt so, ey, Troschke. Ich sage, was? Ja, ach, scheiße, ja, komm hier, gib mal frei, dann mache ich frei, super. Und diesmal ruft sie an, ich so, oh, wieder verkackt. So, nee, das ist was anderes. Ich so, wie viel worden sind, ja, 137.000. Ich so, wow, warte, warum? Ja, keine Ahnung. Und dann, oh, schlimm. Konnte ich alles zahlen und so, ich sparsam, sind ja sparsam, aber natürlich, jetzt musst du mit dem Steuerberater klären, ey, du hast den Fehler gemacht, Versicherung, dann rennst du ein Jahr lang da jemanden hinterher. Der Steuerberater aber auch, ey, ja, mein Fehler hat mir auch von sich Privatgeld gegeben, dann rennst du so einer Versicherung hinterher und die haben natürlich alle Zeit der Welt. Alter, das ist doch unangenehm. Ey, aber wurdest du Nico und ich auch sehr gut? Ja, ja, wir wurden auch richtig gut. Wie viel war es denn? Dürft ihr drüber reden mittlerweile? Äh, viel. Ich kann es dir so mal sagen, aber es ist viel. Mehr als 170 oder weniger? Mehr. Oh, und guck, das passiert. Das ist eben so, ja, hinterherst man immer Lehrgeld. Ich glaube, wir haben echt fettes Lehrgeld bezahlt. Ich glaube, das gehört dazu irgendwo leider. Aber ja, die Sache ist halt, du darfst halt nicht so katastrophal scheitern, sodass du so richtig diese, weil ich glaube, wenn du so diese dicken Probleme hast, ohne noch zu tun, dann ist das auch Leute, denen du vertrauen kannst. Ja, aber dann muss man jetzt sagen, okay, ich habe es ja damals nur verfolgt, egal wie ihr aufs Maul gefallen seid. Ich glaube, Nico ist ja, also der ist ja so rollermäßig aufs Maul gefallen und hat sich noch alles aufgerissen und alles und ist jetzt trotzdem wieder am Start. Ich glaube, wie du damit umgehst, ist ganz wichtig. Ja, und dass du, wie Rocky bei Boa sagt, du musst einmal mehr aufstehen als hinfallen und so, das ist es ja am Ende und du musst weitermachen und deswegen ist es so, ich sage ganz oft Lehrgeld, dann lachst du ein paar Jahre später drüber, vielleicht heute Abend fassen wir uns beiden nochmal ins Herz, eigentlich tut es weh, aber wenn du weitermachst, dann ist es so. Und ich kriege es ja mit, passiert überall. Also, na klar, bei uns sind die Gelder anders, aber letztens im Kiosk von uns kam ein Typ rein und da hat so ganz so dieses Wechselding, okay, warte mal, ich gebe dir jetzt einen Fuffi, dies, das, bap, 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 hat er den armen Vadim um 150 Euro beschissen. So, warte mal, hier habe ich ganz viele Fünfer, dann gib mir mal hier das, das, dann hopp, hier, dann steckt da mal was rein und dann kommt noch der Kumpel, dann kommt noch so ein anderer Kunde, aber der sein Kumpel ist, hey, was kostet das, der Vadim guckt nach da, bup, bup, bup und dann hat er Vadim auch 200 Euro Kassenminus und natürlich verdient er im Kiosk jetzt so viel, dass man sagt, okay, 200 Euro ist eine Menge Holz, ja. Und deswegen ist es eben so, sagen wir auch immer, kommt passiert, Schlimmer ist es, frage ich mal mit einem Bonus, kriegst den Geld voll, aber, ja, und deswegen ist auch für ihn leer Geld. Nächstes Mal, wenn jemand mit so einem Batzenfirma ankommt, dann sagt, Dicki, ich wechsle nicht, Kasse leer. Geh, geh, geh. Ähm, du machst seit wie vielen Jahren YouTube? Ich war zwölf bei Wer wird Millionär, ich bin ja ein Reagenzklass-YouTuber. Also ich finde ja, die Reagenzklass ist für mich, du hast ja angefangen, weil du Spaß an der Sache hattest und es gut fandest. Nico wahrscheinlich auch, alle möglichen. Übrigens, kannst du rausschneiden, wenn ich, ich war heute mit Bella Frühstück, ich soll dich lieb grüßen. Soll ich es rausschneiden? Musst du nicht, kannst sie zurückgrüßen und sagen, ey, du bist alt geworden, die ist richtig alt geworden, aber egal. Bella ist korrekt. Habe ich ihr vorgeschrieben, ich so, boah, von unserem Mittwoch, du bist so alt geworden. Die sah früher aus wie so eine Marzahnerin, voll süß und jetzt so voll die alte Mutti. Aber, äh, nein, aber jetzt kurz dazu zurück, äh, wo waren wir? Äh, du bist ein Reagenzklass-YouTuber. Ja, na, weil bei mir war nach Wer wird Millionär, kamen ja alle möglichen auf mich zu. Vox wollte mit mir eine Datingshow, dies, das. Und bei mir kam dann eben auch unter anderem die Sony-Spaßgesellschaft auf mich zu und hat gesagt, lass uns YouTube machen. Hier hast du den Timo, der sitzt gerade bei euch irgendwo und schneidet. Ähm, und mit dem arbeite ich jetzt seit, boah, 2013 zusammen. Zehn Jahre. Und das war immer so, die haben Geld reingesteckt und haben gesagt, ah, muss profitabel sein. Wenn es nicht funktioniert, machen wir den Kanal zu. Da habe ich mich Jahre später rausgekauft und alles, aber deswegen... Oh, du, äh, die hatten quasi mit dir eine Gesellschaft gegründet, wo die ganzen Rechte... Ja, das war ganz komisch. Es gab ja mal YouTube Originals. Da hat YouTube eine Million an Leute gegeben. So Pong waren Originals. What's for Beats, so ein Kochsender mit Steffen Henssler, den hatte Sony gewonnen, haben sie von YouTube eine Million gekriegt. Ihr müsst ein Jahr damit Content machen, um einfach YouTube fernsehmäßiger zu machen. Meistens haben sie auch Produktionsfirmen gekriegt. Und da hat wahrscheinlich Sony so von der Million so ein paar Hundert genommen und gesagt, packen wir mal zur Seite und haben damit meinen Kanal gemacht. Und haben gesagt, okay, komm, wir bezahlen dir eben die Videos. Kameramann, gib mal Gas. Was waren deine ersten Videos? Mein allererstes Video war ein Interview mit Bud Spencer. Echt? Mhm. Das war, deswegen bin ich auch sofort dabei gewesen. Dann waren wir auf der You-Messe, dann habe ich The Mist getroffen und habe so, You-Messe, habe Dummheiten gemacht. Und dann habe ich immer das gemacht. Das war eben das tolle, nach Wer wird mir näher kommen alle. So, ah, Tim, ich sehe dich, du bist der Bachelor, du musst sowas machen. Und die Sony kam und sagt, auf was hast du Bock? Okay. Und das war für mich so, okay, ich mache alles mit euch. Und ich wollte ja immer, ich wollte mit 15, 16, 17 zu Viva. Also ich habe mich auch bei Wer wird mir nur beworben. Und dass ich so, ich dachte so, oh, wenn du Glück hast, gewinnst du 16.000, kannst du den Kiosk laufen lassen und machst Praktikum bei Viva. Ich habe auch letztens noch mal meine Bewerbungsvideos gesehen. Kein Wunder, warum ich Viva nicht genommen habe. Die haben mich ja nicht genommen, ne? Nee, zu Recht nicht. Die Videos waren so schlimm. Wieso? Wenn ich das hier denke, was für ein kleiner Spack. Also ich hätte, ich habe ein Bewerbungsvideo, muss ja so eine Minute sein, so 30 Sekunden, 90 Sekunden, ich habe, glaube ich, 35 Minuten hingesetzt und meine Bilder, ich lese gerade, der Schwarm und so. Und ich war sowas für ein Opfer und so. Und dann, ja, ich bin voll schlau und dann habe ich auch so voll unsympathisch. Also Gott sei Dank haben die mich nicht genommen. Und dann dachte ich so, okay, die nehme ich nicht als Moderator, dann mache ich Praktikum, so Kabelträger, was auch immer. Einfach, ich bin immer sehr doll der Fan. Umgib dich mit dem, was du sein willst. Wenn du Tischler bist, chill mit Tischlern. Wenn du Social Media machen willst, häng mit Leuten ab, die Social Media machen. Wenn du dünn sein willst, häng mit Sportlern ab. Ich hänge nur mit Dicken ab. Aber nee, das ist eben so, umgib dich mit dem, was du willst und das wollte ich machen. Und dann, wer wird Millionär? Und dann, ich hatte so, ich war riesen Pocher-Fan, bin ich immer noch. Pocher ist für mich einer der besten, Stefan Raab. Und ich habe so ein Buch mit 14 geschrieben, was ich alles machen will. Went in Pocher, jetzt habe ich das Praktikumsformat. Mit spannenden Leuten einen Tag verbringen. Jetzt habe ich einen Tag mit. Im Kiosk fand ich immer spannend, die letzte Seite. Ich weiß nicht, ob Spiegel oder Stern will. Was macht eigentlich? Da war immer so die letzte Seite, was macht Lotto King Karl so bei den Zeitungen. Das als Videoformat auf YouTube denn? Oder so damals, das denn in meiner Sendung. Und deswegen habe ich dann nach und nach wirklich so meine Liste abgearbeitet mit Kindheitsträumen, was ich an Formaten machen will. Aber was ist daran Reagenzglas, außer dass Sony gekommen ist und die dir noch gesagt haben, ey, worauf hast du Bock? Naja, ich bin direkt in Arbeit. Also die haben mich bezahlt. Mhm. Und dementsprechend, du hast angefangen, musstest noch eine Ausbildung machen, dass irgendwie an dein Geld kommt. Oder Mutti, kann ich bei dir das machen? Ich habe direkt Geld dafür bekommen. Und deswegen ist es so, nicht dieses so, ich habe angefangen, weil ich YouTube liebe, sondern ich habe angefangen, weil mir jemand dafür Geld gegeben hat. Und deswegen, Reagenzglas, du hast alleine angefangen. Ich hatte direkt Timo. Ich hatte dann bei Ende Mohl, hat es produziert noch drei andere Leute, die sich Ideen ausgedacht haben. Hey, guck mal, da ist die und die im Messe. Es war eben so gezüchtet wie im Reagenzglas. Aber ist doch auch geil. Ist super. Du wolltest ja trotzdem sowas machen. Ich wollte sowas machen, gar keine Frage, aber ist super. Und ich habe eben mehr Respekt, egal was die Leute auf Social Media oder so machen, wenn sie es von alleine, ich setze mich alleine hin, ich habe keine Ahnung von Brennwerten bei der Kamera. Wenn Timo mal sagt, 5, 2, 4, 5, keine Ahnung. Ich kann ein bisschen schneien, aber auch nicht viel. Und da habe ich einfach mehr Respekt vor den Leuten, die gesagt haben, das ist mein Hobby, ich fange an, ich werde immer größer. Ich mache irgendwann den Sprung kurz vorm Burnout, dass ich Geld in Mitarbeiter investiere. Das ist ja der große Sprung bei den Influenzen. Und die Problematik hatte ich nie, weil ich hatte immer ein Team. Aber ich finde gerade das bei so jemandem wie dir interessant, weil man das halt auch sieht. Also erst mal führt das dazu, dass du konstant bist in deinem Content. Und das nicht ist, ja, das fühle ich gerade nicht, das feiere ich gerade nicht, das mir aber ein bisschen zu früh aufstehen und bla. Aber das ist wieder dieses geknechtet werden. Ich habe zum Beispiel aktuell keinen Bock mehr auf Messen. Damit bin ich groß geworden mit Messen, aber ich habe keinen Bock mehr. Aber ich mache sie weiter, weil das mein Job ist. Und wenn deine Mutti jetzt zum Beispiel Lehrerin ist, wie oft hat die Bock auf die Rotzblasen, und wenn sie fünf Tage die Woche geht, vielleicht drei? Ja, ey, ich mache auch Podcasts, auf die ich keinen Bock habe. Ja, jetzt habe ich gerade Bock. Ja, bei Otto vorhin nicht, ich weiß. Nee, heute ist tatsächlich echt ein geiler Tag. Das ist mein erstes Mal, dass ich zwei Podcasts an einem Tag drehe. Wenn du gut bist, schaffst du drei. Ja? Ja. Drei an einem Tag? Ich habe mal so eine Sendung gemacht mit Wetten für Ebay. Wir haben halt 15 Folgen am Tag. Eine ging eine halbe Stunde. Bam! Krass. Ja, okay, der mit Otto ging jetzt vier Stunden. Oh. Das ist lang. Also ich hoffe, du bist... Vier Stunden. Holy moly. Wie dann kannst du... Ich habe, ich habe, ich habe, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, ich habe dieses Nachts Leute besuchen. Dass ich so nachts Leute besuche. Ich gucke gerne die Wohnung von Leuten mir an, wie sie wohnen, so MTV Crips, glaube ich war das damals. Geil. Ich fahre nachher noch zu Nico. Geil. Also ich fahre nachher hin, gucke mal, wie Nico wohnt, und dann schauen wir mal. Amin, bitte hops wegen dem Bild, was Alexa ihm geschickt hat. Also... Ah ja. Ich mache erst mal ganz viele... Aha, okay, war das Bild damals schon da, als du mit Bella zusammen hast? Direkt erst mal schlechte Laune für Alexa. Und dann direkt Alexa, oh ja, Rommel, wird dir ja deine schöne Nase kaputt hauen. Du bist halt lenkend, Alter. Du bist komplett verrückt. Okay, das wird witzig. Ja, aber ich finde, okay, das mit dem Knechten verstehe ich, aber ich finde es, also wenn du sagst, du hast jetzt zehn Jahre konstant jede Woche ein Video hochgeladen. Ja, angefangen haben wir mit drei die Woche. Das war auch echt hart. Und dann irgendwann, ich glaube, nach zweien sind wir auf eins runtergegangen, weil wir uns dann gefunden hatten mit den Formaten und allem drumherum. Aber wie war so deine, sag ich mal, diese Content-Reise in diesen zehn Jahren, so deine Content-History? Womit hast du angefangen, was hast du dann gemacht, wann hast du dich gefunden, wie bist du jetzt... Ich habe mich relativ schnell gefunden. Also am Anfang war es ja so, Sony hatte das Geld, Ende Moll hat produziert und bei mir unten kam gar nicht so viel an, muss man sagen. Was hast du bekommen? Boah, ich weiß nicht mehr. Timo war damals, also mein Kameramann war damals angestellt, der hat immer eine Rechnung geschrieben und so. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir haben zwar keine GmbH-Zone, aber wir machen jetzt alles zusammen und jeder kriegt einen Anteil. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, wie viel ich bekommen habe. Aber ich würde sagen, ich hatte mein Wer-wird-Millionär-Geld, das waren 125, und es ging dann immer so Step-by-Step runter. Und es kam nicht so viel nach über YouTube, dass ich wieder hochkam, sondern es ging immer weiter runter. Oh, du hast von dem Cash gelebt dann. Ja, dann habe ich meinen Kiosk noch verkauft, weil ich eben keine Zeit mehr hatte. Und dann hatte ich so den Kiosk verkauft, hast du nochmal 30, dann hatte ich 155.000 viel Geld. Aber wenn du dann eben, wir sind zu Messen geflogen, Hotel, Flug, Auto gekauft. Ich habe auch letztens aufgeschrieben, was ich mit meinem Wer-wird-Millionär-Geld, habe ich immer noch die Liste, ich habe von meinem Wer-wird-Millionär-Nähr-Geld, von ich glaube 125 habe ich bis auf 30 alles sinnvoll ausgegeben. So 30 habe ich mir gegönnt. Was hast du gekauft? Boah, ich kann, das ist super schwer. Deswegen. Muss da, da muss keine Steuern drauf zahlen, oder? Nein, das ist Gewinn aus Glücksspiel, Gott sei Dank. Ich habe ja noch Promi Big Brother gewonnen, da musste ich dann auf die 100.000 Steuern zahlen. Aber das ist auch vollkommen okay. Genau, also 125 gewonnen, dann habe ich 5.000 meinem Telefonjoker geschenkt. 120.000. 6.000 Auto gekauft, mit Autoversicherung zwei Jahre, dann habe ich mir ein MacBook gekauft, dann zu der Zeit hatte ich eine Freundin in Köln, dann bin ich immer hin und her geflogen, hat auch Geld gekostet, habe ich mir einen Fernseher gekauft, eine Wohnung gemietet, Kaution, dann habe ich Miete gerechnet, für Kiosk, alles drumherum. Schlau war ich, ich habe mir damals für 12.000 Euro Gold gekauft, sehe ich gerade. Das war schlau. Möbel, Sofa, Auto, dann habe ich mir ein Keyboard gekauft, weil ich Mädels beeindrucken wollte, ein Motorrad und dann war ich zack bei 40.000 nur noch. Und ich habe von meiner Mutter den Kredit ausgelöst, die hatte aber noch einen Kredit auf, dann habe ich gesagt, komm, hier, bezahle ich. Wieso hast du das alles aufgeschrieben gehabt? Wartest du das? Einfach in Notes drin, oder? Ja, nein, irgendwann kannst du, ja, in Notizen und irgendwann sitzt du da so von 125 und dann sind du noch 60 und denkst, wo ist denn das hin? Dann musst du dich ja hinterfragen, habe ich jetzt wirklich nur, habe ich den Ron gemacht und einfach raus oder hast du was? Und dann, okay, ich sitze hier in der Wohnung, okay, das, guck mal, ich habe das gemacht, okay, das, das, das und dann beruhigst du dich natürlich auch, weil du sagst, okay, ich habe jetzt nicht Geld ausgeben, weil ich dachte, Mensch, Supercup Bayern gewinnt gegen Leipzig. Also deswegen bin ich da, war ich dann da so entspannter und dann war eben so, dass YouTube langsam kam. Ich glaube, im ersten Jahr habe ich so 10.000 Abos gemacht. Das war jetzt nicht so viel, aber für die damals Verhältnisse okay. Da war ich Kanal der Woche bei Trashy, hat es super gebracht und im zweiten Jahr habe ich dann mit Bullshit gedreht, David Hein, dann kam Promi-BB und dann ging es immer höher und nach dem zweiten Jahr hatte ich dann die 100.000 und erst ab da machst du ja, dann habe ich einen Monat später 200 gehabt, weil es dann steil ging. Und von Formatideen, ich hatte wirklich meine Vorstellung als Kind, was ich machen wollte, als 16-Jähriger, 13-Jähriger, der abends TV Total guckt und Wente Pocher und Simon vs. Elden und Comedy Street und so, okay, das will ich auch. Und dann habe ich das mit Timo einfach alles nach und nach umgesetzt und dann war der Content gefunden. Ich glaube immer, das Hinten drum war dann so manchmal ein bisschen schwieriger. Ja. Sony hat natürlich alles bezahlt, die hatten sehr viele Rechte, denn nach zwei Jahren waren aber alle von der Sony weg, die mich damals geholt haben. Dann hast du da so einen neuen Ansprechpartner, der glaubt vielleicht nicht mehr so an die Sache. Dann habe ich mit Timo gesagt, komm, wir kaufen uns raus. Dann musstest du mit denen verhandeln, dann haben die so hochgerechnet und meinten, ja, wir wollen, ich weiß es nicht mehr. Am Ende, glaube ich, habe ich mich 80 bis 120 mit Timo rausgekauft, weil die auch, dann kam langsam so der Placement-Hype und gesagt, ja, im nächsten Jahr wirst du so und so viel Placement machen und übernächstes Jahr so, weil zwei Jahre nach vertragliche Provisionen wären drin gewesen im Vertrag bei Kündigung. Habe ich irgendwann zu Timo gesagt, komm, wir kündigen. Ich hatte das Promi-BB-Geld und habe dann gesagt, komm, davon schieße ich die raus einfach. Mit Promi-Big-Brother-Kohle hast du dich rausgekauft bei Sony. Ja, und dann kam auch, dann war ich ab und an bei Lanz, also mit meinem Mediengeld, so, okay, komm, Risiko, wir kaufen uns raus. Und dann, ja, und dann war es dann ebenso. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt, dann verrechnen wir immer und wir haben super Plus gemacht. Die hätten viel mehr von, also hätten sie so die 20 Prozent, hätten die viel mehr gekriegt, dementsprechend nach, ich glaube, nach einem Jahr haben wir uns abgeklatscht, haben gesagt, cool, jetzt sind wir auf Null und das zweite Jahr haben wir jetzt immer 20 Prozent mehr und dann nach zwei Jahren habe ich gesagt, okay, Timo, ich glaube, wir beide haben jetzt, weil Timo kriegt von meinen Placements 35 Prozent oder so. Guck mal, wir haben jetzt beide so viel mehr gemacht. Geil. Ja, okay, cool. Ah, krass. Krasse Geschichte. Weiß man das? Ja, habe ich schon öfter gesagt. Okay, krass, das wusste ich nicht. Das finde ich, finde ich krass. Ich muss immer aufpassen, ich will mich nicht immer zu sehr vorbereiten, weil sonst weiß ich es. Ja, und es ist auch anstrengend. Ja, 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 ja. Ja, und das, ja. Aber krass, das ist eine krasse Geschichte. Also, das ist ja wirklich so der untypischste YouTuber-Werdegang, den man kennt. Ja, aber danach habe ich auch gestern mit den Jungs von Bulls geredet. Danach bin ich zum Beispiel zu den Kollegen von Divimove ins Netzwerk und die haben mir einen Vorschuss gegeben. Vorschuss hast du bekommen? Ja, ja. Alter. 100 damals? 100 Vorschuss! Und dann haben die gesagt, haben die gesagt, nein, nein, stopp, das war falsch. Ich bin, bei Sony war alles geklärt, alles cool. Wann war das 2014, 2013? Oh, 15 würde ich sagen. Ah, okay. So, also 13 haben wir angefangen, 14 und 15 war Felix und Luca weg und so, dann bin ich so 15, 16 und dann hieß es, damals war dann so die richtige Gold. So Mediakraft hatte gerade den Crash, aber es kam so Tube One und so und alle haben Geld reingesteckt und RTL kam mit Divimove und dann kam auch langsam so Studio 71 und so und dann war es so, zu wem gehst du Studio, RTL oder Mediakraft und hat RTL gesagt, weißt du was, Troschke, wir versprechen dir, in einem Jahr kriegst du für 100k Placements. Wenn wir dir keine 100k Placements, zahlen wir die Differenz. Sie haben am Ende 17.000 Placement besorgt und danach gab es am Ende des Jahres die Rechnung. Alter, Digga, das ist ja, aber das machen die nicht mehr mit den ganzen Vorschuss. Das war ein wilder Zeitmann. Danach war es so, jetzt geh zu Divimove alle hin und dann habe ich natürlich viele Kanäle auch hingeholt, weil ich damals schon gut vernetzt war aber so, das war eine wilde Zeit. Dass die auch nur 17k Placements geholt haben bei einem Kanal. Ja, aber das ist, ich, ein Netzwerk ist für mich da, die machen die Abrechnung mit Irland und schicken mir eine Rechnung mit Steuern, das ist immer gut. Wenn ich mal ein Problem habe mit so Content-ID und ey, der klaut deine Videos oder das und das oder zum Beispiel was ich, ist so meine persönliche Meinung, finde ich auch immer mehr gut, dass es so gemacht wird. Zum Beispiel Seven vs. White sagt, Fritz, ey, einen Tag nicht reagieren bitte. Erstmal das auf YouTube wirken lassen. Sagt ja Ju auch bei Songs aus der Bohne oder der sagt sogar, ey, sorry, ich claim das, weil ich habe so viel Stress da drin. Und die Entwicklung finde ich gut und zum Beispiel, ich finde immer, letztens hat irgendein YouTuber auf ein Video von mir reaktet, da war ein Placement drin und der mochte die Firma nicht. Und dann hat er so, die Firma, also du reagierst auf ein Video von mir, machst Klicks und machst noch meinen Werbepartner in dem Video schlecht. die habe ich ihm sofort das Video runtergenommen. Also, macht man nicht. Ja, gibt auch Leute bei mir, die so halt zum Beispiel so Ausschnitte nehmen und dann sagen, ja, du sprichst ja doch mit jemand anders, kann ich doch bei mir hochladen. Ja, aber also, das hatte ich letztens, als ich bei Markus Rühl war. Der hat ja 8 Milliarden Fanpages, habe ich noch nie erlebt. Ja, ich habe das Video mit Markus Rühl hochgeladen, 15 Minuten später, das gleiche Video auf irgendeinem anderen Kanal. Dann ruft sich ein Netzwerker, nehm mal bitte runter. Und dann so, ey, dann kommt so ein E-Mail, ey, ich habe Ausschnitte, nein. Mein Video war so, als Beispiel 18 Minuten lang, dein 17,30. Das sind keine Ausschnitte, Mann. Runter. Dann eben, dann klauen ja auch viele auf Instagram, TikTok, ey, dann verlinkt mich wenigsten. Ja, also eine Verlinkung ist das Mindeste, was ich sogar frech finde. Aber das muss Markus klären, da gibt es dann so, Markus macht ja auch so Proteine und so, und dann gibt es eine andere Firma, die vermarktet andere, aber macht ihn da mit rein. Ey, so okay, war für ihn fein und er kennt die, aber so, da ist eben so mit diesem Content und ich glaube, das ist jetzt die nächste Sache, die auf Social kommt, wenn du eine Content-Bibliothek hast, ja, Nico, ich, ganz viele, ich habe ja über 400 solide Videos. Ja, ja, ey, das sind... Und jetzt, wenn jetzt YouTube damit anfängt und sagt, okay, wir kriegen es hin, dass wir oft über KI dich Chinesisch sprechen lassen oder Englisch oder Spanisch, dann baust du dir einen zweiten Kanal damit auf, der wahrscheinlich vielleicht auch funktioniert und deswegen ist so Content gerade ein riesen, also riesen Ding und ich habe immer, wenn ich Content geklaut habe, auf die Schnauze gekriegt. Ich habe eine Zeit lang von RTL 2 so die Harz und Herzlich-Sachen geklaut und bei Facebook hochgeladen, irgendwann gesperrt. Habe ich bei RTL 2, kenne ich sehr viele Leute, die so... Mit Amazon Affiliate-Link noch. Ja, und ich so, ey Leute, wusste ich nicht. Dann haben die gesagt, okay, und dann habe ich, sorry, okay, bub, und dann habe ich einen Deal mit denen gefunden. Fertig aus. Und deswegen, ich finde eben so Content, du kannst dich inspirieren lassen, nimm auch einen Ausschnitt und so, aber wenigstens verlinke und sag, ey, von dem Tim Gabel und vielleicht lass noch zwei, drei Sachen später, paar Minuten später mal hochladen. Plus, wenn da Werbepartner drin sind, lass die drin. Also auch so die ganzen Reactor, die dann manchmal so Placements rausschneien. Hey, du, ich habe, ich glaube, ich habe im Jahr, habe ich letztens mit Timo gerechnet, über alle Firmen 400.000 Euro Mitarbeiterkosten. Dann muss er irgendwo herkommen. Ja. Und dann freuen sie eben Kunden, wenn sie dann eben irgendwie bei dir in der Reaction drin sind und sagen, guck mal, Tim Gabel hat auch das drin gehabt, keine Ahnung, Hitchies 37 oder was auch immer. Ja, nee, verstehe ich voll. Das ist aber, das mit diesem KI-Zeug ist auch eine interessante Sache, wie das sich dann nicht beklopft. Boah, das wird, glaube ich, so wild. Das hat mir Dave auch erzählt, dass die gerade so ein Beta-Feature haben, wo die quasi die Sprache verändern können. Ja, aber gerade nur von Englisch auf Spanisch. Ja? Das ist für uns, für mich gerade doof, aber YouTube wird das hinkriegen. Aber das wird für Deutschland interessant sein, weil unser Content ist ja so echt krass limited. Ja, 80 Millionen. Ja, muss man überlegen, so Englische, 808, weiß ich nicht. Das ist so, das könnte richtig eskalieren. Ja, also ey, vor allem so, ich sag mal so Content, der bei dir zum Beispiel läuft, das ist auch so. Ey, wir haben auch schon überlegt, das erste Video ist das Rechtsmedizin-Video mit Dr. Zocos, weil ich glaube, so Tote interessieren in allen Ländern. Wenn du dann so durch so eine Rechtsmedizin mit Zocos läufst, dann so auf Spanisch oder so auf Mandarin, mega geil, mega geil. das ist echt krass. Ey, crazy, das wird interessant. Welches Baujahr bist du? 89. 89. Okay, das heißt 12 hast du, hast du Leute gehabt, wo du sagen würdest, du hast so eine Mentorrolle gehabt oder irgendjemanden, dem du so wirklich deep vertrauen konntest oder war das immer so, dass du da echt stark auf dich allein gestellt warst? Nee, nee, ich habe super vielen Leuten, denen ich super viel zu verdanken habe. Also man muss ja auch sagen, viele sagen, diese Medienbranche ist oberflächlich und dumm und man hat keine richtigen Freunde, aber Bella, die kann hier nichts kommen lassen, die ist immer da. Ich schreibe der, viele dachten ja, ich bin mit der zusammen oder irgendein Krimskram. Gibt es nichts Besseres. Trashpack hat mir geholfen, Marvin und ich, ich wüsste nicht mehr, was ich heutzutage in meiner Firma, wo Marvin ja auch Anteilseigner ist und so, was ich ohne Marvin machen würde. Letztens produzieren wir auch externe Kanäle, da hatte ich dann Stress, dann hat Marvin hinter der Kamera den Dreh realisiert. Ich dachte mir so, geil, geil. Also deswegen, das ist, also da hast du echt gute Freundschaften geknüpft. Natürlich ist es so, aber auch jeder, der denkt zu Freundschaften, ist, dass man sich einmal die Woche sieht und frühstücken geht, das ist es nicht. Es ist ja auch so, zum Beispiel auch, auf wen man nichts kommen lassen kann, Dave. Wenn ich Dave schreibe, kriege ich eine Antwort, super lieb. Wenn ich Dave sehe, wir freuen uns, umarmen uns, natürlich fragen wir nicht, ey, wie geht's der Familie, was ist da und es läuft hier. Aber ey, Gratulation, wenn man was mitkriegt und wenn man sich sieht und freut und dann ist es so, als wenn man sich gestern das letzte Mal gesehen hat. Bombe. Und das habe ich auf Social Media mit echt vielen, also wirklich von, auch mit Ron, Trashy, als ich ihn letztens wieder gesehen habe, Dave, Jens, also Knossi ist genauso. Super viele auch, auch die ganzen Damen, Sunny Loops, Dagi Bee, Paola Maria, könnte ich super viele erzählen, mit dem es super funktioniert. Aber ich komme auch gut mit Leuten klar. Ich habe letztens mit Pütz gedreht, direkt auf einer Wellenlänge, nur gelachten, Spaß gehabt. Ja, Stefan ist top. Und das ist super. Sophia Thiel, ich besuche dich heute Nacht. Ja, ist okay, mach. Also wirklich, das sind echt tolle Drehs und dann hast du ein gutes Verhältnis und ich glaube, wenn du keinem Bösen was willst, ist super. Aber natürlich, wenn ich überlege, die Mentor-Rollen waren natürlich einmal, jemand, den ich alles zu verdanken habe, ist Günther Jauch. Echt? Ja, aber wir brunchen nicht. Ich habe jetzt nach zehn Jahren seine E-Mail-Adresse. Davor hat er mich, nach Wer mit mir nervt, hat er mich zweimal unterdrückt angerufen, sodass ich die Nummer nicht kriege, glaube ich, oder aus dem Büro. Aber auch so, kommen sie mit dem Stress klar. Und jetzt immer, wenn ich ihn bei Events oder sonst so sehe, man erkennt sich, man freut sich, man lacht. Du hast sagt, der ruft, wieso hat er sich mit unterdrückter Nummer angerufen? Naja, das war so kurz nach Wer mit mir nervt. Ey, Aaron ist ja sehr viel gerade los, kommst damit klar, hast du nochmal gut gemacht, ich würde dich gerne zum Jahresrückblick einladen. Und sowas, das war immer schon nett. und er hätte mich auch einfach, ich glaube, bei Wer wird mir näher, das ist für mich immer noch die größte Sendung in Deutschland, ist es aber so, Günther Jauch, wenn er dich mag, hast du schon immer einen Pluspunkt. Und dann, glaube ich, sitzt in der Regie jemand, aber das weiß ich nicht und der kriegt dann eben auch mit, der funktioniert oder funktioniert nicht. Bei mir haben sie ja einen Kameraausfall drin gelassen. Die Kamera zwei, wo der drei Minuten noch weitergeredet hat. Genau, und das hat ja die ganze Sendung dann gefüllt. Und ich glaube, das ist eben so, er hat am Ende trotzdem eine Unterhaltungsshow und immer eine halbe Million Frage hätte ich wissen müssen aus der Berufsschule, war ich aber zu aufgeregt und zu drüber und kann mich nicht erinnern. Und meine Million Frage hätte ich auch wieder gewusst. Woher bekannst du die Million Frage? Ich glaube, ich bin einfach hingegangen und habe gefragt, wie waren die? Und da haben sie, ich hatte danach sehr viel mit RTL zu tun. Am Ende ist es auch die Produktionsfirma Ende Mohl und bei Ende Mohl gibt es einmal den Rainer Lauchs, der macht auch Promi Big Brother und alles. Und das ist so in den Medien mein Ziehvater mit. Immer wenn ich was gemacht habe, habe ich den gefragt, Rainer, was sagst du denn dazu? Guck mal da, was ja auch, kann ich auch erzählen, ich drücke ja auch regelmäßig Kandidaten bei Promi BB rein, dass ich sage, ey Rainer, nimm mal den, nimm mal den und schlag die vor. Promi-Händler. Promi-Händler, genau. Dann ist es auch Markus Wolter, der ist nochmal der Chef, dem gehört Halbmedien-Deutschland. Der habe ich kennengelernt neulich. Genau, Wolter. Der ist top, 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 top Mann. Ich habe ihn eine Zeit lang nur den Mann mit den Koffern genannt, weil wer wird Millionär? Hat er gesagt, hier, Schecks oder eine Art. Dann habe ich ihn einmal, hat er mich dann, ey, komm mal nach Köln, mich im Savoy, wir haben uns nett unterhalten mit seinem Sohn, ist auch ein netter Typ und alles super gut. Der nach Promi Big Brother hat er auch produziert, kam er auch an und der hat mir auch, das weiß Markus wahrscheinlich, wenn du mal den Ausschnitt siehst, weiß der gar nicht. Der hat mir mal so einen Aha-Effekt gemacht. Da waren wir dann, später war ich bei Promi Big Brother Moderator und Markus rennte auch immer so rum und ich war Moderator und dann ist immer so Mittag, da sitzen alle und essen Mittag, gibt Catering und Markus saß da alleine am Handy und ich habe mich ihm hingesetzt, sagt, na, wie läuft es und so, ja. Und er so, ja. Und dann habe ich erzählt, ich hatte damals die Agentur frisch, die wir dann verkauft haben und dann sage ich so, 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 war ich fix und fertig, so, Aron, was ist denn los? Ich so, ja, ich habe eine Kampagne falsch gemacht, 5000 Euro verbrannt, oh, scheiße, man, so viel Geld. Und er isst so irgendwas, guckt mich an und sagt, er hat letztens eine Produktion für zwei Millionen verkackt und ist so weiter. Und ich dachte so, okay, krass, der kommt damit so gut klar und dann sagt er, ja, Aron, passieren irgendeine Fehler. Ja, ganz ehrlich, passieren in allen Dingern, ob sie im OP sind oder so und die Produktion war jetzt nicht ganz so geil und am Ende, glaube ich, hat das Format trotzdem, aber er für ihn war es verkackt und dann denkst du dir so, okay, also, der ist da sein, ich glaube, das war so Linsensuppe, so voll entspannt und hat ein viel, viel größeres Problem als du und das war für mich so, aha, und mit Markus hatte ich auch immer sehr viel, dann gibt es noch Markus Heidemanns, kenn ich nicht, dem gehören die Fernsehmacher in Hamburg, mit dem habe ich jetzt eine Firma, der produziert Markus Lanz, Küchenschlacht und so. Krass. Und nach Wer wird mir näher war ich bei Lanz, da lief es auch gut, alle nett, Markus Lanz, der beste Mensch, also wirklich im TV, mit dem es gibt, finde ich, und da habe ich mich mit dem Markus Heidemanns angefreundet und jetzt haben wir zusammen eine Firma, produzieren da immer, wenn wir große Studios-Shows machen, mache ich es nicht mit meinem Team, sondern wir gehen zu Marco, also zum Beispiel mein Shame Game oder Marvin Undercover, das wird in Hamburg bei Markus produziert und wenn du um Marco, also um Marvin sein Studio rumgehst, ist da das Lanz-Studio. Krass. Und das ist eben super toll, Markus habe ich auch damals so, durch Promi Big Brother machen, und er so, naja, guck mal hier, das kriegst du hin. Also ich würde sagen, eben Markus Wolter, Markus Heidemanns, Rainer Lauchs und dann gibt es noch Marc Rasmus, das ist der Senderchef von Kabel 1, die habe ich alle durch Promi Big Brother irgendwie so kennengelernt und dann in Kontakt gehalten. So, ey, Na, wie geht es dir ja gut? Und dann war es eben so, erst war ich der Kleine von Wer wird mir näher für die, dann lief mein Kanal besser und jetzt sind das ja alles ältere Leute, die TV super erfolgreich machen, aber Social nicht verstehen. Und jetzt ist es so, Aaron, erklär mal, Promi BB irgendwelche Social Media Leute wegen, wer ist denn da gerade gut? Oder mir wurde der und der angeboten, was sagst du dazu? Was hältst du von dem? Ja, zum Beispiel, letztens meinte er irgendwie so, ja, so ein Tim Gabel unbedingt bei Promi Big Brother rein und ich so, oh nein, der ist nicht lustig von der Karte. Aber eben sowas ist dann eben echt geil. Beste Formal. Also wer wird mir näher super, Promi Big Brother auch, Weltklasse. Ja, das ist krass. Ne, das sind auch Top-Leute. Also, ähm, da nimmt man, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr viel mit. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, so kriegt man, kriegt man nicht mit. Also, ich erzähl's regelmäßig, dass ich die habe und mir, aber du musst dir auch Feedback holen. Auch wenn jetzt mittlerweile über die ganzen Firmen, hab ich Timo, Marvin, Joe, wir sind so die Köpfe, eben 30 Angestellte oder so. Und wenn ich dann mal ein Problem mit einem Mitarbeiter hab oder mich irgendwas aufregt, frag ich auch immer erst Timo. Timo ist so ein bisschen der sensible, nette und alle müssen mich lieb haben. Marvin und so und sagt zum Beispiel, keine Ahnung. Letztens war's so, äh, hab ich einen Mitarbeiter gefragt, äh, im Kiosk, kann ich erzählen die Geschichte, im Kiosk muss eben immer ordentlich sein, sauber, ist meiner Meinung. Und ich hab beim Tatortreiniger gelernt, da gibt's so Putztischer, die sind Mörder. Da wischst du rüber und alles ist sauber. Und dann eben nicht so Fibrierst, dies, das, sondern so ne Tatortreinigertücher, die sind Bombe, die kriegen eben auch die Leichenschmotze weggewischt. Best kann ich wirklich empfehlen, diese. Und dann hab ich so zu jemandem gesagt, so, ey, hast du die Tür, hab ich dem schon vor ein paar Tagen gesagt, ey, Tim, bestell mal Tatortreinigertücher, dann brauchen wir die im Laden auch nicht mehr vollmeckern, dann haben sie die besten Tücher und können putzen. Weil natürlich, wenn du dann im Laden gehst, sagst, ey, habt ihr geputzt? Ja, die Fibrierst, das ist alles scheiße. Also sag ich, die Mitarbeiter müssen immer das beste Equipment haben. Hab ich vorhin Krupp. Ich liebe ja auch hier Trigema Krupp. Was der so alles sagt, die besten. Und dann zahlst du eben für so ein Tuch drei Cent mehr und dann können die aber richtig gut putzen. Und dann eine Woche später bin ich eben wieder im Laden, sie ist dreckig und dann guck ich ihm Tim an, jetzt nimm mal den Tim, sag so, ey, Tim, hast du die Tücher bestellt? Und der guckt mich an und sagt so, ja. Oh. Und dann überlege ich so kurz und denke so, das war kein richtiges Ja. Tim, hast du sie bestellt? Ja, nee. Warum lügst du denn direkt am Anfang? Sag doch einfach, nein und dann ist gut, aber dieses Ja, ich muss, wie soll ich dir denn auf Arbeit vertrauen? Ja. Und dann ist natürlich, bei mir ist dann immer wirklich so Super Saiyajin-Verwandlung, so, oh, richtig sauer. Warum wegen so einer Kleinigkeit? Und dann, okay, Marvin, Timo, alle angerufen und dann mir Feedback geholt und dann, ja, okay, mit ihm nochmal geredet. Dann habe ich ihn rausgeschrieben. Nein, aber dann eben, ey, warum hast du es gemacht? Ja, das und deswegen, aber das ist eben echt ärgerlich. Und früher hätte ich dann direkt, wäre ich super sauer gewesen, heutzutage eben, hole ich mir von sehr vielen Leuten Feedback. Ich habe auch eine Zeit lang, wenn ich so kuriose Videos gemacht habe, habe ich Unge die geschickt. Ich habe gesagt, Unge, sag mal, was sagst du von dem Video? Ich glaube, ich habe auch Wieso schon ein oder zweimal ein Video geschickt und meinte, ey, ist das so ein bisschen drüber? Ich will unterhalten sein, aber vielleicht waren es auch Venus-Videos oder ist das so zu doll? Und dann haben die mir immer ehrliches Feedback gegeben. Was haben die gesagt? Ich glaube, nie haben sie gesagt so, hey, ich kann da ja gut schon einschätzen. Manchmal ist ja mein Humor wirklich zu, zu böse. Oder so, ey, kann ich den Witz drin lassen? Oder irgendwas. Und dann, ich glaube, die haben immer gesagt, ja, ist okay, dies, das. Und da war ein Video, wo sie immer gesagt haben, nein, aber das war jetzt nicht oft. Aber ich hole mir da auch die Hilfe und frage. Ich habe irgendwann mal gelernt, das ist aber auch so diese typische Sammy Slimani-Metapher, wenn du jemanden kennst, der gut ist, dann chill mit ihm und sei nicht sauer. Weißt du, also wenn jemand, der besser ist als du oder auf deinem gleichen Level, zum Beispiel ganz früh am Anfang von YouTube, die Jungs von World Wide Wohnzimmer, Benni und Dennis, die mochten uns gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Echt? Warum? Na, wir waren beide dann irgendwann bei Ende Mohl und die wurden hochgepusht und wir haben etwa gleiche Unterhaltung gemacht und da war so ein bisschen so, ja, auch so 20-Jährige, ich habe das breitere Kreuzkacke. Und dann war es irgendwann so, dann war ich wegen Promi Big Brother in Köln, die Jungs waren da und ich war im Studio und dann hat man sich einmal unterhalten und dann war, die sind voll cool, okay, gut und seitdem drehen wir zusammen, wenn es sich ergibt, aber ganz oft schreiben die, ey, wir hätten gerne den Paddy oder nehmen dann den Paddy von RTL, nachdem er bei mir war. Ich schreibe dem, wie war denn der und der? Ja gut, hier hast du den Kontakt und da schiebt man sich die Kontakte und ist eben ein Team, auch wenn man es vor der Kamera gar nicht mitkriegt und ich weiß jetzt nicht, ich bin ja auch ehrlich, todlachen tue ich mich bei denen immer noch nicht, aber die sind so saubere Jungs hinten raus, so nett, lieb, freundlich, gut, super und das habe ich dann eben auch gelernt, chill mit Leuten, die ähnlich sind zu dir. Deswegen chill ich viel mit Ron. Nein. Freunde, ich merke gerade an meiner Laune, dass die echt immer beschissener wird und es liegt daran, dass die Tage kürzer werden und ich habe, auch wenn ich es nicht gerne zugebe, so eine kleine Wetterfühligkeit schon immer gehabt. Was ich mache morgens ist, ich jetzt gemerkt habe, was mir echt voll geholfen hat, ist, ich gehe raus, einfach an Sonnenlicht. Da gehe ich einfach spazieren morgens direkt so eine halbe Stunde mindestens und das hat mir geholfen. Die zweite Sache, die mir super hilft, ist immer Vitamin D3. Also in Deutschland haben da sehr viele Leute einen Mangel von und da glaube ich, kennt mittlerweile jeder den Zusammenhang, dass quasi ein Vitamin D-Mangel auf jeden Fall in so depressive Symptomatiken münden kann. Ich gebe euch jetzt einen guten Deal, nämlich noch, wo ihr Vitamin D3 für ein ganzes Jahr umsonst bekommt, wenn ihr euch AG1 holt. Und zwar sind in der AG1 über 75 Mineralstoffe, Vitamine, Botanicals und so weiter drin. Also eigentlich Mikronährstoffe, die unterstützend wirken zu diversen Körperfunktionen. Ob es euer Immunsystem ist, ob es der Stress ist und so weiter, die ihr einfach in einen Scoop packt oder halt in diesen sexy Travel Packs, wenn ihr unterwegs seid, morgens in euer Glas kippt und trinkt. Und bei mir beispielsweise, ich habe halt jetzt gerade durch den Stress, den ich habe, teilweise so einen abgefuckten Lifestyle, dass allein dieser Scoop morgens in mein Wasser so eine Konstante ist in meinem Leben, wo ich einfach ehrlich sagen muss, ich merke, wenn ich das nicht nehme. Wenn ihr vor allem jetzt durch die Wintermonate kommen wollt, ich finde den Vitamin D3 Deal ist, der ist richtig gut, weil ihr kriegt einen Jahresvorrat dort on top. Beherzigt den Lichttipp und checkt das mit AG1 aus. Genug gequatscht, vielen, vielen Dank an AG1. Unten ist der Link. Checkt's ab, ich bin gespannt, wie ihr es findet und viel Spaß mit dem Podcast. Das wäre meine Frage gewesen, tatsächlich, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Ron häufig abhänge, wir hatten ja auch ein, zweimal da, sag ich mal, im Hintergrund Kontakt miteinander, was ein paar Sachen anging und ich krieg das auch jetzt mit, letzte Woche, vor einem Monat oder so, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann sagt er immer, ja, ich würde gerne mit Aaron sprechen oder so, dass ihn halt deine Meinung sehr interessiert. Was für ein Verhältnis hast du dir? Zu Ron, Ron ist super loyal. Das ist mir so, zu dem sagst du, was der macht ist und dann ist er auch mal pünktlich, wenn er dir helfen soll oder irgendwas und bei Ron war es so, den hab ich irgendwann auf der Venus kennengelernt, als er mit Julian Ziedler rumgelaufen. Dann hab ich ihn so kennengelernt und hab so mitgekriegt, was er so macht. Und dann hatte ich, glaube ich, dann hatte ich ja die Agentur Placements und dann war es irgendwie für damals für sein Webvideo mit, er wollte ein Erotikhersteller ein paar Mädels drin haben, in der Hoffnung, dass dann die Leute auf die Seite kommen, um mehr von den Mädels zu sehen. Und dann hab ich das damals mit Ron gemacht, also hab ich dann Johann angefragt, ey Johann, guck mal das, er fand's gut, dann haben wir uns mit Ron hingesetzt, der fand's auch gut. An dem Tag, das ist das Musikvideo Big Mac von Ron. Das hat Marvin realisiert. Ich konnte an dem Tag nicht, dann ist Marvin, der ja damals schon in meinem Team war, ey Marvin, machst du das Musikvideo mit Ron? Ja klar, mach ich. Und da haben ich und Ron uns so kennengelernt und dann war's irgendwann so, dann ist Ron so ein bisschen in so, ja, war er nicht mehr der Fitness-Influencer und alles und Rocker fand's auch nicht mehr so gut, was er gemacht hat und... Meinst du Trink- und Glücksspielzeiten? Trink- und Glücksspielzeiten, aber auch nee, das war noch so davor, das war keine Ahnung, was da wollte, da wollte Rocker auch gerade vegan werden und Rocker hat ja auch immer zu ihm gehalten, aber irgendwann hat dann Ron gesagt, du, Aaron, ich will jetzt auch mehr Entertainment machen und dann hatte ich ihn noch bei meiner Sendung Achtung, Aaron in Hamburg bei Landseemt im Studio und so, da haben wir uns dann noch mal ein bisschen mehr unterhalten. Dann hab ich auch, nachdem mein erstes Format nachts besuchen war bei Marvin, das zweite war bei Ron, danach haben wir uns auch noch mal unterhalten und dann hat man einfach so ein gutes Verhältnis gehabt. Zum Beispiel, ich hab immer gesagt, ey du, dein ganzes Glücksspiel-Scheiß würde ich nicht machen und da brauchst du mich auch nicht nach Hilfe fragen oder nach einer Meinung, weil meine Meinung ist, mach's nicht. Mach's einfach nicht, lass es, aber das ist auch alles seins überlassen und aktuell mach das nicht und dann, wenn er Fragen hat, beantworte ich die ihm und natürlich ist es auch kein Geheimnis, kann man sagen, oh ja, jetzt kommt Steuern, ich glaub ich hätte am Ende, also wenn nämlich ganz, der größte Fehler, den ich je gemacht hab, mein Steuerberater, Frank Wagner, bester Mann, ich hab damals meinen Kiosk mit 21, also mit 2011 meinen Kiosk gekauft und ich hatte keine Ahnung von nichts und bin dann zu dem hin, der, weil der gegenüber, von wo ich gewohnt hab, war, hab gesagt, ey ich nehm den Kiosk hier, weil der war auch um die Ecke und der so, ja okay mach und Frank begleitet mich jetzt seit zwölf Jahren, aber ich würde sagen, der hat sich dann für mich auch in die Social Media Sache reingeballert, aber ich würde wirklich sagen, ich hab Frank locker 100 Klienten vermittelt, also, also muss man, das ist jetzt auch, die Bachelorette Jennifer Saro ist bei ihm, Nathalie BW, Paola Maria, Ron ist da, Marvin ist da, meine ganzen Kameraleute, alle Selbstständigen, die ich kenn, sind da, hätte ich da mal lieber mit ihm ein Steuerbüro aufgemacht, ich glaub, dann wären wir richtig reich gewesen und dann sagt Ron, okay, komm Steuern her, komm, geh zu Frank, hier Frank, Ron, Ron, Frank, macht mal, Feuer frei, und dann ist es eben so, ja, ich brauch ab und an meinen Kameramann, Pepe kennst du ja auch, der war bei mir angestellt, ja Ron, dann buchst du ihn bei mir, bevor du dir den ganzen Stress machst mit Sozialabgaben und Anstellen, dann buchst du Pepe bei mir und so und da helfe ich ihm dann, ob ich jetzt alles gut heiße, was er macht, würde ich stark bezweifeln. Wie meinst du gut heißen, also was? Er macht viele Sachen, wo ich sage, die würde ich jetzt nicht machen und feiere ich jetzt auch nicht so. Was zum Beispiel? Boah, im Glücksspiel. Okay, aber macht er ja nicht mehr? Macht er nicht mehr, aber eine Zeit lang hat er es ja trotzdem noch nicht so, Ron, mach es vielleicht nicht unbedingt. Ähm, dann warst du bei seinem 23. oder 24. Geburtstag, ich weiß nicht, in Mykonos. Achso, achso, oi, oi, oi. Ja, ich war nicht dort, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, der Geburtstag hat mehr gekostet als alles andere. Dicky, warum gibst du so viel Geld? Und dann gehen wir eben essen und erzählt mir immer, was er vorhat und dann, ja, warum machst du einen Disc nicht? Oder dann ist es eben so, dann war Pepe aus unserem Team raus und hat sich selbstständig gemacht und dann hat Ron und Pepe wollten auch dann nicht mehr zusammen drehen und dann sagt er, ja, ich habe hier, dann waren wir essen und dann kommt Ron manchmal zu den Sachen und sagt, ja, du, ich habe jetzt meinen Kumpel getroffen von früher, der hat auch, er macht jetzt auch Produktion und der soll jetzt meine Videos machen. Ich so, ah, okay, cool, soll er machen. Mach. Ja, Aron, der hat mir hier den Vertrag geschickt. Er hat mir so eine Videos machen und ihr habt noch kein Probevideo, macht kein gar nichts und du solltest für ein Jahr 5000 Euro im Monat unterschreiben, ohne das Getest, Ron, mach das bitte nicht. Ich würde es nicht machen. Und dann sagt er, okay, gut, dann mache ich es nicht. Und dann hat er mit denen auf, hat er, glaube ich, einmal mit dem drehen und sagt, oh Gott sei Dank war der Vertrag nicht, weil ich will mit denen nicht arbeiten. Und das ist eben, er fragt mich Sachen, aber da fragen, also da muss man sagen, da fragen aber auch sehr viele Influencer. Also, man glaubt gar nicht, wie viel so klicken oder auch Leute, die nicht zusammenhängen, sich untereinander mal austauschen. Mhm, mhm, mhm. Und das ist aber, das finde ich eben ganz schön, muss ich auch sagen. Ja, das ist echt gut. Also ich glaube, wir haben da alle ein bisschen schon auf die Fresse bekommen. Ja, und dann kannst du jemand anders davor schützen. Ja. Ich will jetzt, demnächst habe ich kennengelernt, bin ich mal gespannt, glaube ich auch, ein super cooler Dude, der Parabelritter. Habe ich letztens besoffen auf dem Videodays-Folge gequatscht und meinte, komm, wir gehen zum Wikingerfest. Ich so, ja, geil, da habe ich Bock drauf. Und deswegen ist es, glaube ich, so, also, ich glaube, auch wenn man jetzt wirklich, ich versuche immer, auch wenn man es nicht glaubt, eben auch wenn ich die gemeinen Interviews mache oder wenn ich auf dem Videodays eine Bella verarsche, danach lachen wir zusammen. Oder wenn ich dich auf der Messe anspreche, sage ich, ey, danke, war lustig und alles. Und deswegen glaube ich, habe ich gut, also können mich, viele mögen mich auch nicht, aber ein paar können mich dann doch schon aus dem Game leihen. Gab es so ein paar Geschichten, wo du jemanden vor Kamera so hart hops genommen hast, dass es dann dahinter so ein bisschen Trouble gab? Nee. Weil meistens meine ich war nur Spaß. Ganz oft ist es auch so ein bestes Beispiel. Ich finde ja, wenn Leute vor der Kamera selber frech sind und dann Emily, ja? Okay, ja, ja. Emily war letztens, waren wir auf dem Videodays und sie stellte immer die gemeinsten Fragen und was magst du mehr und so. Ich finde es aber, kann man drüber lachen und alles gut. Und dann haben wir uns gegenseitig interviewt und dann hatte ich sie natürlich, ich kann es ja, macht es doch, und dann sah sie nicht ganz so strahlend mehr aus. Und dann hat sie mir hinterher auch geschrieben, ey, kannst du es nicht reinschneiden. Haben wir auch nicht reingeschneiden, aber ich denke so, Pfeife. Schade. Na, ich denke mir so, ey, alle, wenn du jemanden beim Fußball foulst, musst du damit denken, dass er auch zurückfault. Und dann zu sagen, oh, rumzumeckern, also ich mag sie, ist eine superliebe, aber da hat sie ein bisschen Ansehen verloren. Aber bei ganz vielen sage ich, ey, ist es okay? Ich weiß, Sunny mag ich über alle Sunny-Loops. Manchmal, wenn ich sie dann auf Messen verarsche, schicke ich ihr den Ausschnitt, sag, ist es okay für dich? Ich glaube, Selina, mit der war ich letztens auch unterwegs, habe ich gesagt, guck mal, hier, guck dir das mal, ist es völlig fein für dich. Dann hat sie hinterher gesagt, boah, du hast so ein Unterwäsche-Bild als Sunny genommen. Ich so, natürlich, kannst du es bitte wechseln? Ja, klar, wechsel dich. Ich will ja gar keinem richtig böse sein oder so. Hinterher soll man noch immer lachen und Spaß haben. Ja, ey, ich muss sagen, ich finde deine Sachen witzig. Also es war so eine Zeit lang immer, als wir da unterwegs waren, vor so fünf, sechs Jahren, war dann immer so, ja, Tim, komm mit, wenn uns Aaron irgendwelche politischen Fragen stellt oder irgend so einen Scheiß, wo wir keine Antwort drauf wissen, können wir dich da hinschicken. Dann habe ich gesagt, ja, dann kann er mich auch hops nehmen. Also keine Ahnung, ob ich das weiß. Ey, ich bereich nur die Frage, die du stellst. Ja, ja, aber so, wenn du mich jetzt gerade nach Bundesländern fragst und deren Hauptstädte, also, ey, würde ich auch, habe ich mich jedes Mal bei Miss Germany da vor eine Woche nochmal Bundesländer mit Hauptstädte und Nachbarländer und so und dann gehst du da hin. Und so, also ein bisschen arbeitet man sich ja auch rein. Das ist aber witzig, dass du das auch so sagst. Ey, nee, ich finde, du hast schon so ein, wenn Aaron mit dem Mikrofon kommt, dann weiß man schon so, was einen erwartet. Ja, also, naja, ich habe irgendwann mit den Idiotentests angefangen. Da habe ich dann, haben irgendwann alle Idiotentests gemacht. Dann habe ich damit aufgehört. Straßenumfragen macht ja mittlerweile auch jeder. Ja. Ich bin aber völlig fein mit, äh, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt eben auch nicht mehr so Lust auf Messen. Also klar, ich gehe hin, aber so auf Straßen, die Leute, irgendwann kannten mich ja dann auch die Leute und dann kommen so ganz andere Probleme. Also, auf Venusmesse laufe ich immer mit Sicherheit rum. Die sieht man auch im Video. Das ist einfach, ah, wenn wir uns jetzt interviewen und jetzt kommt da jemand rein und fragt nach dem Foto. Dick, ich bin doch gerade arbeiten. Also, weißt du, es ist, ich drehe doch hier gerade. Und wie kriegst du es nicht mit? Hier stehen zwei Kameraleute, die für uns filmen. Wir halten uns Mikros hin und her. Warum kommst du da? So, dann hast du natürlich die Leute, die dann auch die gegenüber einen auf Mario Bart machen wollen. Wo du dann auch so denkst, oh, was meinst du damit, da so witzig sein wollen? Super witzig, super toll. Das ist ganz schlimm. Wenn Leute, die nicht witzig sind, witzig sein wollen. Ey, das erlebe ich mit Nico viel, wenn ich mit Nico unterwegs bin. ich glaube, bei ihm ist es sogar noch schlimmer, weil er ist ja noch großfressiger, verrückter als ich und dann wollen alle genau sein und du denkst so, nein, bist du nicht, du arbeitest sonst beim Arbeitsamt und hast fünf Anträge heute abgelehnt, Mann. Das ist doch einfach. Ey, das, also, ich finde es, ich kann das manchmal gar nicht beschreiben, es gibt so manche Momente, da ist es so krass unpassend, Alter, und ich bin, ich gehe nur so, ich gehe nur so, vorgestern im Kiosk gerade viel Action, wir haben auch Online-Shop und ich packe ja wirklich mit und alles und dann habe ich da irgendwie hier Tops-Packung und laufe so in den Kiosk, weil das ist um die Ecke vom Büro und kommt einer an und ich bin wirklich so bepackt, so bepackt, dass du sagst, oh, wenn ich jetzt nicht richtig Gleichgewicht habe, fällt irgendwas runter und dann, oh, und kommt einer an und sagt, ey, können wir Foto machen? Ich so, ich trage gerade, oh, finde ich jetzt voll kacke von dir und ich habe gesagt, Dicker! Auch so, auch letztens, da habe ich jetzt in meinem Podcast erzählt, mein Neffe spielt Fußball und ich war so beim Spiel das Fußballspiel von meinem Neffen angucken und filme so, wie er ein schönes Kopfballtor macht, ich stolz auf meine Neffen, weil Familie ist für mich alles und dann schreibt es rechtzeitig einer so aus der Story so, oh, voll, der spaßt. Dann popp und dann okay, hopp und dann kommt auf einmal so eine Nachricht so, oh, voll, dann hat mein Neffe einmal dahin geschossen, guck, der trifft nicht mal das zweite Ding und dann saß er einfach drei Ecken weiter bei so einer Gruppe Jugendlicher aus dem Dorf und pöbelt auf Insta bei mir rum gehört dazu. Also ich sage ganz oft gehört dazu, aber manchmal, ich bin ja dann auch sehr direkt und sage, nerv mich mal nicht und das ist gar nicht böse gemeint, aber eben, Du bist echt krass direkt. Ja, viele kommen damit nicht klar, aber es ist eben so, ich habe zwei Fehler gemacht, A, meine Troschis, also ich liebe meine Troschis, meinen Schnaps und wenn ich kurze trinke, aber eben die Leute denken immer, hast du Troschis bei? Dicki, ich bin auf einer Oldtimer-Show und habe mein Kind auf der Schulter, natürlich nicht mal. Oder so, oder, oder keine Ahnung, so, ich drehe mit der Berliner Polizei und Alex kommen Jugendliche an, hast Troschis bei? Dicki, ich drehe mit der Polizei. Natürlich nicht und das finde ich super anstrengend und dann habe ich mal eine Zeit lang gesagt, habe ich mich aufgeregt auf YouTube, dass die Leute nicht mehr Bitte und Danke sagen. Kriege ich auch gerade im Kiosk ganz schlimm mit. Wir haben so ein Greifautomat von Red Bull im Kiosk. Da kann jeder reinkommen einmal am Tag und sagen, kann ich bitte eine Münze haben? Dann kriegst du eine Münze, kannst greifen, kriegst du einen Schokoriegel gewonnen, mal so einen Playstation, also wirklich geile Sachen. Playstation? Ja, und da gibt es eben eine Schule, die ist um die Ecke und die Schüler kommen und die kriegen nicht hin, ich möchte eine Münze. Ja, komm, sag bitte. Und ich schicke die dann auch immer ganz frech weg, Lara und so im Laden sind immer lieb, sag doch bitte. Und dann habe ich das mal in so einem Video gesagt und dann kamen die Leute mal auf mich zu, Tim, kann ich bitte ein Foto? Und das war auf einem Gamescom-Abend hundertmal und dann denkst du so, jetzt kommen sie alle mit über ironisch bitte und so übertrieben bitte. Es geht doch einfach nur um Bitte, Danke, fertig. Also die zwei Sachen bereue ich, aber am Ende sage ich immer wieder, wenn ich auf alles gucke, ich bin, ich sage immer, von fünf Tagen arbeiten bin ich veeneinhalb glücklich, weil ein halber Tag ist Steuern. Aber ich lebe meinen Traum, ich glaube, ich gönne ihm alles. Meine Frau ist toll, Kind ist toll, Arbeit ist toll, klar gibt es stressige Sachen. Ich habe auch hier mal so einen Stressausschlag, aber der ist gerade ganz wenig. Echt? Wovon hast du den? Ich würde sagen, Mitarbeiterausschlag ist es. Ja, wenn so Mitarbeiter Sachen, dies, da, manchmal ist es natürlich auch, Frau, Kind wird es noch glücklich machen, Familie ist mir sehr wichtig und alles drumherum. Dann hast du nicht nur eine Baustelle, sondern mehrere Firmen. Dann eben fällst du mal wieder auf die Schnauze, dann passieren manche kleine Fehler. Dann ist es eben auch, wenn irgendwas in meinem Video, Rechtschreibefehler im Titel oder schreiben mir alle, wie dumm ich bin und ich denke mir so, Dicki, als wenn ich das selbst noch mache. Das macht Timo und dann, Timo, du hast malen ohne E geschrieben, was ihm so mal passiert. Also, oh sorry und du denkst dir so, oh Timo, guck doch noch mal rauf. Oder so als Beispiele, also es sind so Beispiele, die einem dann so, dann, der ist gerade super, der war schon richtig hier, krass zu besten Zeiten, die letzten zwölf Monate Bombe. Aber du müsstest das ja auch alles gar nicht mehr machen, oder? Also du hast deine Firma verkauft, du hast zehn Jahre eine erfolgreiche Karriere, also es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie Geldnöte hättest. Naja, ich sag mal so, wenn du auf mein Konto guckst, ist es so, da bin ich auch ehrlich, ich mache ja Immobilien und wenn du jetzt so auf mein Konto guckst, haben die jetzt schon wieder alles gemacht, ich liebe die Sparkasse, muss ich ja immer sagen, Sparkasse, die sind wirklich super lieb. Siehst du mein Minus? Kannst du, also 900. 900, ich bin 900 in der Miese. Ist aber auch nicht schlimm, weil ich Werte habe, da kann ich das locker auszahlen, wenn ich die Immobilien verkaufen würde. Und deswegen, wenn ich jetzt sagen würde, irgendwann, ich habe gar keinen Bock mehr und ich verkaufe alle Immobilien und verkaufe alles, lebe aber trotzdem ein nettes Leben, bin ich durch. Aber es macht mir einfach viel zu sehr Spaß. Aber sind das quasi Kredite, die gerade am Laufen hast? Genau, Kredite, genau. Für die Dinger. Ja, ja. Okay. Aber auch da hatte ich Glück, ich habe das Haustau kaufen können, in dem ich aufgewachsen bin. Es hat 17 Parteien, ich hatte 16 gekauft, der Letzte hat mich richtig lang gemacht, weil er gesagt hat, wenn du alles willst, Schlossallee mit Hotel, sonst verkaufe ich das. Den nenne ich auch immer noch Herr HS. Der war wirklich, weil es ja, wenn du so eine WG hast und dann bei dir in der Wohnung, also wirklich, der war im Vorderhaus oben links. Ich habe im Hinterhaus an der Leitung was gemacht, sagt er, das ist ja WG-Einktum, da brauchst du meine Erlaubnis. Oh nein. Und ich sage, oh okay, gut, dann habe ich ihm das wirklich für viel Geld abgekauft, jetzt wohnt meine Schwester in der Wohnung, nichts besser. Also es ist super toll und deswegen ist es so, ich habe da auch alles richtig gemacht. Aber deswegen mag ich auch die Sparkasse, weil ich habe damals, als ich das Haus kaufen wollte, das waren 17 Parteien, und ich hatte so einen Sparkasse, kennst du einen Kumpel, der macht Versicherungen. Jeder hat einen Kumpel, der Versicherungen macht. Und er sagt, ja, ich besorge dir auch einen Kredit. Müsste mal Kaffee trinken. Ja, genau. dann sagt der, sagt ich so zu dem Kumpel, der ist gut, der Matze, der Versicherungen, er sagt, ja, Kredite mache ich nicht, aber ich habe einen Kumpel, der macht Kredite. Und der, wirklich peinlichster Tag in meinem Leben, einen Tag vorm Notar mit dem Käufer, ich brauche eine Million Euro. Nein. Ich frage ihn so, ey Dicki, ich habe dir alles geschickt, du hast dir gesagt, läuft, wo ist denn der Kredit? Ja, ich brauche noch die Steuer von dann und dann. Ich sage, aber morgen ist ein Notar, du hast doch gesagt, der war ja auch nur so ein Vermittler, ja, nee, die Bank hat jetzt das und das gesagt. Ich so, boah, fuck. Dann ist man Notar angerufen, abgesagt, dem Besitzer abgesagt und der kam auch auf mich zu, der kannte mich eben in dem Haushalt, in dem ich so groß bin. Hat er meinen Werdegang mitgekriegt und meinte, Aaron, guck mal, ich werde jetzt 70, Detlef, bester Mann. Ich werde jetzt 70, ich brauche eine neue Herausforderung, der Sensenmann kommt irgendwann, ich will alles verkaufen, will zusammen. Ich habe für einen Schnapperpreis gekriegt, alles rund, alles gut. Und dann weiß ich noch, dann an dem Tag abgesagt und bin ich ganz traurig als Aaron zu der Sparkasse bei mir an der Ecke gegangen und ich habe ja in dem Haus gewohnt an der Ecke und da gab es Herr Ruppertz von der Sparkasse, dem habe ich alles erzählt, was ich so YouTube-mäßig mache, dies, das und das eigentlich morgen Notar-Termin ist und dann sagt er auch, habe ich nie erlebt zum Bankberater, Herr Troschke, ziehen Sie die Jacke an, wir gehen mal zur Immobilie rüber und dann steht er mit mir in der Immobilie, guckt sich alles an, guckt mich es an, sagt, Herr Troschke, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, ich kann Ihnen den Kredit eigentlich jetzt schon zusagen, weil das ist ein Schnapper und das ist ein Ding, wir sind in Berlin, das wird abgeben oder ich lasse mir die Nummer vom Verkäufer geben und verkaufe es selbst und dann hat er den, ich habe noch nie so schnell in der Sparkasse gesehen, Berliner Sparkasse, dass dann Kreditvertrag so schnell durchgeballert wurde, dann konnte ich es kaufen, aber dann war eben auch so, am 1.7.2017 habe ich die ganze Immobilie übernommen, am 30.06. war das krasseste Hochwasser in Berlin überhaupt, das krasseste Hochwasser und man muss sagen, wirklich die ganzen Leitungen in dem Haus, die waren hunderte, also die hat wirklich noch vor Addi und so, das haben die da schon gebaut, also ganz schlimm, ganz alte Leitungen und dann war dieses krasse Riesenwasser in Berlin und die Leitungen laufen so und dann der Keller meiner Mutter, da geht es so ein bisschen tiefer und dann läuft es zur Straße und die hat eben auch keine Rückstauklappe, das heißt, wenn die Straßen zu voll sind, kann das Wasser nicht ins Haus drücken. Ja, so und hat es nicht Achso, es ist nicht rein. Nee, also die hatte keine Rückstauklappe und dann regnet es und dann weiß ich noch, wollte ich zum Fußball und das ist eben die Scheiße, die keiner sieht, dann wollte ich zum Fußball und dann habe ich Fußballsachen, weil meine Fußballsachen immer so gestanken haben, habe ich die im Keller gelassen und dann gehe ich in den Keller und sehe auf einmal so, hast du schon so ein bisschen nass, so als wenn, so okay, krass, wo kommt es her? Das ist nicht so oft gemacht. Nee, dann bin ich in den Keller rein meiner Mutter und da war es schon ein bisschen mehr, aber war okay und dann werde ich nie vergessen, dann war da so eben so eine Klappe, diese Rückstauklappe und die war hunderte Jahre alt und die hat schon so gewackelt und dann war es so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du bei GTA so ein Feuermelder, wo Feuerwasser drin ist, umfährst und es dann so das Wasser hochspielst. Achso, ja, so Hydranten. Ja, Hydranten ist das Wort und ich habe dann auf diese Klappe gefasst und die ist hochgekommen, das Wasser ist gestiegen, ich das irgendwie versucht, nicht geschafft, direkt angefangen zu, ich war überfordert, da kamen Wassermassen raus, der Keller liegt so ein Stück unter dem anderen, das ist wirklich so gestiegen, ich, oh, wirklich so, okay, ich, raus, mein Handy, ich habe zwei große Brüder, eine Schwester, einen tollen Schwager, ich brauche Hilfe, die Börnestraße säuft ab. Die gekommen, mein Bruder direkt erstmal mit Spanngurten irgendwie da mit mir im Wasser, das war immer höher, ich Feuerwehr angerufen, Berlin Hochwasser, ich rufe die Feuerwehr an, mein Keller ist Feuerwehr und der so, ja, sind sie nicht die einzigen Grad? Gott, wie weit ist denn der Stromkasten, der Hauptstromkasten weg? Ich so, ja, noch schon so ein halber Meter, ja, rufen sie bei 10 Zentimetern noch an, bumm, aufgelegt, weil die zu viel zu tun hatten und dann läuft es so. Was? Das war Action, ohne Ende, meine Brüder kamen, aber du bist doch tot, wenn das an den Stromkasten kommt und du deinem Wasser lösst. Ja, aber das hat er gesagt, bei 5 Zentimeter, aber das war Ausnahmezustand, alles geplatzt, alles, also wirklich ganz schlimm, aber meine Brüder, mir geholfen, mein Bruder hatte 5 Schmutzwasserpumpen, keine Ahnung warum, wir die in den Keller gemacht, Rohre gelegt, dann konnten wir genau das, was reinkam, covern, dass es wieder rausgeht, dann ist es so, dann hast du ja kaputte Leitungen. Wir standen am Ende wirklich bis hier so im Wasser drin, aber es war nicht nur Regenwasser, weil Mieter gehen ja weiter auch auf Klo. Da ist eben auch die Scheiße an uns vorbeigesprungen im Keller und das, am Ende bin ich wirklich, ich weiß gar nicht mehr, Hepatitis E habe ich mir da geholt. Was? Mir ging es dann ein halbes Jahr lang schlecht. Ich glaube, das war, dann war ich bei meiner Ärztin auch ganz toll, ja, du hast Hepatitis E, kannst du dir immer ja, ich stand 24 Stunden so tief in Scheiße und Pisse. Ja, dann hast du es wahrscheinlich von da, ist auch wieder weg, aber das kriegt keiner mit und meine Geschwister wäre ich am Arsch gewesen. Und dann habe ich in dem Haus viel reingesteckt, aber jetzt um deine Rückfrage zu kriegen ist eben, wenn ich die Immobilien verkaufe, könnte ich ein schönes Leben haben, aber es macht mir zu viel Spaß. Es gibt auch noch, ich will erreichen, wie Marvin eine Million macht. Ich sitze bei Marvin bei jedem Video hinter der Kamera, O-Töne, wir machen das, er produziert auch hier allein, aber eben so bei diesen großen Videos sitze ich hinter der Kamera, viele von seinen Ideen kommen auch von mir, viele Kanalideen kommen von Marvin, wir sind da, wenn der die Million hat, glaube ich, freue ich mich mehr, als wenn ich die damals geknackt habe. Wir haben gerade fünf, sechs neue Projekte, die so spannend sind, dass wenn die mal die 100.000 knacken oder die Million, ist auch geil. Geil. Und deswegen mache ich es aus Spaß und dass mich noch mal ein paar Leute abziehen können. Aber nein, ich weiß auch nicht. Die Leute, die es verdienen dann. Da, wo du es zulässt, da, wo es in Ordnung ist. Nee, aber krass, also das mit dem, das mit dem Haus ist gottlos, Alter. Konntest du das dann richten lassen? Das muss man auch sagen, das war ja noch genau der letzte Tag, wo es dem Vorbesitzer gehört hat. Und der hat mir dann alles von der Ergo gegeben, hat die Ergo bezahlt. Aber dann hast du ja trotzdem, ey, das war wirklich... Du musst dich trotzdem drum kümmern, Alter. Du musst dich drum kümmern. Ich hatte zum Glück damals von Kioskzeiten, Andreas, der hat mir sehr doll geholfen, der hat dann Rohrleger geholt, dies, das, du musst das alles machen. Und dann ist es eben, wenn ein Bauarbeiter einmal anfängt. Habe ich auch gerade, im Hinterhaus ist eine Zahnärztin nach 30 Jahren ausgezogen und dann reißt du den Boden auf, dann sagt der Bauarbeiter, Aaron, guck mal hier, du drüsselt die Stahlträger, ja, okay, sind auch 120 Jahre alt. Willst du neu machen? Und du sagst, ja gut, wenn du schon mal dran bist, raus damit, dann reißt du die raus. Dann sagst du, guck mal, die Körsträmen, die sind auch kaputt. Ja gut, machst du auch. Dann fässt du die Wand an, guck mal, Aaron, das ist ganz schön nass. Und du sagst so, ja, auch, müssen wir auch machen. Und dann bist du auf einmal, ich glaube, die Sanierung habe ich 30 geplant, jetzt wären es am Ende 95. Und es tut eben weh, aber viele denken jetzt vielleicht auch, der Bauarbeiter zieht dich ab, aber das ist auch ein Bauarbeiter, den mich seit Jahren begleitet, der kennt mich, seitdem ich auch so klein bin, der ist schon, und ich sage immer, Gunther ist glaube ich jetzt so 60 und sagt, Gunther, das muss, in 10 Jahren bist du in Rente, das muss 50 Jahre halten, bis ich tot bin. Weil ich kann, ich finde keinen guten mehr wie du und in Berlin findest du keine Bauarbeiter, findest du sowieso keine Bauarbeiter mehr. Ja, keiner hat Bock drauf, jeder will YouTuber werden. Ja, TikToker oder scheiß YouTuber. Oder Rapper. Ja, und ich sage so, ey Handwerker, wenn du ein Handwerker bist, der fließend Deutsch spricht, muss man leider sagen, die Welt steht dir offen. Ja, die Welt steht dir echt zu Füßen. Ey, du kannst Preise flangen, was du willst, du sagst, ja, komm ich übermorgen, ist okay, zahl mal voraus. Und Gunther, der macht das alles, der ist gut, ich sage, komm, mach, ich will nie wieder den Stress haben. Und davor hatte ich Bauarbeiter, zu denen musste ich nett sein, weil hätte ich gesagt, ey Tim, du Asi, die Fliese schief sagt, Tim, weißt was, da ging über, ist auch eine Baustelle, da gehe ich jetzt hin, sieh zu, wie du es machst. Ja, ganz schlimm. Und deswegen, ich sage immer, allen werthandwerker. Ich halte es kurz, MCI ist unsere Fitness App, ist die All-in-One-Lösung von Fitness bis Ernährung und alles dazwischen ist gecovert. Ihr könnt kostenlos ein Onboarding machen mit dem Code TIM20, kriegt ihr auch 14 Tage Testzeitraum, in dem ihr nicht zahlen müsst. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr anfangen wollt mit Sport, geht jetzt in den App Store, gebt ein MCI-App, macht einmal schnell das Onboarding und schaut, was rauskommt, lasst euch durchanalysieren, nehmt gratis den Plan mit, es lohnt sich unbedingt und wieso neuer Anfang, wenn ihr jetzt sofort anfangen könnt, Mann. Wer ist der beste Wrestler? Boat Zidman Hart. Was? Boat Zidman Hart. Ehrlich? Ja. Du hast The Rock und Undertaker gesagt bei euch. Da haben wir, ja, aber das ist so, das sind die großen Namen, Boat Hart kennen nur die, die schon lange dabei sind. Der mit der Gitarre? Nee, das ist Jeff Jarrett. Brett Hart ist der mit der pinken Hose. Ja, mit den Herzen und so. aber der hat keine Gitarre gehabt. Hatte er keine? Nein, das war Double J. Brett Hart, Brett Hart. Der hat immer so ne Sonnenbrille an Kinder verschenkt. Brett Hart, was war dem sein Ding? Was war dem? Scharpshooter. Wie war die? Die Beine so überkreuzt und dann hinten auf ihn rauf sitzen. Der wurde damals von Shawn Michaels dann in Kanada beschissen und Vince McMahon ist dann rüber zur WCW. Alter, du bist richtig deep, Alter. Ich bin, ich bin deep und ich gehe auch, ich freue mich sehr, Kaiser, wir haben ja gerade mal jemanden aus Deutschland, der in WWE in den USA abgeht. Super geil. Kaiser, Axel Dieter Junior, also Kaiser und super. Imperium, klar werden wir in den USA gerade wieder als Imperium aufgebaut, aber geil, wir haben gerade echt gute Leute in den USA. Ja? Ich habe als Kind immer geguckt. Ja, gucke ich auch und immer noch. Krass, guckst du immer noch, Digga. Ja, für mich war Highlight John Cena Treffen, Rocky Treffen war auch Bombe. Undertaker war mein Ding, Undertaker. Undertaker habe ich auch getroffen, in Düsseldorf zum Foto. Echt? Ja, da habe ich richtig, das war gut, also, so ein Kindheitsheld. diese Glocke, Alter, und dann war, vor ein paar Tagen noch bei NXT noch mal zurückgekommen, Echt? Wieder als Badass, also als Rocker. Der war ja mal zwischendurch vom Totengräber Rocker und dann wieder Totengräber. Ja, also, als ich geguckt habe, war der Totengräber, Rocker war noch vormalt, da war ich noch viel zu jung. Ah, okay. Ich bin ja 95 und dann war es halt so, also, ich gucke, so eine Grundschule, ne? Da war der aber Ding, mit seinem Bruder und so, Bruder? Kane. Kane, genau, aber ich hatte auch nur Smackdown, konnte ich gucken, auf DSF damals. Ja, ja, ich bin nicht, Raw und so konnte ich nicht, ich hatte keine Premiere und so, Bro, ich hatte kein Geld dafür. Da hast du auch schwarz geguckt, so Premiere, weil letztens hatte ich kein Internet, war wie damals Premiere schwarz, gucken, so, okay, da ist der Ball etwa, hopps, da der Ton stimmt. Ja? Ja, klar. Krass. Krass aber, dass es noch läuft. Es ist, glaube ich, wurde jetzt verkauft. McMahon hat verkauft. McMahon hat verkauft an UFC und die haben jetzt zusammengeschlossen alles. Echt? Und riesengroß, die tragen jedes Jahr neue Umsatzrekorde. Alter, krass. Es ist gut, Entertainment, es geht ZSZ bloß mit auf die Fresse hauen. So, hey, du hast mit der rumgemacht, du, du hast mich doof genannt. Es geht ZSZ bloß ohne Joe Gerner und mit auf die Fresse hauen. Ist ja auch krass, also wie viele Entertainer so daraus gekommen sind, so The Rock, John Cena. Ey, ich war die Tage mit Finch essen, also Finch, und sein Manager hat damals Web am Mittwoch gemacht. Und dieses Battle Web. Und er hat gesagt, ich habe mich von Wrestling damals so inspirieren lassen, alles aufgebaut, Facebook-Seite gepostet, wie die. Das ist Unterhaltung in meinen Augen der höchsten Klasse, die Leute da ranzuhalten. Rock gegen Halkon. Die stehen im Madison Square Garden, sich gegenüber, fünf Minuten, nichts passiert, die Leute rasten aus. Hier, Dwayne Johnson ist jetzt zurückgekommen, ich glaube, die meisten Social Media Views gehabt. 410 Millionen in ein paar Stunden. Also deswegen, das ist schon, ich liebe, kann ich nichts drauf kommen lassen. Krass, Alter. Ich war, ich habe immer, wer war da, was war da so, Randy Orton war da, der ist immer noch da, aber gerade ein bisschen verletzt. RKO? Immer noch, ja, RKO, ja, Ja, Digga, wir haben als Kinder halt immer im Sandkasten. Immer nachgespielt, immer nachgespielt. Down twice is is home, und du so, ja, wo ist mein Bruder? Ich war immer so, der Rey Mysterio-artig. Immer noch da? Ja, immer noch. Ja, aber sein Sohn kämpft jetzt auch, das ist ein bisschen quinsch, aber. Echt? Ja, der ist aber auch so eine 20-Saison, aber der ist nur da wegen Papa. Ist der gut? Er hat jetzt gerade einen NXT-Titel, also ja, ist okay, aber ich feiere so Gunther, so der, früher Walter in Deutschland, hat in Deutschland überall gewesselt, Axel, Dieter, Junior, die kommen eben aus unserer Gegend und sind jetzt da und er hat jetzt, glaube ich, Walter hat, also jetzt heißt es da, Gunther hat den Intercontinental Championship länger als alle anderen gehabt, länger als Razor Ramon, länger als Bret Hart, länger als John Cena, das ist schon geil. Ey, ich finde es richtig sympathisch, wie du da drin bist. Ich liebe es. Ich habe Wrestling-Figuren zu Hause, ich sammle die Schei, ich bin voll süchtig nach Wrestling und sammle Karten Fußball gerade, ganz schlimm. Ah, geil, 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 Ich habe auch, diese Karten habe ich auch gesammelt. Ey, ich habe immer diesen Dinger, kennst du den, wenn er den pinnt, quasi Ray Mysterio mit Füßen hier und dann geht der durch seine Beine und dann pinnt er den so rückwärts. So Moves haben wir immer im Sandkasten und so gemacht. Geil, also Bombe. Und wer war noch, Triple H war da mit diesem. der hatte ja Herzprobleme, aber der leitet jetzt alles. Der war auch top? Der war top, ne, der ist ja mit der Tochter von Vince McMahon zusammengekommen. Ich kann das immer nicht unterstellen, ob es echt ist. Der hat sich eingeheiratet da und das ist jetzt der Babbo. Ja, der hat einen guten Move gemacht, guten Move. Wer war da noch krass? Edge war damals noch Spier. Edge hatte Nackenverletzungen, war lange raus, kam dann zurück. Jetzt gibt es aber eine Konkurrenzliga, die heißt All Elite Wrestling. Ist von so einem Typen, Tony Khan, sein Vater gehört, Full Ham und Football-Mannschaften und der hat jetzt eine Liga, rasiert auch gerade alles. Haben jetzt Manchester, glaube ich, die Wamblade zweimal ausverkauft. Da sind Topstars, da ist Sting noch, da ist Edge jetzt da, der beste aktuell ist MJF in meinen Augen. Die haben da Topstars. Also es gibt gerade wieder so zwei Ligen, die sich wirklich biefen, Bombe. Sind die dann aber immer noch unter WWE? Nee, WWE hat SmackDown und Raw und dann noch NXT, aber dann der Typ eben hat als Kind immer Wrestling geguckt, sein Papa ist mir ja der, hat er gesagt, Papa, ich will eine eigene Liga machen. Hat sich dann damals so die Young Bucks geholt und Kenny Omega und ich glaube, Dustin Rhodes, Cody Rhodes war dabei und dann haben sie eine eigene Liga aufgemacht. Chris Jericho, bester Wrestler. Uh, Jericho war bester. Die habe ich mal live getroffen. Der war immer mit dem, die so und dann. Ja, Jericho bester Mann. Bester Mann. Unterhaltung ist jetzt 60, glaube ich, immer noch oder 50. Bombentyp. Digga, dass die das noch durchziehen, ist ja geisteskrank. Wer war damals, als ich das geguckt habe, da hat John Cena sich zuerst mal diesen Ding-Titel gemacht, den kennt jeder, der so gedreht hat. Ja, ja, ja. Cena ist auch, ich werde nie vergessen, ich habe mal für Bumblebee war das, habe ich John Cena getroffen für ein Video und die Amis haben ja auch so, dann hatten wir eine Vorbesprechung mit der, ich glaube, Paramount war das damals und da saß ich so eben von der Agentur in der Vorbesprechung, wie können wir Werbung für den Film machen und dann sitzt du da so auf Englisch mit den Amis und die leben ja in einer ganz anderen Welt. Dann haben wir die Premiere durchgesprochen und dann war so die Frage, so auf Englisch so, ja, wo sind eigentlich richtig Sniper stationiert? Ich so, Sniper? Wir sind in Deutschland, brauchen wir nicht. Und dann hast du mitgekriegt, die Amis nehmen es eben extrem krass ernst und die haben auch bis zum letzten Tag nicht gebucht, so, Aaron, ihr könnt die Premiere mitmachen und ich habe ein Video gemacht im Soho-Haus in Berlin, haben wir in so einem Raum wie hier eine Wand eingezogen und dass John Cena mal durchgesprungen hat, die Leute überrascht. So, wir haben dann ein Casting gemacht bei Aaron. Und ein Sniper. Ja, genau. Haben dann ein Casting bei Aaron gemacht, haben gesagt, wir suchen die größten Wrestling-Fans und wenn du John Cena da gut ansagst, darfst du ihm später im Kino ansagen. Krass. Haben wir noch Vorinterviews gemacht und deshalb machen die Amis dauerhaft, haben wir auch nur nachgemacht. Aber bei den Amis kommt dann John Cena da durchgesprungen und die Amis rasten. Ja, Cena, ja. Und in Deutschland war es dann so, Cena springt durch und dann auf einmal Hallo, Herr Cena, schön, Sie kennenzulernen und so typisch deutsch. Und so, da war ein kleiner Junge, der hat sich sehr gefreut, aber, boah, das war schon, aber Cena super entspannt, und die Amis so, oh, der darf keinen Stress haben und der musste immer nach hinten klettern und haben was wieder zugebaut und alles. Und dann hab ich ganz oft gemacht, okay, ich geh jetzt nach hinten und spring durch, weil machen wir nachher im Kino auch so und dann rufst du John Cena, aber ich spring durch und dann ist aber Cena durch, ganz oft sowas und, äh, Cena voll entspannt, kann ich noch einen Red Bull haben, ja. Die Amis, ey, der darf sich nicht langweilen, dann hab ich mich hinten mit dem unterhalten, bester Mann. Krass. Ah, das ist noch was ganz anderes, wenn du dich so mit dem unterhältst, und das ganze Zeit geguckt hast. Ja, natürlich, das ist auch, ich durfte Baywatch moderieren und durfte auch Rocky treffen, Wayne Johnson, war auch, der hat eine Aura, ich geb dir Handy hier, Kreditkarte pin, mach. Ich würde jetzt tippen, ich weiß nicht, wann die nächsten Wahlen in den USA sind, diesmal nicht, nächstes Mal noch, auch vielleicht nicht, aber so in spätestens zwölf Jahren ist er Präsident. The Rock. Ja. Würde ich drauf wetten. Einfach nur, weil er Bock hat, das kann und sagt, komm, mein Tequila sollen alle drin. Ich glaub der, und ich glaub wirklich, der zieht es durch, der sagt ja manchmal so aus Spaß, immer so, aber wenn, warum nicht? Das ist ja die krasse Prediction überhaupt. Arnold Schwarzenegger war auch Gouverneur, haben auch alle gelacht. Ja, Gouverneur ist es nochmal. Ja, aber auch Donald Trump war auch Preskanzler. Donald Trump kann jeder Präsident werden. Ja, nach Deutschland kann echt jeder Präsident werden. Ich warte auch nur, bis du die ersten YouTuber in die Politik gehst. Dann wird zuerst Nico Bürgermeister von Stuttgart. Weißt du was? Irgendwann ist ja seine Zielgruppe im Wahlalter. Die Jungen darunter kennen ihn auch. Die Alten sind nicht mehr da oder in und da sagt er so, Leute, ich werde jetzt Bürgermeister von Stuttgart und ich kriege dafür alle dauerhaften ESN-Code. Keine Ahnung. Und so, Matthias Clemens, deine Gewerbesteuer geht hoch. Gottlos. Ja, du als Präsident, wäre witzig, als, war ja Frage bei Wer wird Millionär? Wer verdient 10,90 vom, was war das auch für eine dumme Frage? Also ein bisschen mehr, aber das war ja Ausschlussverfahren. Ja, der einzige Oppositionsführer oder Ding. Nee, Oppositions, die hängen nicht so voll. Ja, nein, aber das wäre das Einzige, was noch vielleicht irgendwie verargumentierbar gewesen wäre. Ich überlege gerade bei den Wrestlern, wen gab es da noch? Eddie Guerrero war ja, ist ja gestorben, Der ist gestorben. Dann war noch einer, Chris Benoit ist auch gestorben. Ja, aber über den redet man nicht so gerne im WWE. Ja? Er hat seine ganze Familie niedergemetzelt. Stimmt. Da hat Paul Heyman letztens ganz gut gesagt, so sportlich bester Mensch, also wirklich Top-Wrestler sportlich, aber diese Geschichte hinten raus mit ganzer Familie, kann ich verstehen. Stimmt, stimmt, stimmt. Das habe ich ver... Ähm, nee, ansonsten, was gab es da? Da ist, Big Show war... Big Show ist immer noch, der ist jetzt bei Orly Lee drüben. Der kämpft immer noch? Ja. Alter. Geisteskrank. Dann gibt's, wie hieß dieser Austin-Ding? Äh, Stone Cold Steve Austin. Ja! Der ist ja die Legende pur, der steht auch über Dwayne. Der war geisteskrank. Denn, also, Rocky ist ab und an da und elektrisiert auch alles, aber ich würde sagen, Austin ist wirklich so, Heikung ist auf drei mittlerweile, muss man leider sagen. Echt? Hm, Rocky auf zwei und Austin, da rasten alle aus, wenn der reinkommt und das B über sich kippt und sobald dieses, der kommt rein mit, guck mal, ich kriege sogar Gänsehaut, guck mal hier, wenn ich über was gering rede, wenn dieses Glas geht kaputt und Austin einkommt, die Leute rasten aus. Weil, äh, Rocky ist so ein bisschen Saubermann und Austin ist nämlich, ich sauf Bier, ich sag Schimpfwörter und klar will's keiner, aber am Ende sagen alle, ja, man! Ja, 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 ja. Der war geisteskrank. Ja, Austin Bombe. Aber meiner war Undertaker, muss ich sagen. Undertaker war der, wo ich Gänsehaut bekommen hab. Den würde ich auf Platz vier machen. Ähm, da gibt so viele gute Leute. Der war halt so ein bisschen eindimensionaler als die anderen. Der war halt... Der war diese Story einfach so, dieses so, hoch, also Undertaker brauchen. Ja, ja. Und Undertaker kennen die meisten. Also Undertaker ist, glaub ich, so, wenn du mit Leuten, die keine Ahnung haben, die sagen dann Hulkung und Undertaker und kriegen mit, ja, Rock, Cena und so, aber... Ja, true, true, true. Krass. Ey, krass. Ich hab's einmal live geguckt, da muss ich sagen, klar, das ist dann nicht mehr so da, weil die das nicht cutten können, wenn du siehst, dass die halt nicht gekloppt werden. Ja, aber, also dir... Also, als du das dann mitgekriegt hast als Kind, das ist nicht echt, hast du so, oh, traurig. Aber jetzt muss man aber sagen, wenn Jeff Hardy von 12 Meter an einen Salto auf den Tisch macht, der auch angesiegt ist, der Tisch, gar keine Frage. Aber ich glaub, danach hat er die ein oder andere Blockade. Ja. Also, ich glaub so, es ist eben Stunt-Show-mäßig so und natürlich auch diese, wenn dir ein Big Show, also dieses, wenn dir ein Big Show mit der flachen Hand voll auf die Brust taut, dieses Klatschen, der zieht durch und du hast die Hand danach wahrscheinlich noch 48 Stunden drauf. Also, natürlich ist alles abgecastet, eben GZ-Asset, aber dieser sportliche Aspekt... Ist krass. Ist krass. Der ist wirklich krass. Also, ich find, da gab's doch auch, stimmt, diesen Cage, es gab ja den, wo du rauskleistern konntest und dann gab's ja den... Ja, Helen Selle. Genau. Und dann gab's ja noch den, wo du quasi komplett um den Ring hast und auch raus kannst. Genau, ja. Es gibt eben ganz normal oder alles zu... Das andere ist einfach Käfig-Match und daraus haben sie irgendwann Helen Selle gemacht, der Undertaker gegen Mike Foley war der erste Kampf und die springen da, das sind, was sind das, 12 Meter, 14 und fallen da zusammen unter. Auf diese Commentator-Tables dort und so. Ja, also, das ist schon, ist schon was Geiles. Und ey, ich sag dir, ich hab ja mal einmal ein Wrestling-Training gemacht für meinen Kanal. Ja? Aber ich bin auch eine richtige Pfeife, ich bin richtig weich und alleine diese Ringseile sind so hart gespannt. Dieses in den Ringseilen hin und her, das tut am Rücken weh, aber ich bin auch ein Weichei. Ich glaub, irgendwann hast du Hornhaut ab und genug Muskel, aber ich bin da so rein mit David Heim, werd ich nie vergessen und ich sag, oh, David, das tut am Rücken schon weh. Er so, ja. Das ist nicht geil und ich werd nie vergessen, die Abschlussprüfung war aus der Höhe auf dem Boden geslammt werden. Und wie war das? Gut, es knallt und so, aber es kommt auf und dann eben diese Fallschule ist eben extrem wichtig und ich weiß, David Heim war so ein bisschen aufgeregt, der Gute und dann hat er so gewackelt und beim Smaschen war sein Ellbogen unter ihm. Hat er sich eine Rippe gebrochen. Aber wie ist das? Ist der Ring so, der federt, der federt? die Matte vom Ring ist vielleicht so und darunter ist Holz. Das ist ein Wrestlingring und da knallst du eben auf. Ich glaub, die Matte ist noch viel zu, es ist Fallschule, er federt natürlich, aber es ist ganz doll Fallschule und du hast, und deswegen versteht man natürlich, dass irgendwann alle eine Macke im Kopf, du hast immer, immer, also deswegen ist wie beim Football wahrscheinlich nicht das Beste für den Kopf. Digga, Digga, man denkt immer so, die hauen sich da halt nicht richtig auf die Fresse, aber das ist halt schon, also wie oft die sich da verletzen und sich auch echt gar kein Problem. Und man darf auch nicht vergessen, Brock Lesnar, ja, also der war UFC-Champion. Brock Lesnar war, der war aber auch ein Monster. Ist immer noch, der ist ja immer noch, gerade wieder da, gerade hört da so ein bisschen auf. Der ist eine Maschine und der hat in der UFC alles rasiert. Ja, Alter, die haben ja extra Handschuhe gemacht, ich glaub, der hat irgendwie 4XL-Handschuhe und dann von dem einen bekommen hast dann. Wenn du bei irgendeiner im UFC kam, ist ja in den anderen direkt am Anfang so reingesprungen, dass du so dachtest, boah. Das ist selten, wenn so einer aus WWE dann ins UFC gegangen ist. Aber Batista, Batista hat tatsächlich so gekackt. Und CM Punk hat noch mehr verkackt. CM Punk ist auch in UFC, aber ich glaub, der hat 2 Kämpfe gemacht und hat nur 1 Schlag gelandet in 2 Kämpfe und 2 Mal verloren. Das ist so, so wirklich so, der war dann aber auch, der ist jetzt dann zu der Konkurrenzliga von All Elite, hat sich da dann privat gekloppt, die kloppen sich auch öfter mal hinter der Bühne. Echt? Ja, alles Egos. Also, wie kloppen sich hinter der Bühne. CM Punk so, manche nehmen den Sport ernster nicht und da gab es wohl bei irgendeinem Main Event, also bei so einer Veranstaltung, hat er dann zu den Young Bucks irgendwas gesagt in der Garderobe und da haben sie sich gekloppt. Also so for real, richtig? Ja, for real. Das darf man auch nicht vergessen, Buett Hart, wenn du den kennst, der wurde ja in Montreal beschissen von Vince McMahon und Shawn Michaels, weil er zur Konkurrenz gehen wollte, WWE hatte. Und da am Ende war Buett Hart so sauer, Backstage, hat Buett Hart, der Sohn, der Top-Sportler war, Vince McMahon ins Gesicht geschlagen. Es wird nicht gefilmt, Backstage, Streit, Umkleide. Umkleide, ey, die habt mich gerade um den Titel beschissen, ich hab doch gesagt, ich verliere ihn morgen und mach keinen Bitch-Move, dass ich ihn, weil wenn es immer so zwei Wrestling-Ligen gibt, nehmen die sich natürlich die Talents weg. Und dann gab es mal einen Riesenskandal, dass einer bei der WWE weggegangen ist und zur Konkurrenz gegangen ist und da den Titel in den Müll geschmissen hat, von der anderen Liga ist nichts wert. Und da war natürlich Vince McMahon auch Angst, dass Buett Hart zur Konkurrenz geht mit dem Titel und sagt, guck mal, die Scheiße schmeiß ich weg und deswegen hat er ihn beschissen und dann hat Buett Hart da vor Wut Vince McMahon in die Fresse, also wirklich mit der Faust, ohne Kameras, volles Brett gegeben. Und ich glaub, wenn so ein Profisportler, besonders aus WWE oder All Elite, die eine ballert, Aber McMahon war auch stabil. McMahon auch, da brauchst du auf jeden Fall danach die Ergo-Zahn-Zusatzversicherung oder was auch immer. Ey, Digga, das ist so crazy. Ey, das war krank. Ja, nee, ich hab das so was, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Tag-Team-Zeiten, und das von Tag-Team-Champions. Ja, geile Zeit. Das war echt krass. Matt Hardy, Jeff Hardy, die hab ich auch gekannt. Gibt's auch noch, aber ein bisschen viel Drohung und Alk. Ja? Aber die waren ja auch damals so ein bisschen so nimmig. Ja, aber die kam auch, die kam bei einem WrestleMania zurück von Impact, das ist noch eine andere Organisation. Die Leute sind ausgerastet. Also ich bin ja auch so, ich feier die Alten mehr, die Alten Hasen. Und auch wenn es langsam und peinlich aussieht, ist mir egal. Ja, aber wenn man wahrscheinlich mit denen aufgereist ist. Maschine Bill Goldberg. Der ist aber noch älter, oder? Nee, Bill Goldberg hat jetzt nochmal einen One und wird wahrscheinlich vielleicht bei All Elite auftauchen, aber ich weiß es nicht. Alter, ich muss einmal so eine Folge Wrestling gucken. Da war ja, Logan war doch dort. Also man muss sagen, Logan Paul. Kannst du finden, was du willst. Was der da abgezogen hat, ist Premium hoch 1000. Der hat sich auch ein Kreuzband gerissen in Saudi-Arabien bei der Show. Was Logan Paul im Wrestling-Ring abreißt, ist nicht so diese Promis, es kommen ja regelmäßig Promis und dann legen die anderen sich nieder. Lone Paul hat abgeliefert, Dives vom Turnbuttle runter mit Wick or She sind die so, also erstmal musst du es ja schaffen, so ein Ring ist breit, dann sind beide auf die Seite gesprungen und in der Mitte des Rings zusammengeknallt. Krasser Move, aber das ist ein YouTuber, der schafft diesen Sprung Bombe. Also Logan Paul bin ich nicht so ein Fan von, muss ich auch ehrlich sagen, aber was er bei WWE abreißt, sag ich so, krassester Typ ever. Das ist echt crazy. Die machen das ja in mehreren Dates, also die spielen ja dieselbe Show an verschiedenen Orten, oder? Ja, es gibt immer diese Fernsehshows, die ausgestrahlt werden für alle und dann gibt es die Hausshows, wo sie einfach in Städten sind und die Leute vor Ort und spielen wie damals im Kolosseum und da machen sie meistens das gleiche, aber manchmal, eigentlich jeden Tag ändern sie es ein bisschen ab. Ich werde nie vergessen, das ist meine lustigste Westling-Erfahrung, da war ich, nachdem ich bei Wer wird mir mehr war, habe ich auch erzählt, dass ich Westling war, dann haben die mich immer eingeladen, die WWE. Und da durfte ich sogar, als wir in Deutschland waren, erste Reihe sitzen und bei einem Event durfte ich in der dritten Reihe sitzen und das ist so eine Geschichte, ich weiß nicht, warum ich lachen muss, aber es ist so, es ist auch zu keinem böse gemeint, aber es war so lustig, da hat Tim Wiese gekämpft. Tim Wiese hat gekämpft und dann, war das in Frankfurt? Ich weiß nicht, wo es war, ich weiß das nicht mehr. Das habe ich geguckt, in Frankfurt, als der gekämpft hat. Warst du in der Halle? Ich war in der Halle. Ich war auf jeden Fall, irgendwo war ich, ich weiß nicht, wo es war, muss ich ehrlich gestehen, vielleicht hat er zwei, und dann saß ich da dritte und dann kam mir links Sila Shahin, GZS-Z-Star, ich da, und so vor uns war ein junger Herr, der hatte, ich weiß nicht was, Trisomie-Down-Syndrom, wie man es nennt, leider krank, aber der war Hardcore-Wrestling-Fan und ist abgegangen wie nichts. Und dann kommt Tim Wiese, so dann ist es so, kurz bevor der Schiedsrichter klingelt, ist ja wirklich Ruhe in der Halle und es ist ruhig und der junge Herr steht auf, Wiese, du Hurens. Ey, ich dachte, was? Ich habe echt gelacht, mein Kumpel in mir, wie so was? Und der stand noch so vor uns, so dass alle zu uns geguckt haben und ich so, what, das hat er nicht gemacht. Und er bin noch so richtig so, weil er es fühlt so, ja, weil ich glaube, keine Ahnung, und dann hat Wiese gewonnen, er war noch voll sauer und so, aber wirklich so, stille, ne Halle, 20.000 Leute oder so wirklich und dann steht einer auf, Wiese, du. Und ich so, wow, das musst du bringen. Halt. Gibt es davon Aufnahmen? Ne, das sind die auch auf Schoß. Gott sei Dank, glaube ich, das würde heutzutage auf TikTok Milliarden-Holios machen. Der Typ, das ist ein Hardcore-Wrestling-Fan, ich glaube, damals war so Shield-in-Shield-T-Shirt, so auch so voll im Shield-Ding. Und du denkst so, wow, und alle so auch voll erschrocken, so, und ich nehme hier sowas mit Humor und Tim Wiese hat es, glaube ich, auch mit Humor genommen und dann war, okay, okay. Danach war die Stimmung auch so 10 Minuten eine andere in der Halle. Hat der das gut gemacht eigentlich? Wiese, ja, solide, solide. Also, wenn du jetzt eben überlegst, prominenter Tim Wiese oder Logan Paul, ist wirklich Tim Wiese Nissan Micra und Logan Paul Ferrari. Also, das kannst du gar nicht so ein paar Close-Lines ein bisschen abklatschen. Das war nur für die Show, hat er gut gecashed. Tim Wiese sowieso ein mega guter Mann. Also, ich finde so seine Geschichte spannend. Aber Logan Paul ist da nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ja, ja, Logan Paul, aber der hat ja auch echt sportlich, also, muss man schon sagen. es ist eine Maschine. Der reißt da richtig viel. Alter, crazy, Mann, ich hätte nie gedacht, dass du so ein Wrestling-Fan bist. Schon krass, dass du heute noch guckst. Ja, ich guck immer. Ich guck jetzt nicht alle Kämpfe, die Emotionen. Die Emotionen. Und du kannst eben sehr viel auch, also, wenn du Sänger bist, muss man mal drauf achten, wenn die richtigen Stars, die Alten rauskommen. Die Jungen kommen manchmal so in die Halle und gehen zum Ring. Die Alten, John Cena geht erst und sagt den Leuten vorne Hallo, die vorne die Building-Plätze haben. Dann geht er nach rechts, den Oberrang, Dwayne Johnson grüßt immer den Oberrang. Also, wie du die Leute bespielst, ist mir dann auch aufgefallen, wenn du so in Clubs bist und da Auftritte sind. So, auch letztens war ich im Megapark. Und wenn die da dann auftreten, machen die meistens immer nur Party nach vorne, aber rechts und links sitzen ja auch Leute und die musst du auch mitnehmen. Und da, also bei Wrestling kannst du immer noch sehr viel in Sachen Show und Unterhaltung lernen. Das ist schon krasse, also wirklich, wirklich krasse Unterhaltung. Aber, jetzt mal zurück zu dir. Was sind, was sind so Unterhaltungslehren, die du da mitgenommen hast? Weil ich muss sagen, also, man kann sagen, was man will, ob jetzt einem die Videos gefallen oder nicht. Also, ob man sagt, ah, das ist jetzt zu viel oder bla bla bla. Aber du machst das echt verdammt gut. Ich hatte jetzt, ich habe immer das gemacht, was ich gut fand, wo ich mich gesehen habe, was mein Humor ist und das habe ich umgesetzt. Ich bin natürlich, ich habe mal ein Format gemacht, Randgruppen, Witze mit Randgruppen. Das heißt, ich habe wirklich von, ich bin ja so einer, ich meine es nie böse. Ich habe alle Menschen lieb, Politik ist mir scheißegal, wer nett zu mir ist, zu dem bin ich nett. Und es gibt von, bei den Deutschen, bei Richtern, bei Polizisten, bei Leuten, die hier wohnen, es gibt immer coole Leute und es gibt Arschlöcher. Gibt es überall, muss man ehrlich sagen. Und dementsprechend ist mir so alles, ich bin da manchmal so auch voll emotionslos, weil ich denke, ich habe so viel Stress, damit kann ich mich auch beschäftigen. Und da habe ich so Randgruppenwitze mit Randgruppen gemacht und habe eben schwarzen, schwarze Witze erzählt, schwulen, dicken, dicken Witze, Polizisten, Polizistenwitze, war ein tolles Format, würde ich heute wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen. Warum nicht? Ist doch witzig. Ist auch witzig, habe ich damals alle durchgemacht, alle Randgruppen, die ich gut fand und ich war, vielleicht mache ich es auch nochmal irgendwann, aber so gerade habe ich genau wie Messen nicht die Lust zu. Wir spielen es ja immer noch auf Facebook und so aus und alles und ich stehe auch noch dazu. Natürlich nimmt man nach und nach mal ein paar Videos runter, die man nicht mehr so gut findet oder man sich nicht so gut findet, aber dazu stehe ich und ich stehe auch zu allen Witzen. Ich musste mich auch, glaube ich, noch nie für einen Witz oder irgendwas entschuldigen, weil ich meine es ja nicht, ich sage immer, ich meine es nicht böse und wenn der Witz jetzt doof war, ah, vielleicht hast du auch kein Moor, muss man ja auch sagen, aber ich weiß, das Schlimmste, wo ich wirklich den ersten Shitstorm hatte und ich hatte schon ein paar, war da, da war ich auf der Gamescom. Ja, war ich auf der Gamescom, habe mir so ein Fake-Gewiss reingemacht und ein Fettsuit an und habe dann so ein bisschen so auf krasser Gamer gemacht und da haben mich sehr viele Gamer, Influencer, also YouTuber damals und mehr, weil das andere gab es nicht, zerrissen und bepöbelt. Giga, damals gab es noch Giga, die haben bei YouTube eine Petition gestartet, dass mein Kanal gelöscht werden soll, wurde mir erzählt und da dachte ich auch so, boah, war das zu hart oder nicht und dann habe ich überlegt, sagst du, ey Leute, nimmts nicht so ernst, ist doch wirklich, ich muss ja auch sagen, ich hätte ja auch, ich liebe meinen Job über alles und jetzt hätte ich andere Zweige, wo ich weiterarbeiten könnte, wenn YouTube vorbei ist, wenn jetzt YouTube gelöscht wird, Instagram, wüsste ich, was ich anderes mache, aber ich hätte auch nie ein Problem gehabt, wieder zurückzugehen und im Kiosk an der Kasse zu stehen. Wie kam echt diese Kiosk-Sache zustande? Also wieso schon so früh so Bock auf Kiosk gehabt? Das war so, ich war mit 16, mal saufen im Kuhdorf in Berlin und dann musstest du um 0 Uhr raus als 16-Jähriger und irgendwann, dann bin ich so, dann hast du natürlich verzögert draußen, warst du um 1 Uhr, 2 Uhr draußen, hast mit deinen Kumpels noch gechillt, irgendwie im Späti ein Bier geholt, blab, und dann, ich habe ja auch kein, also ich habe ja kein Späti, ich habe ja ein Kiosk und dann bin ich nach Hause gelaufen und der Kiosk war auf dem Weg da und ich kannte die Besitzer, die waren super nett und dann haben die auch immer gebacken, weil vor 10 Jahren, als ich hatte, war es ja noch ein Backshop mit drin, und dann habe ich ja auch frühs gebacken, ich bin um 2 Uhr aufgestanden und habe aufgebacken, habe Brötchen geschmiert, alles um 5 Uhr den Laden aufgemacht, bis 19 Uhr offen gehabt, schlafen gegangen, als mal Nina, die beste Mitarbeiterin aller Zeiten, im Urlaub war, habe ich 2 Wochen oder 3 sogar durchgezogen, 2 Uhr aufstehen, 5 Uhr Laden aufmachen, backen, 19 Uhr Laden zumachen, dann habe ich noch bis 21 Uhr Call of Duty gespielt, dann bin ich pennen gegangen, weil ich nächsten Tag wieder um 2 Uhr aufstehen musste und damit hätte ich auch kein Problem, das wiederzumachen, war auch eine schöne Zeit, war eine entspannte Zeit. Wieso machst du es, also wieso hast du den Kiosk heute noch? Also wir haben den ja verkauft, nach Wer wird mir näher, war es dann eben so, also mittlerweile gibt es ja so Kiosk, Kaffeemaschinen, Leasing, heute kannst du alles leasen, damals hast du eine Kaffeemaschine von WMF, da hatte ich damals, ich weiß nicht, ob es 7 Euro, so schon ein guter Gebrauchtwagen gekostet, ich glaube meine Kaffeemaschine damals war so 8000 Euro oder Mark, ich weiß nicht mehr, ich war ein Euro mit Sicherheit, Euro gekostet, dann kommt WMF, konnte ich damals nur reparieren, dann kommt der WMF vorbei, tauscht ein paar Schläuche aus, 500 Euro weg. Und dann weiß ich, nachdem ich dann bei, ich war ja auch in der Moderationsschule bei Frank Elzner und als ich immer in der Schule war, nee, ich hab noch alles, ich hab noch still, und dann war ich in der Moderationsschule bei Frank Elzner und Frank hat dann zu mir gesagt, ey, guck mal, du musst viel mehr machen und hier mehr, weniger im Laden, du musst deine Zeit besser einteilen und dann weiß ich, kam ich eine Woche montags in den Laden, da war dann irgendein Zigarettenbestandfehler, also ey, wie steht hier, wir haben noch fünf Stangen, Malbüro, haben wir aber gar nicht mehr, dann dachte ich so, krass, jetzt sind 40 Euro weg oder so, boah, ärgerlich. Dann ging die Kaffeemaschine kaputt, kam der Kaffeemann, hat repariert, 800 Euro Rechnung. Dann hatte ich noch eine extra Kakaomaschine, super geiles Ding, war die Kakaomaschine kaputt. Bla, bla, bla. Und dann hast du, hab ich in den Laden immer nur reingedrückt und hab damals gesagt, nee, das kann es ja nicht sein, also verkaufe ich ihn, hab ihn auch sehr gut verkauft gekriegt und dann haben die Nachbesitzer eben den alle so ein bisschen runtergewirtschaftet in meinen Augen und dann war es so, dann gab es Corona und die Straße, in dem der Laden ist, wurde auch gerade so saniert, die Straßenbahn schien, ganze Straße wurde aufgerissen. Also die Scheiße ist vom Kiosk? Ja, und dann die Besitzerin hatte auch keinen Bock mehr und dann saß ich zu Hause und dachte so, boah, der Kiosk, den machen sie zu. Ist ja schade. Boah, willst du nicht so ein Social Media? Weil, kennst du Wilke, Wilke und Udo aus Ostfriesland, die so einen Bolzplatz haben und so und da immer so machen, also super Kanal und die haben ja den Bolzplatz und da haben sie das Fahrhaus gemacht und so und dann dachte ich so, boah, eigentlich so ein Social Media Kiosk wäre doch geil. Und, dann weiß ich noch, abends, dann habe ich Dimo angetickert, Pascal und Marvin, so Freunde von mir, ich sage, ey, die so im Social Media, die so im Social Media Kiosk machen, gibt es zu kaufen und dann kam so direkt so, ja, 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 dreimal ja, gar nicht so nachfragen. Dann habe ich noch Alex, Bernie und PJ gefragt, das sind wirklich meine engsten Freunde, mit PJ hatte ich die andere Firma, Alex, super, Bernie, einer meiner besten und mein Bruder, mit dem ich den Kiosk damals schon gemacht habe und dann waren wir so acht Leute und ich habe alle gefragt, ja, habe ich gesagt, Leute, ihr kennt mich, ich will es perfekt machen nach meinem Kopf, wir machen die Aufteilung der Geschäftsanteile so und ich mache das alles und ihr helft und das ist so, eigentlich war unsere Hoffnung, dass wir im Hinterraum so eine Chill-Ecke haben und immer Bundesliga gucken, aber das ist jetzt alles voller Ware und dann haben wir den Kiosk übernommen und haben den dann auf YouTube aufgezogen und oft nervt er mich, aber am Ende ist es ein schönes Projekt, es macht Spaß und das ist für mich so ein bisschen so mein Viva, so, wir haben jetzt da Lara, wir machen ja Social-YouTube-Videos, Twitch-Live und jetzt zum Beispiel haben wir Lara im Team, Lara ist für mich eine, die wird die neue Bella oder Dagi in meinen Augen und die lernst du, im Kiosk lernst du vor der Kamera zu reden, das musst du ja erstmal kennenlernen, vor der Kamera liegen, Interaktion, Film und so, das können wir alles in dem Kioskosmos machen, weil wenn wir da Versagen oder Fehler in der Produktion machen, ist es nicht schlimm und dann ist da auch der Jan, der will auch vor die Kamera, der macht das gut, jetzt haben wir Dennis da, also alles so Leute, die auch Bock haben vor der Kamera und die können das sehr gut in diesem Kosmos lernen, aber eben so eine Lara, sag ich eben, du musst auch in dem Laden arbeiten, also klar, wir filmen alles, aber du musst natürlich auch Zigaretten verkaufen, Lotto machen, DHL, Gönagy anscannen oder alles mögliche und das zeigt mir natürlich, Habt ihr Gönagy? Ey, als Gönagy rauskommt, ich bin ja sehr dick mit Kaufland, bin ich zu meinem ganzen Kaufland-Buddies gegangen, die so die Märkte leiten und hab alles, hab sehr viel, komm, gib mal, gib mal, gib mal, wir haben im ersten Monat, Wie viel hast du für Gönagy ausgegeben? Wir haben das damals, Gönagy, 1,20 Euro oder so gekauft, glaube ich, und dann haben wir es für 2,50 Euro verkauft und im ersten Monat, wir haben einen Onlineshop, der so gut läuft, also für ein Kiosk und Spaßprojekt, haben wir 1.200 Dosen Gönagy verkauft im Onlineshop. Krass. Ja, ich hab letztens Monti getroffen, ihm erzählt, jetzt hab ich auch seinen Geschäftspartner von Gönagy, er so, Mann, hättest du doch geschrieben, hätten wir was, hättest du nicht immer zu Kaufland klauen, also wirklich, ich bin da hin, es hat früh um sieben aufgemacht, schnell rein, wie so, papp, papp, raufgepackt und weil meine Kaufland-Leute mich kennen und ich auch mit Kaufland-Arbeitete, haben sie gesagt, ja, okay, ist okay, wenn du mal ein bisschen mehr nimmst und es passt schon mit deinem Kiosk, ist ja nett alles und dann haben wir so viele Dosen rangekriegt und dann haben wir die alle verzockt. Man muss auch sagen, es gab dann auch, dann hieß es, bei uns gibt's Gönagys, dann hat zum Beispiel auch ein Kaufland, war ja sympathisch, dann gab's eine andere Marke, die war für uns, also einen anderen Supermarkt, der ist für mich auch sympathisch, da hat der Leiter gehofft, ey, wir finden diesen Montana Black kacke, ihr könnt alle Dosen haben, ich will den Aufsteller gar nicht rausstellen, dann hatten wir auf einmal einen Aufsteller und so, aber die Dosen echt gut rausgeballert, ging echt ab, muss man sagen, also sogar mehr als Dirty am Anfang. Ja? Ja, die meisten gehen ja wieder weg, Dirty kauft kaum noch jemand, Sugar Mama ist auch wieder weg. Aber wie läuft sowas, das, was ich mich so frage, ist Day One-mäßig kommt jeder, probiert das und wie machst du die zweite Bestellung? Ja, es ist alles Wette, also ich glaube, wobei ich denke, dass bei Monte, der hat eine starke so Core-Organz. Ja, und der Preis-Leistung ist auch okay, bei Schirin auch, aber bei Eistee ist das mal das Problem, Eistee ist ja, warum machen alle Eistee, weil es das günstigste Produkt ist. Eistee kannst du am besten abführen, günstiges Produkt, hast viele Geschmäcker, so dann machst du einen Eistee und dann trinkt es der kleine Tim, so kauft, geht so in so einem Kiosk bei mir, weißt du trinkst, kaufst du einen Eistee für 2,50 Euro, aber auch im Supermarkt für 1,50 Euro oder so. Und 2,50 Euro schon da, also schon für ihr. Ja, wir verkaufen gerade Prime, wir importieren Prime aus, die muss sagen, eine Flasche Prime kostet bei uns 10 Euro. Was? Du musst ja auch Gewinn machen. Ja klar, du musst ja selber kosten. Leute, wir müssen mindestens 1,5 oder 2 Marge haben, sonst lohnt sich der Bumms nicht, die Mitarbeiter und alles drumherum. Und ich glaube, eben der kleine Tim trinkt dann den Eistee von irgendjemandem und dann gibt Tim Mama noch einen Schluck und dann sagt die, Tim, wie viel hast du bezahlt? Und dann sagst du, ja 1,50 Euro. Und dann sagt, gibt es dir eine Backpfeife? Und dann sagt, den gibt es von A und P oder keine Ahnung, von der Eigenmarke für 39 Cent. Sagst du, ja stimmt, okay, dann kaufe ich nächstes Mal doch wieder da. Bei Energy ist es ein bisschen anders. Energy ist sowieso hochpreisiger, muss man sagen. Monte hat zum Glück nicht die gleiche Größe genommen wie Red Bull, sondern du hast mehr. Und jetzt... Ist das gut? Weiß ich nicht. Also ich glaube, es funktioniert sehr gut. Also wenn man jetzt sieht, Monte, ich glaube, der hat eben Geld investiert, hat da so und so viele Dosen gekauft. Ich glaube, 18,8 Millionen Dosen. Ja, ich bin ja in vielen Gangs unterwegs. Ich verstehe mich mit Red Bull gut, aber auch mit Effekt, mit Rockstar von Pepsi. Ich habe jetzt schon von Himann gehört, die Zweifel, die zahlen so ein bisschen an. Okay. Aber das ist mir auch alles egal. Also ich sage es dann erst, weil ich erzähle sehr gerne, weil Gönnegy ist für mich eine Erfolgsstory, weil alleine im Kiosk wirklich... Er hat das voll geil gemacht? Ja. Also aber auch im Kiosk, wir hatten nicht, dass die Schüler, die nicht bitte da gesagt haben, die kommen nach der Schule in den Kiosk, weil sie Angst hatten, dass wir kein Gönnegy mehr da haben. Also wirklich, das war wirklich... Und dann hier, hopp. Und wir haben eben bei uns ab 16, wie oft die Kinder auch weggeschickt haben und die dann traurig waren. Und dann hatten sie vielleicht der größere, der 16 ist, fünf Dosen genommen. Ja, komm. Was du dann machst, wenn du jetzt hier vor mir stehst, fünf Dosen willst, nimm sie mit. Wenn du die draußen dem 14-Jährigen, 13-Jährigen gibst, das ist dein Problem, musst du damit ein Karma klären. aber Gönnegy auf jeden Fall Erfolgsstore. Und ich glaube jetzt, dann war es ja ausverkauft, alle wollten es haben, keiner hat es gekriegt und jetzt ist es wieder da und jetzt ist bei Monte, glaube ich, die Frage, ob er sich im Handel halten kann. Weil Handel ist das härteste der Welt, wenn du da eine Woche zu lange im Regal stehst und keine Umdrehung hast, schmeißt dich Rewe, Edeka, Kaufland oder sonst wer raus. Ja, das ist echt hart. Nee, ey, ich würde es ihm gönnen, weil Monte sehr, sehr lange, glaube ich, aus seiner Marke nicht das rausgeholt hat, was er hätte rausholen können. Jetzt hat er ein Produkt gefunden, was er gut findet. Ich glaube auch, dass die Leute das mitmachen und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde zum Beispiel das Blaue, muss ich echt sagen, das ist eines der krassen, was ich getrunken habe. Es ist witzig, Blau läuft bei uns, Rot läuft gar nicht. Ja, Rot ist... Hier, wie es da steht, Gelb. Gelb geht... Gelb ist krass. Gelb ist der Bitcoin, Blau ist so Ethereum und Rot ist bei uns Dogecoin. Das muss man wirklich einmachen. also die meisten sagen, Gelb ist das geilste, dann Blau, aber Gelb ist so ein Tropical-Ding. Und dann kam wieder TikTok, hast du wahrscheinlich mitgekippt, dann gab es ja Rainbow. Hast du alle drei genommen und zusammengekippt und hattest du Rainbow. Nein. das ist von Monte Jackpot gewesen, ich kaufe drei Dosen, geil, komm, komm, komm rein da. Nee, ey, ich gönn's ihm, weil er hat echt lange, lange, lange nichts in die Richtung gemacht und jetzt so einen Move zu haben, ich hätte ihm Eistee Eistee auch gegönnt, weil er überlang diese Lipton-Dinger trinkt und er liebt. Ja, aber Eistee war platt, ich persönlich, es war ausgelutscht, wenn ich jetzt nur wirtschaftlich rangehe, nicht moralisch, hätte ich bei ihm total, also sorry, Vapes hätte er machen müssen, in meinen Augen, ich weiß nicht, ob er welche gemacht hat oder geplant hat, jetzt moralisch gehen wir raus, aber nur wenn wirtschaftlich Vapen, Zigarettenmarken dann als nix? Naja, man muss ja sagen, ich krieg's ja im Kiosk mit. Zigaretten ist immer noch der Kundenbringer, durch Zigaretten kommen die Kunden rein, kaufen sie und nehmen dann noch das, das, das mit. Ich hätte nie gedacht, dass wirklich, wir haben angefangen, da kamen ja gerade die Vapes, dass wirklich, wenn ich überlege, wir haben früher 100% Zigaretten gemacht, sind jetzt schon 40% oder 50% Vapes. Natürlich Eikos und so, also die Raucher reihen ja nicht auf. Und auch, das ist ja auch mein Highlight gewesen, als ich den Laden vor 10 Jahren hatte, hatte ich einen Tim als Kunde, der hat gesagt, du Aaron, bei 5 Euro höre ich auf, die Scheiße, 10 Jahre später kostet die Scheiße 10 Euro und der kommt immer noch rein. Was kosten Zigaretten gerade? Schweinevieh. 8 bis, also die kleinsten Boxen, 8, 9, 10, das gibt ja alles, 8 Euro, 5 die Hersteller, dann ist da immer eine mehr drin, eine weniger, dann ist da wieder eine Steuer, das ist zu viel Geld. 20 Kippen, 8 oder 9 Euro. Ja. Das ist, wir brauchen, ich bin ja Nichtraucher, ich sage auch immer zu meinen Neffen und Nichten und allen, wenn die bis 8 nicht rauchen und bis 18 zahle ich den Führerschein, ruf jemand Mike von der Fischakademie und sagt, Mike, ich habe da wieder einen und deswegen rauchen, aber wir verkaufen sie eben und die Leute nimmst und das ist erlaubt und deswegen, Vapes, glaube ich, wird krass gemacht demnächst, ich glaube, der Staat würde sagen, diese ganzen Geschmäcker müssen weg, Tabakgeschmack fertig oder gar nicht und umweltmäßig, aber wenn man jetzt nur wirtschaftlich rauf geht, wirklich so Moral weglässt, Monte Vapes, wäre steig gegangen. Ja, wäre steig gegangen und deswegen, Energy funktioniert auch, glaube ich, bei ihm super gut und ich glaube, wenn ich Monte wäre, ich würde Duftbäume machen, ich glaube, der hat so eine Golf-BMW-Zielgruppe, die sich schon Get-on-my-Level-Duftbomben-Minze hinhängt. Wäre doch witzig, wenn du was mit dem machst. Wir haben jetzt nicht den großen Kontakt, ich habe ihn jetzt letztens beim Event gesehen, dann haben wir so ein, zwei Mal geschrieben und ich finde gut, was er macht, also brauchen wir gar nicht drüber reden, ihm kann auch alles egal sein, hat er sich erarbeitet und ich finde, muss man sagen, jetzt ohne die beiden zu vergleichen, Pocher und Monte haben so beide das Gleiche, die sind finanziell durch und deswegen ist ihm scheißegal, was alle über sie denken. Pocher sagt, was er will, egal wie man das findet und Monte kann auch sagen, was er sich will, weil er sagt, wenn jetzt der Tim nicht mehr mein Fan ist, dann tut es mir leid, aber Gott sei Dank kann ich meine Miete dann noch so zahlen. Ja, ich verstehe. Ey, nein, ich finde das fett, also auch diese ganze, diese ganze Gönnergy-Nummer, ich gönne es ihm, aber ich habe es jetzt auch gesehen, so bei anderen, das ist echt krass, das ist ein struggelndes Thema, zweite, dritte Bestellung. Ja, dritte und dann bestellst du die und was ist, wenn es nicht getrunken wird, was hast du für ein MHD drauf? Ja, ja, ja. Insofern Lagerkosten, die Leute gehen ja auch davon aus, jetzt egal ob Schirin, Katja oder Montes, dass du an so einen Dosen Million verdienst, aber am Ende darfst du nicht vergessen, der Handel macht 50 Cent, äh 50 Prozent, 40 bis 50 Prozent. Ja, ey, Handelsmasch, das ist knallhart. So, und jetzt lass so ein Gönnergy eben 1,50 Euro kosten, 75 Steuer erstmal weg, bla bla bla, du musst es über Masse machen. Du musst es über Masse machen. Ja, ja, also wenn Leute, Leute haben ja, ich habe neulich so ein TikTok gesehen, wo Leute so dachten, ja, safe kriegt Monte 1 Euro Gewinn von einer Dosen. Ich habe mir so gedacht, yo, Bro. Ja, dann kauft Monte in zwei Jahren Red Bull, wenn er wirklich 1 Euro kriegt. Nein. Also, Bro. Also, ich würde tippen, wenn er Gutes hat dazwischen, hat er, weil er hat ja auch noch Geschäftspartner und alles drumherum. Wenn es Gutes hat, Monte 10 Cent pro Dose draußen. Achso, du meinst Monte Monte. Monte Monte am Ende. Nicht Gönnergy, sondern. Monte 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 hat am Ende, wenn es gut läuft, 10 bis 15 bis 20 Cent bei sich auf dem Brett liegen. Aber da wissen wir, zwei Jahre später kommt nochmal wieder jemand und will die Hälfte abhaben. Ja, ja, ja. Also, das ist, da kommt man schnell, ist sehr verlockend, so Milchmädchenrechnungen zu machen, so zu denken. So Julian Bambs Steuerrechnung. Ey. Ja, wir haben ja damals gesprochen, erst wieder mit Ron und Ding und da waren wir auch kurz davor und dann haben wir das ja auch gelassen. Ich weiß, vielleicht gibt es ja auch Comeback. Das hätte ich echt gerne gemacht. Ja, aber auch alleine, egal was für ein Getränk machst, muss man ja überlegen. Sagen wir mal, ich denke, es wird alleine die Verpackung, Fun, dieses Fun-System, wenn du irgendwann mal irgendwelche Produkte rausbringst. Also, ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist einmal, was ihr macht, Klamotten, weil Retouren ist, glaube ich, Horror. Retouren ist wahr, ja. Wenn alle LMXL, weil ich weiß ja nicht, wie gerade meine Form ist, dann ist ja auch die Frage, ich bin ja gelernter Hinausstatter für Maßbekleidung und mit 1, muss man einmal sagen. Und es ist ja so, T-Shirts können ja verschiedene Längen haben. Also ein L ist nicht eine L, du legst drei L nebeneinander und die können unter, da hast du einen Spielraum von Toleranz 0,5. Ich habe mal gehört, plus 2 Zentimeter, minus, keine Ahnung. Also bei uns ist 0,5 die Toleranz. Also 5 Millimeter. Ja, genau. 5 Millimeter. Aber am Ende, wenn 1,5 Millimeter zu kurz ist und 1,5 Millimeter zu lang, hast du wieder einen Zentimeter und dann hast du den Umtausch, da ist Horror und ich glaube, alles, was mit Batterien zu tun hat, Horror und Fun. Ja, ey, das ist halt ein krasses System, was du hinten dran brauchst. Ich kenne ja jemanden der Ort, auch Red Bull und so und wenn du Flaschen, Alter, wenn du eine Brauerei bist, wie viele Flaschen du da haben musst, wie viele gerade unterwegs in der Reinigung sind, wie viele bei den Händlern stehen und wie viele bei Tim zu Hause am Bierkästen steht, musst du ja so viel Cash in Pfandflaschen haben, da ballert dich weg. Und das finde ich schon krass und natürlich dann Batterien ist ja auch Horror. Es gab ja mal, kanntest du, die zwei krassesten Hacks, die ich in den letzten zwei Jahren hatte, war einmal der, kennst du diese weiße Apple Powerbank, die alle haben? Ja. Das war so geil, wenn du die bei Apple bestellt hast, kamen die aus den Niederlanden und da ist irgendeine Säure, irgendwas von Apple, irgendwas drin gewesen, was du aus Deutschland, aber nicht in die Niederlande wieder einführen darfst. Also haben sich alle diese Batterie, dieses Powerbank geholt für 110 Euro bei Apple und da hast du bei Apple angerufen, also ich habe es natürlich nicht gemacht, aber ich habe von Freunden gehört, die haben dann bei Apple angerufen und gesagt, ey scheiße, ich habe ein iPhone 10, da geht die Powerbank gar nicht. Hat Apple gesagt, ja dann zerstör sie bitte. Kriegst dein Geld wieder, zerstör sie bitte. Dann haben alle die Powerbank umsonst gehabt. Ich natürlich nicht. Ah, verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Ein Glitch, um Powerbank vor viel zu kriegen. So ein Glitch für gratis Powerbank, ja. Ja, Glitch für gratis Powerbank. Dann gab es ja auch noch den Glitch für, das war auch so, das ging so ab, das war, da war ich sehr früh drin, aber, also nicht ich, ein Kollege hat es mir erzählt und es gab da den Paypal-Glitch, den Paypal-Visa-Glitch. Das war so krass, du musstest dein Paypal-Konto auf argentinische Pesos umstellen. Du kannst bei Paypal sagen, mit welcher Währung du zahlen willst. Okay. Dann hat man das auf die argentinische Pesos umgestellt, dann hast du Paypal von deinem Konto abziehen lassen und durch den Umrechnungskurs, nagel ich mich nicht fest, ich kenne Leute, die hat einen Rechenfehler, nennen wir die Person Pascal, ja. Okay. Pascal hat dann, hat sich von seinem Ein-Paypal-Konto, Pascal Roschke. Nee, Pascal ist wirklich so, Pascal von Pascal eben. Und Pascal hat dann, hat dann gesagt, okay, ich überweise von einem Paypal von mir auf das andere 10.000 und das Paypal-Account, was überwiesen hat, hat sich von der Visa das Geld geholt, ja. Mhm. Und am Ende, hat die Visa sich vom Konto geholt, aber am Ende, sag mal, hast du 10.000 rübergeschickt, aber es wurden dir nur sechs abgezogen. Oh shit. Schade, wenn man Limits hatte. Und wie oft konnt ihr das machen? Na, das ging ja dann irgendwann auf Bild, das ging auf MyDeals, also MyDeals ist ja so die größte, ich liebe MyDeals, die größte Schnäppchen-Plattform. Das ist so eine App, da sind eben so eine Glitches, da hast du Hardcore-User. Dann ist dann auch so, okay, warte mal, wenn du jetzt bei Amazon ein Power-Abo von Feuchttüchern für Baby-Posts machst und das so und so, dann kriegst du sie für die Hälfte vom Preis. Da sind so, bei MyDeals sind so die richtigen Psychos. wie mit Amazon gut, nee, mit PlayStation gut haben und dann hat einer das probiert, das, das, das und ich würde, ich glaube, also wenn du mich fragst, man darf nicht vergessen, MyDeals hat glaube ich mehr Besucher als Bild.de und Bild hat auch berichtet drüber. In Deutschland, das ging weltweit und das ging in alle Foren, ich würde sagen, ist ein Milliardschaden. Haben die Leute das wieder, also hat PayPal das wieder sich holen können? Also von Pascal habe ich gehört, die haben noch nicht angeklopft und es ist jetzt schon ein halbes oder ein Jahr her. Ist ein riesen, war bei Bild riesengroß, bei MyDeals und ich glaube, das waren, MyDeals hat so Gradzahlen, wenn er heißt, es geht nach oben und nach unten und es hatte gefühlt zigtausend Grad, also da haben es alleine, würde ich sagen, bei MyDeals haben das gemacht locker 50.000 bis 60.000 Leute. Bei Bild dann nochmal, dann haben ja alle Kollegen dich angerufen oder du sie, hast du das mitgekriegt? Hast du eine Visa? Ich glaube, das war, das war schon okay. Ich habe es natürlich nicht gemacht, weil ich ein rechtschaffender Bürger bin, aber von dem Pascal habe ich gehört, dass er es gemacht hat. Der hat richtig geballert. Alter, stell dir vor, du machst mit so einem PayPal-Glitch und machst so irgendwie einfach so 50k. Überleg mal, du mal wirklich, aber meistens hat man ja Limits auf Kreditkarten und ich habe ja, also, Pille, Palle und wenn du dann aber irgendeine Firmen-Account hast, es gibt so viele Glitche, es gibt ja auch diese ganzen Cashback-Anbieter und da habe ich mal von einer Dame gehört, die hat bei einer Bank gearbeitet und hat für alle Leute die Reisebuchung gemacht und hat das alles über ihren Cashback-Link, die hat ein fünffaches Gehalt gekriegt von dem, was sie bei der Bank verdient hat, weil sie die ganzen Buchungen, dann ja, buchst eine Reise vom Chef für 10.000 Euro, 5% Cashback, alles klar, nehme ich mit und machst das für die ganzen Frauen, die hat anscheinend so viel Geld verdient, haltet ich, ey, krass, Digga, what the fuck, deswegen MyDeals gucken, das kann ich immer nur sagen. Also MyDeals ist so deine Morgenroutine? Ja, ich gucke immer an Schnäppchen so, ich sammle ja auch Lego sehr doll, ja, ich bin da auch durch den Held der Steine reingekommen und alles. Lego ist aber geil. Ja, und dann eben, wenn hat MyDeals manchmal so, ey, bei Talia gibt es jetzt 15% und wenn du das dann da so und so machst, dann kriegst du da nochmal Prozente und dann gibt es so Apps, wo du guckst, was ist es wert und dann kaufst es quasi geschlossen lagst du? Ja, ich lasse OVP, ich habe mittlerweile, glaube ich, ist jetzt 300 Sets von eben klein bis, meine Frau hasst mich immer noch dafür, wir sind ins Disneyland Paris gereist und vom Disneyland Paris ist ein Legoland und da gab es noch den Todesstern, der ist aber so und ich direkt gehoff, wir müssen nochmal ins Hotel zurück, den wegbringen, mussten wir die Koffer zusammentun und den, irgendwie das mal den da reinkriegen und ich bin echt Klemmbausteinebombe. Da gab es ja, habe ich irgend so ein Ding gesehen, dass das scheinbar mehr Rendite macht als Gold. Ja, das ist aber, so ein Standard-Ding, so wie wo auch so Dogecoin macht mehr oder dieses so, ich glaube, ja, also es ist gut, es macht Rendite, es gibt Sachen bei mir, also ich kann ja mal gucken in meiner App, Du hast deine Lego-Sammlung in der App? Ja, in Brickfact habe ich sie Alter, Aron, ich feiere dich, du bist komplett verrückt und da ist es, wir laden deine Daten, ich habe ja vorhin auch hier das WLAN gekriegt, ich glaube, vielleicht habe ich auch gerade mit den Sets laden fehlgeschlagen, ach, hier euer Internet. Hatte ich Internet? Ja, habe ich eigentlich. Krass. Ich glaube, ich habe Sets im Wert von 12 und die sind 15 wert oder so. Aber geil. Es ist ein geiles Hobby. Du brauchst viel Lagerfläche. Ja, da habe ich Glück gehabt, ich habe ja Keller und Immobilien, wo ich dann das lagern kann. Und das ist quasi, wie läuft so ein Lego-Handel ab? Das heißt, da kauft ihr das dann jemand ab in 10 Jahren? Du stellst das bei Ebay rein, das ist ja genau mit den Sammelkarten. Aber weil die halt dann irgendwann nicht mehr produziert. Genau, genau. Die Sets werden irgendwann von Lego nicht mehr produziert. Titanic, Taj Mahal, alles mit Herr der Ringe, Harry Potter und so. Und dann gibt es eine bestimmte Sorte. Ich habe ja auch in irgendeinem Tag gibt es einen Gunther, der das aufreißt. Und irgendwann gibt es aber immer Leute, die in das Game noch reinkommen oder mehr wollen. Und dann hofft man, dass man es verkauft. Das Angebot Nachfrage wie von Sammelkarten, Autogramme, Gold, Krypto ist ja auch Angebot Nachfrage. Gibt es da so ein krasses Lego Set, also so das Glurack von Lego? Boah, ich weiß, dass es mal wo es eins gibt, das wurde nur auf einer Messe verkauft ein paar Mal und davon, es hat damals 30 Euro oder so gekostet und es geht jetzt schon so viel 5,000, 6,000 weg, weil es aber auch da nur so exklusiv gab. Aber das hast du dauerhaft. Dass du solche... Ja, also dass es so exklusiv gibt. Aber ich muss mal, ja, irgendwie lädt die App nicht oder keine Ahnung was. Lego muss mal anfangen, so Päckchen aus rauszubringen, wo du dann... Wo du dann nicht weißt, dass es drin ist. Ja, wie bei FIFA. Ich... Digga, das ist Lego schon geil, aber ich hätte niemals die Geduld, das Ding nicht aufzumachen. Doch, ach nee, nee, ich pack denen kategorisieren, wen hab ich was, bup, bup, bup. Ganz oft kriegst du dann was geschenkt, bringst du... Ich hab da so ein Zimmer, bringst du rein, guckst du rein, super. Redest mit anderen Lego-Süchtis, einer der größten Lego-Süchtis, Sebastian Puffpuff. Wer ist das? TV-Total-Moderator, der Neue? Ja. Lego-Sucht überhaupt, hast du das halt schon, ja, guck mal da, Jonas, das und das, richtig, richtig gut. Also, das ist wirklich echt witzig, aber irgendwie spinnt die App. Ist das so eine App? Ich liebe Lego. Krass. Klemmbausteine insgesamt. Lego ist ja der Begriff eigentlich, die Marke ist Lego, aber dieser Stein heißt ja Klemmbaustein. Klemmbaustein? Ja. Ich muss sagen, ich will da schon, wenn ich da am Legoland vorbeigehe, ich will jedes Mal einmal reingehen und mir fetzt, fetzt, aber meine Freundin immer in meinem Ohr. Nein. Sagst du Invest? Ja, das wird jetzt mein nächster Trick sein. Ja, sagst du, jetzt gibt es leider keinen Minuszins mehr. Guck mal, Minus, wir müssen jetzt rein. Was sind so Sachen, die jetzt so bei dir anstehen? du bist ja jetzt gerade, du hast gesagt, du machst viele Sachen neben YouTube, also quasi Startups und Co. Dann hast du den Kiosk, dann hast du deinen eigenen YouTube-Kanal, dann machst du das mit Marvin, dann... Also, was steht an? Boah, wir wollen den Kiosk als Franchise machen, also, dass überall hier in Stuttgart ein Kiosk sein. Wenn du sagst, ey, Nico, wir wollen Kiosk machen, sag ich, wir haben gute Kontakte, wir haben ja gute Kontakte zu Red Bull, wir haben gute Kontakte zu MBG-Gruppe, also, wir haben Salitos-Effekt, Hitchies, Leckerland, die dir Zigaretten und alles liefern, plus... mit Placements gefüllt? Nee, nicht mit Placements, dass du einfach gute Einkaufspreise kriegst bei den Händlern. Also, das ist gar nicht jetzt dieses Social-Metraining, sondern wir haben das gut. Ah, okay, Kiosk ist ja auch oft irgendwie staubig und eklig, wir haben ein gutes Kiosk-Konzept mit Regalen und so, also wir sagen eben, okay, du kriegst unseren Regalbauer, bup, 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 du kannst unser Logo nehmen, du kriegst von uns die Direktkontakte zu den Herstellern, ohne dass du über Metro oder sonst wen gehen musst, plus, wenn du willst, und das ist ja, alle wollen berühmt werden, bauen wir dir noch ein, sagen wir, was du dir für ein Twitch-Setup kaufen musst oder TikTok und dann installieren wir dir das und erklären dir so die Welt, alles drumherum, plus, dann ist eben mein Ziel, eben, wenn wir irgendwann vielleicht 20 Kiosk geschaffen, deutschlandweit, dann hast du ja schon eine Macht, wenn die alle irgendwie 10 Dosen Gönnergy am Tag verkaufen, dann machen die also alle 300 Dosen Gönnergy, mal 20, bis dann schon bei 6000 im Monat, auf ein Jahr wärst du dann bei 60, also bei 72.000 Gönnergy-Dosen und da kannst du dann mal zum Monte hingehen oder zum Knossel und sagen so, Alge, mach mal jetzt gute Einkaufspreise, dann bist du der böse Handel, der 40% Marge will. Also das ist so ein Spaß, das machen wir so nebenbei, jetzt haben wir ganz viele Anfragen, dafür brauche ich jemanden, der das sortiert, hinter der Kameraproduktion nichts, was mehr Spaß macht, also hinter der Kamera sein, O-Töne fragen, Konzepte arbeiten und so, da haben wir auch schon so drei, vier gute Konzepte, produzieren auch ein paar Kanäle, die eben nicht Hey Aaron oder Marvin sind, wo man gar nicht denkt, dass wir hinter sind, das macht sehr viel Spaß, mit der Familie glücklich werden, ist glaube ich ganz, ganz wichtig, Hey Aaron, mal gucken, wie lange ich es noch mache, mein nächster super Point ist, wenn es klappt, drehe ich nächstes Jahr mit Terrence Hill und wie geil werden das erste Video, Bud Spencer, zweites Terrence Hill, ich bin weg, hätte schon ein Level, aber ich lieb es zu sehr, deswegen hätte ich wahrscheinlich Terrence den Fragen, ob er mal eine Abmoderation aufnimmt und dann, wenn ich irgendwann mal aufhöre, auch in 30 Jahren, dann kommt so, ey mit mir, mit Bud hat es gestartet, mit mir hat es geendet, das war es bei Hey Aaron, tschüss, gar nicht von mir, sondern von ihm gesagt, ich glaube das wäre so schön, um rauszugehen, wahrscheinlich in 30 Jahren wissen die Kids leider nicht mehr, wer die sind, aber ist mir egal. Hast du dir mal Gedanken gemacht, so fernsehmäßig oder sowas zu machen, weil ich würde schon, du hast schon so ein bisschen so Stefan Raab-Vibes auch. Ja, ich habe also, Stefan, der König von allem, ich habe ja auch die TV-Total-Stimme bei mir im Team, der moderiert ja, also wenn ich so Off-Stimme brauche oder so, macht das ja immer Mannix, ist ein Traum, aber TV wuppt mich gar nicht mehr so doll, weil ich, also ich mache ja auch regelmäßig TV, ich habe bei Kampf der Reality Stars, da wusste du übrigens auch nicht genau, ne, da habe ich die Backstage Show moderiert, ich mache jedes Jahr was zu Promi Big Brother, ich mache so viele Sachen, dass ich immer TV mache und ich mag auch TV, aber TV sind zu viele, also und, und da habe ich Leute, ich mag es immer so, wenn ich so, eine Zeit lang war es geil, habe ich immer ein Jahr lang Hey Aarung gemacht und bin der Kopf von allem und sortiere und dann war immer ein Monat Promi Big Brother, habe ich moderiert, online auch TV ab und an und bla 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 und dann hattest du jemanden, der dir alles sagt und du warst nur die Marionette, war dann einen Monat schön, aber dann willst du doch wieder dein eigener Boss sein und deswegen TV, wir produzieren ja, ich produziere gerade, ich mache, ich bin regelmäßig bei KW1 zu sehen, ich produziere gerade zwei Formate, die im TV wahrscheinlich ausgestrahlt werden, also eins schon ziemlich safe, eins müssen wir mal gucken, hinter der Kamera ja, aber ich, wenn ich Bock habe, gehe ich rein, moderiere da irgendwas mit, aber muss jetzt nicht sein, YouTube ist die schönere Plattform. Ja, safe, 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 weil ich, ich muss sagen, du hast echt, also du als Person, als Content-Technisch halt, du kannst so viel krassen Shit machen, also alles, was man mit dir so high-level produzieren könnte, das wäre, aber das machen wir ja, wir bei Lanz im Studio produzieren für Join und alles drumherum, aber auch für YouTube, High-End-Quiz-Shows und alles drumherum, kommt manchmal gar nicht so gut an, wie man denkt, dann geht man doch wieder auf eine Messe, aber deswegen ist so TV und man muss jetzt auch sagen, wir sind viel Social-Nasen und echt von Gagen verwöhnt. Echt? Ja, das ist, also ich bin ja, ich würde sagen, ich bin einer der wenigen YouTuber, der TV und YouTube so vernetzt ist, der die wichtigen Nummern hat und alles drumherum und wenn ich dann so mit Kollegen rede, wenn du jetzt auf einmal sagst, oh Aron, ich will unbedingt in eine Kochsendung, Dicke, klar kannst du Küchenschlacht machen, aber kriegst, bist du einen Tag drehen oder zwei, kriegst 500 Euro, was eine Menge Geld ist, wenn du dann aber überlegst, du machst eine Werbung für die geilen Schoko-Bedinger, die wir da gerade gegessen haben, kriegst wahrscheinlich mehr und das ist ja das Problem der Influencer, die sagen viele, ich will ins TV, ich will ins TV und denken, dass sie da fettes Geld verdienen, aber im TV verdienen das fetteste Geld die Produzenten, deswegen produziert der ArabTV total mit, deswegen hat ja Günther ja auch I und U gemacht, als Moderator kriegst du immer eine solide Gage, wo du nicht klagen kannst, aber das große, die Influencer sind schon echt überbezahlt und verdienen am meisten Geld, ich würde sagen, Fußballer sind doch vor uns und dann kommen Influencer. Was vielleicht, du kennst ja von beiden Seiten, also von Influencer sein selbst und von Manager, was sind so Größenordnungen, wo du sagst, ey, so und so viel, jetzt von jemand mal, keine Ahnung, sich daheim fragt, wer verdient denn da ungefähr wie viel? Ja, jetzt wenn man, also wie meinst du, im Fernsehen? Ja, so, keine Ahnung, im Fernsehen, Influencer, so auf ein Jahr gesehen. Boah, das ist unterschiedlich. So ein Günther ja auch, bei einer Wer wird Millionärfolge, würde ich sagen, ist er schon bei 50 bis 100 für eine, was eine Menge Geld ist, aber ich bin ja auch beim, das ist ja Champions League, ich bin beim Placement bin ich auch zwischen 50 und 100 auf, wenn ich so ein Werbevideo, Praktikum bei, ähm, Aldi oder so. Ja, bei Aldi sagen wir mal, oder Kaufland, 50 bis 100. Und dann kannst du ja, auch mit Günther ja auch, Wer wird Millionär, wird ja überall verwertet und Dingsbums Kaufland wird auch überall verwertet oder was auch immer. Buyout, da bist du schon, das ist schon Endlevel. Aber bei Günther ja auch, bleibt es hängen und die ganze Welt wird mir, naja, Produktion ist wahrscheinlich, das ist ja seine Gage, du kriegst ja auch deine Produktionskosten, musst du bezahlen von den 50 bis 100. Alles drumherum, aber was sind Produktionskosten? Ja, also bei dir jetzt überschaubar. Ich habe Mitarbeiter, die angestellt sind, na klar hast du diesen Druck, du hast den Druck, du musst die Mitarbeiter reinkriegen und wenn du, ich habe echt hohe Kosten und dann aber trotzdem, bei 400 Mitarbeitern im Jahr musst du Minimum 50 machen im Monat. Ja. Also Minimum netto. Genau, ja und dann gehen ja noch andere Reisekosten, die es da, wir haben mittlerweile drei Firmen wegen, die Mitarbeiter nutzen, um von A nach B zu kommen, da kommen dann noch wieder ein paar dazu, dann kommt ja auf einmal eine Knappschaft um die Ecke, übrigens, was macht ihr überhaupt für uns? IHK, cool. Also da kommen ja super vier um die Ecke Miete für Büros, aber ich miete eigentlich in meinen eigenen Immobilien, weil ich zu geizig bin. Irgendwie, dann lauft man lieber. Gut, dann hast du auch Kreditkosten. Ja, also das ist schon eine Menge, aber das ist eben glücklich und das hat mir das mal jemand gesagt. Das letzte Mal, als ich vor Glück geweint habe, war Calvin Jones, ja, krasser Musiker. Wir haben im Kiosk das Format Kioskonzerte. Da ist, dann kommst du vielleicht im Kiosk, ich werde nie vergessen, Calvin Jones sitzt da mit seiner Engelsstimme und singt so und dann kommt so ein Standardkunde rein, den nennen wir immer Harry, so ein Standardkunde und Calvin Jones singt so wirklich das schönste Lied und dann kommt, dann kommt er, er hat gerne Packung, ein Bebe und eine Sternburg und das ist eben ganz geil und als Calvin da, als ich dann den Leuten gesagt habe, wir machen meistens so, kennst du Calvin Jones und sagst du, ja, ja, klar kenn ich. Ja, gibst du mir ein Euro, kriegst ein Privatkonzert und die Leute raffen es dann nicht und dann sagen die meistens, sag ich, komm, vertrau mir, gib mir ein Euro und dann sagen die, okay, hier, weil natürlich in meinem Kiez kennen mich die Leute auch, ich wohne da seit 30 Jahren und dann komm, hier, Aron nimm und dann Licht aus, Nebel an, kommt Calvin Jones raus und singt dir einen Song und da stand ich dann so, bei meinem großer Bruder, mit dem ich den Kiosk auch das erste Mal gemacht, stand ich so und dachte, boah, der kleine Aron da mit 21, hätte der gewusst, dass sowas hier in dem Kiosk ist und so glücklich und du musst dir keinen Stress machen, weil früher im Kiosk immer Kredite, Miete, Steuern, ich hab gehustelt und Backshop und das drumherum und jetzt ist ja doch alles Gott sei Dank entspannter und dann dachte ich so, oh, da war ich sehr, sehr glücklich und natürlich ist es schön, du kannst machen, was du willst, mit Finchie haben wir gemacht, als er seine neue Box rausgebracht hat, wie gesagt, ey, bei uns gibt's fünf Boxen von Finch unterschrieben, hat Finch in so einer Story unterschrieben, kommt jetzt vorbei, verschenken wir, die Leute kamen angerannt, geschwitzt wie die Sauna, ja, scheiße, die Box ist weg, keine mehr da und die so voll traurig, da gibt ein Euro, kriegst ein Konzert, was, Euro bezahlt, Kiosk, Musik, Finch kommt raus, rappt für dich ein Song, geht wieder nach hinten, die Leute geflasht, rasten aus, supergeil, liebe ich total und da denke ich so, deswegen ist der Kiosk von Herzensprojekt geil, ich stand da mit 21, meine Mutter, alle haben sich Sorgen gemacht, ob es klappt und irgendwie hat es dann doch geklappt. Ich fühle, fühle ich sehr, dass du das machst, es ist auch irgendwie schön, dass man so ein paar Sachen machen kann, die jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort wirtschaftlich Sinn machen müssen. Nee, also sowieso, der Finanztipp, auch wenn du jetzt sagst, ah, du produzierst meinen YouTube-Kanal, ja, sag mal, du bist gerade fleißig, aber sag mal, du fängst an, dann produzierst du meinen YouTube-Kanal, sag ich, ey, ja klar, wenn ich es fühle, wenn ich deinen Inhalt fühle, sag ich, komm, machen wir, lass uns mal einen Monat produzieren für Videos, weil erst mal gucken, kommen wir klar, Frage 1, kommen wir beide klar, weil bringt jetzt nichts, wenn ich sage, okay Tim, ich hätte gern für den Monat pro Video einen Euro, ich kriege jetzt vier Euro, du musst rechnen, ob du die vier Euro hast und alles, weil ich sage, komm, wir lass doch erst mal machen und dann gucken wir, ob es funktioniert und dann mache ich dir, produziere einen Monat, haben Spaß, haben das fertige Produkt ja, wir müssen jetzt die Mitarbeiter bezahlen, das ist Summe X im Monat oder ich glaube an, ich sage, ey Tim, in zwei Jahren hast du als Kunde Wasser.de, da kriegst du 200.000, ich will davon denn anstatt, ich will davon 30%, so in 60 habe ich das Jahr bezahlt, das ist dann immer das Gucken, aber das ist so eben, wie oft schon Leute, komm, Aaron, lass das, lass erst mal anfangen, wir geben uns die Hand, deswegen werde ich wahrscheinlich auch oft beschissen, weil ich nie Verträge mache, wir geben uns die Hand und gucken, ob es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, ist es auch vollkommen okay und wenn es funktioniert, dann setzen wir uns hin, dann setzen wir uns hin und gucken, haben beide gute Laune, dein Kanal läuft, wie bauen wir die nächsten zwei Jahre auf. Was für dich da super wichtig, also wonach schaust du dann zum Beispiel in den Menschen? Ich muss Bock haben, ich muss Bock haben, ich habe jetzt gerade, ich saß auch, war schon bei Leroy im Podcast und da habe ich gesagt, ich liebe Handwerker eben, auch wie hier, kann ich immer nur wieder sagen und danach hat mir eine Handwerkerin, habe ich mit einer Handwerkerin geschrieben, Sandra und mit der machen wir jetzt einen YouTube-Kanal und die rennt da rum und erklärt zu Bau und dies, das und ich finde es einfach geil, ich liebe es, ich fühle es, ich habe keine Ahnung von wo, ich habe zwei linke Hände, aber es ist einfach geil und der Inhalt und der ist so weit weg von Venusmesse, Rumsteckern, Trinken, sondern du machst das und das. Ich würde gerne, wenn Michael mehr Zeit hat, mit ihm einen YouTube-Kanal zum Tod machen, so Rechtsmedizin, woran erkennt man einen Herzinfarkt, denn der macht ja auf Instagram und schneidet so ein Herz auf, sagt, guck mal, da ist jetzt rot, das ist der Infarkt und du denkst, das ist, als wenn du ein bisschen Salz aufsfleiteln, das ist der Infarkt und so war, ich liebe es total, ich würde gerne, aber die Fußballvereine raffen es nicht für so einen Fußball, so einen richtig geilen YouTube-Kanal machen, so richtig einen, wo die Fans mitgehen, die meisten machen Werbung und hier und Hertha, in meinem Verein, ich liebe die. So wie Drive to Survive bei Formel 1 mäßig. Genau, aber wenn Hertha sagt, Aro, komm hier, mach mal, mach, aber ey, du kannst auch in die Kabine gehen, kannst in die Kabine, wir haben 5-0 verloren, du kannst in die Kabine rein, ist uns egal, boah, da kannst du so geilen Content machen, da bist du so nah an den Fans dran und nicht so wie jetzt in Bayern und wie dann auf Amazon 90 Minuten oder so, sondern wirklich so regelmäßigen Content, auch so mit den Spielern mal danach regen, die Spieler regen sich ja danach am meisten auf. Wenn du so einen Kruse fragst, Dicke, du hast am Wochenende nicht gespielt, ja, voll scheiße, Mann, hat mich aufgeregt, bist gerade wieder verletzt, wie geht's dir? Da kommst du viel mehr an die Spieler dran, aber die Vereine, ich glaube, haben da noch nicht so den Mut zu. Ey, das dauert noch 5-10 Jahre, aber die Ersten, die das machen, die werden Fan-Liebchen. Ja, also deswegen das so und deswegen, es macht eben Spaß, Geschichten erzählen macht super Spaß und muss ja auch nicht immer meine sein, sondern die Geschichten von anderen ist so schön oder auch verschiedene Geschichten von verschiedenen Leuten erzählen. Zum Beispiel ich und Nico machen beide Unterhaltung, aber wenn wir beide einen Tag mit einem Tatortreiniger verbringen und auch den gleichen Tatort hätten, wäre das Video aber komplett anders, weil wir als Person Sachen anders aufnehmen, verarbeiten, unterhalten machen und deswegen feiere ich das total. Das heißt, für dich ist es wichtig, wenn du so eine Person siehst, quasi Influencer-mäßig, ob da eine interessante Geschichte zu erzählen ist? Ja. Wie ist so das Gefühl? Also was so, wie würdest du sagen, was sind so Sachen, die bei dir so ein geiles Gefühl machen? Ja, zum Beispiel Marvin ist das beste Beispiel. Marvin, ich bin mit Timo immer zu messen und war schon professioneller, Marvin war auch bei jedem Promi-Event immer neben uns. Seine Frau hat Kamera gemacht, ich weiß ja selbst, was das für Kosten sind, überall hinzufahren, links dann. Bei ihm, ich sage, ey, Timo, ey, der ist immer da, der will es. Das Problem ist ja auch, viele wollen es. Ich kenne so viele, die sagen, ja, Aaron, wie Insta Aaron, ich bin genauso lustig wie du, lass mal ein Video drehen. Wenn du genauso wie wärst wie ich, hättest du mir einen Link schicken und sagen, hier ist mein YouTube-Kanal, ich habe schon 100 Videos drauf, aber der Knick fehlt, dass es abgeht, hochgeknickt, dass es vertikal geht. Geht gerade so, aber wir müssen einmal hoch. Und deswegen ist es, glaube ich, so, bei Marvin war es eben auch so und dann hatte Marvin kein Team. Und dann muss man sagen, das kannst du keinem erzählen, ich habe mich mit Marvin getroffen, so, wir haben uns kennengelernt und ich habe zu Marvin gesagt, so, guck mal, wir brauchen bei Herr Aaron Hilfe, ich habe noch die Agentur, du kannst in der Agentur arbeiten, machst da Agenturarbeit, lernst das Business kennen, Kampagnen verhandeln, Kunden reden, andere Talents und machst noch bei Herr Aaron mit, noch einen Nebenjob. Bei einer Agentur verdienst du das, bei Herr Aaron, damals 450 noch. Dann wollte er nicht. Nee, ich gehe zu einer Facebook-Agentur, drei Monate später hat er mich dann irgendwie so mal, tolles Video, und dann kam wieder ins Gespräch, gesagt, willst du jetzt kommen? Okay, dann kam er, Marvin Wildhage, hat in der Agentur angefangen und hat damals für Jennifer Saro, der jetzt Bachelor-at war, die Videos geschnitten. Hat nicht rumgeheult, gar nicht sein Content, hat das Beste gegeben, hat Videos geschnitten. Hat Marvin, Marvin, ich kann da nicht, kannst du Rons Musikvideo machen? Ja, okay, hat er gemacht. Marvin, hast du eine Idee für Aaron? Und dann, ey Aaron, guck mal, ich will mich bei Hannover einschleusen. Ja, mach mal. Dann hat er das gemacht, hat das Video fertig, hat O-Töne schon aufgenommen, ich so ganz schlimm, drehen wir nochmal neu. Dann saß ich mit Marvin da, okay, das, das. Marvin Woltz, heult null rum, null, null, 0,0. Wirklich, der erste Dreh bei ihm war, glaube ich, da haben wir für ein Venus-Video Pounderstellerin auf einer Drehscheibe vom Grünen gehabt und haben es für die Venus produziert. Das ist, glaube ich, für einen Mann ein super erster Drehtag. Aber nicht, klar, mach ich, Vollgas, hauen wir raus. Nie rum, komm, wir fahren nachts noch da in was drin, immer dabei. Und dann, Aaron, guck mal, ich will das machen, was können wir da machen? Haidu Hype, hat er die so ein bisschen die Idee gehabt. Ja, komm, lass es so machen, denn umgib dich mit dem, was du sein willst. Und Marvin, bup, jetzt ist er bei 700, 800.000, die nächsten Video-Ideen stehen. Er könnte mehr machen. Er ist zu perfektionistisch. Ich sage ganz oft, du kannst nicht immer mehr, 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 Joko und Klaas. Mir hat, glaube ich, das war Klaas mal gesagt, irgendwann müsste ich mich ja mit Joko umbringen. Es muss auch mal wieder runtergehen. Und dann kannst du wieder das Level aufbauen. Das ist vollkommen okay. Und deswegen, so ein Marvin ist das beste Beispiel. Also Marvin, denn Lara, jetzt die im Kiosk arbeitet, sieht gut aus, kann vor der Kamera reden. Dann von mir die Frage, ja okay, dass wir deine Krankenkasse bezahlen, bis du davon leben kannst, alles, würdest du im Kiosk arbeiten? Ja, sofort. Nicht rumgeholt. Ja, ich arbeite im Kiosk. Ich habe es mal jemand anders angeboten, ich sehe mich nicht so im Verkauf. Aber wenn du nicht bereit bist, diese Meter zu gehen, um dein Ziel zu erreichen, bist du nicht, dann wird es nie was. Dann wird es nie was. Oder auch, wie viele, ich kenne die noch normal, wie viele Ärzte es gibt, die Ärzte sind und Ärzte Influencer und noch ihren Content nach der Schicht machen, erzählen darüber. Ist ja nicht so, dass der Ärzte sagt, warte mal mit deinem Herzinfarkt, ich mache die Story. der rettet den Leben und macht dann noch seinen Content. Der hat einen Zweitjob. Und deswegen finde ich eben, du musst den Weg gehen. Die Jungs von Weltweit Wohnzimmer, die wollten es auch, die haben den Biss gehabt, die haben bei Ende Mohl, glaube ich, noch andere Kanäle produziert, haben Scheiße gefressen ohne Ende, irgendwann war Ende Mohl zu, die wussten nicht, wie es weitergeht. Dann haben sie, glaube ich, aus eigenem Antrieb Weltweit Wohnzimmer weitergemacht. Dann kam Funk und dann ist durch. Aber dieses so unbedingt wollen, Risiken eingehen und ich glaube, das brauchst du am meisten. Das brauchst du am meisten und eine realistische Selbsteinschätzung. Viele denken ja, ich bin der Stefan Raab, komm raus und mach Witze und den Einzigen, den ich erlebt habe, der wirklich rauskommt und performt, ist Knossi aus dem deutschen Raum. Knossi gibst du einen Mann im Ohr, geh raus, spreche alles nach, was ich sage, habe ich so aus Ecken gehört. Knossi performt. Aber das musst du ja auch lernen. Markus Lanz, die ersten Jahre, der hat ja zwei In-Ears. Ja, wieso zwei? Einen so mit, guck mal, Kamera da, da, so und so lange und dann noch jemand, die Geschichte hat sich so gern, der Markus Heidemanns, mit dem ich eben so gut befreundet bin und die Firma habe, der hat mich dann irgendwann mal eingeladen und meinte, Aaron, komm mal zu Lanz und so, wir mögen uns ja alle und dann saß ich in der Regie und dann sagt er, guck mal, wenn ich den Knopf drücke, hört mich Markus. Bei beiden Markus Heidemanns ist es so ein bisschen verwöhnt, dass man sagt immer, wenn ich den Knopf drücke, hört mich Lanz. Der hat die ganze Sendung den Knopf gedrückt. Der saß so da, aber hat nebenbei mit anderen, ja, Pauli hat gestern 4-0 gespielt. Ich dachte, wie kriegt Lanz das hin? Und deswegen ist ja, kennst du, wenn manche In-Ears haben, dann manchmal auch so, lachen sie einfach, weil irgendeiner in ihr irgendeine Scheiße erzählt hat. Ja, auch Jochen Schropp, der Promi-Vic-Baza moderiert, der dir die Schuhe fährt, heißt Marc Achterberger, der ist ein Comedian. Der macht blöde Witze, Jochen Schropp aufs Ohr und der moderiert gerade, so, Tim, du fliegst jetzt raus, weil alle mögen dich und im Haus nicht und dem Bein macht er irgendeinen blöden Witz. Also deswegen, das musst du lernen und können, aber das ist eine Geschichte, die dauert und das kann nur Knossi, so, als ich Knossi erlebt habe, der es sofort hingekriegt hat. Und selbst Lanz saß am Anfang immer so da und dann, Tim, hat er eine Info gekriegt? Irgendwie, Tim Gabel mag gern Socken. Socken magst du also. Und weißt du, und Knossi ist da wirklich echt stark drin. Aber wieso drückt er bei Lanz auf den Knopf, wenn er da random schüttt redet? Das habe ich ihn nicht gefragt, weil er ihm dann auch ein paar Infos gekriegt hat. Manchmal kommen ja dann so Infos, frag mal da nochmal nach. Oder dann sagt Tim Gabel, ich habe doch letztens, äh, bei Lanz meistens Politik, ja, ich fahre doch alles nur mit Auto. Und da sitzt einer Google und sagt, äh, nee, der ist jetzt letztens nach, äh, äh, Neuseeland geflogen im Urlaub. Aber er ist doch nach Neuseeland geflogen. Also weißt du, das ist ja eine riesen Gang dahinter. Ah, okay, krass. Also stell dir vor, ich würde hier sitzen mit einem Knopf im Ohr noch und dann üff. Ja, das ist ja auch bei den ganzen Sendungen, äh, das war letztens, das hast du, oh, das war so peinlich bei Love Island, hast du den Mann im Ohr, da war das Mikrofon, Silvie Meiss, zu nah dran. Und war so, hallo Tim, hallo Tim, du fliegst, du fliegst, heute, heute, das war richtig künkt. Echt? Also sie hat wirklich jedes Wort, meistens kriegst du darüber ja nur Infos. Nur Infos. Da gibt es dir jemand, was vorsagt, also du musst als Moderator irgendwas machen können. Ich sag dazu nichts, aber das ging auf TikTok viral. Und meistens kriegst du nur Infos, so, ja, keine Ahnung, die haben abgestimmt, Nico fliegt raus, 43 Prozent, du, aktuelle Infos kriegst du da rein. Oder Sportmoderatoren kriegen aufs Ohr, ey, nee, Müller spielt doch nicht, der wurde gerade auf der Ausstellung genommen. Oder was auch immer. Okay, okay. Also, nee, Infos verstehe ich, aber jetzt, dass jemand da Wort für Wort was... Naja, je nachdem, wer vor der Kamera steht. Krass. Das ist schon krass. Aber, ey, das mit dem Entertainen und so, also, und diesem Künstler-Dasein, ich finde das, ich finde das also interessant, was du da ansprichst, weil, ähm, so ein Knossi, der ist geisteskrank. Aber Knossi ist die lang aufgebauteste Karriere aller Zeiten. Der macht es doch echt lange. Ja, aber auch der, der ist in die ganzen komischen Gerichtsseiten. Knossi wollte es. Und der wollte es schon richtig böse. Also, Knossi war es schon so, wenn ich zwischendurch Knossis Mama gewesen wäre, die eine Liebe ist, hätte gesagt, ey, Jens, beruhig dich mal. Der wollte wirklich richtig. Marvin wollte auch. Ich will auch. Es gibt eben Leute, die wollen. Und es gibt ganz viele Leute, die denken, sie wollen. Und dann kommt das erst mal her. Heute müsstest du aber 19 Uhr ein bisschen länger machen. Oh, wirklich? Oh, nee. Und dann gibt es Knossi. Ja, und dann gibt es Knossi. Aber dann gibt es auch so, ja, so ein Dreh. Ja, ich will YouTube-Videos machen. Ja, was denn für ein Video? Ja, da sollen die, so eine Quizshow. Okay, wo kriegen wir einen Buzzer her? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, müssen wir raussuchen. Also weißt du, so dieses Drumherum, das unterschätzen alle. Ja, das unterschätzen echt alle. Also alle gucken sich die Videos an und so, aber keine Ahnung, also das ist halt so der einfachste Filter überhaupt. Also ich glaube, ich glaube, was man in dem Job wirklich braucht, vor allem heute, das war früher ein bisschen anders, früher hattest du sehr viel von diesen Peaks und du dachtest dann, okay, du musst jetzt gut aussehen, du musst übel charismatisch, also das war so, man dachte, man braucht so voll viel Talent. Ja. Checkst du, was ich meine? Und ich glaube halt, dass in dem Job, ich bin jetzt, ich bin auch was ganz anderes, also ich könnte niemals, also so, oder ich wäre in dem, was du machst, super scheiße, aber ich glaube, du brauchst einfach so, du brauchst eine brutale Ausdauer in dem Job. Also mit brutaler Ausdauer meine ich halt, du brauchst auf der einen Seite Leidenschaften, auf der anderen Seite musst du einfach richtig viel scheiße fressen können, Alter. Ob dir dann jetzt irgendjemand sagt, oh ey, der soll gecancelt werden, weil der in dem und dem Video irgendeinen Scheiß gesagt hat, was dir nicht passt, dann nagt das in deinem Kopf, ob es Kommentare sind oder ob es mal eine Content-Flaute ist oder du dich mal neu erfinden musst. Was mir schon passiert ist, WWE haben wir drüber geredet, ich sollte mal den deutschen Kanal moderieren. Ja. Und dann kamen aber gerade Venus-Videos. Da haben die Amis den Erotik-Content gesehen. Das ist mir übel empfindlich. Ich bin in München gelandet, zum ersten Dreh, guck auf mein Handy, Aaron, abgesagt, hier ist dein Rückflug. Krass. Bin raus aus dem Termin, zurückgeflogen. Haben sie mich rausgekickt. Ist natürlich, mach dich fix und fertig. Es gab mal drei Monate, da habe ich jeden Tag 100 Abos verloren. Und da fragst du alles, da musst du eben, mittlerweile, und da kam wieder der Markus Wolter, sag ich, ich habe zwei Millionen verbrannt. Sag ich so, ja okay, gehört dazu, kommen eben die Peaks. Du kannst sie auch raussuchen, wann die Peaks kommen und planen. Aber es ist eben, du frisst so viel Scheiß und du musst dich auch aufbauen. Ich dachte ja damals mit 17 bei meinen Bewerbungsvideos, ich bin schon Olli Pocher und ich kann genau das Gleiche. Funktioniert nicht. Ich glaube jemand, der echt viel Potenzial hatte, und war Luke Mockwitsch. Ja, dann kam die ganze andere Geschichte und die hat eben leider, jetzt gehen wir nicht auf die Geschichte ein, aber... Aber was meinst du mit hatte? Na, hat der immer noch. Aber jetzt ist natürlich... Ja, krass, die Comedien in Deutschland sowas zahlen. Super Comedien, mega, alles gut. Aber dann kam diese, hat er mir leider, als es so geknallt hat bei ihm, habe ich ihm geschrieben, ey krass, was da gerade abgeht, hat er nie drauf geantwortet, Herzburg, weil eben, ey, aber gut, das Thema will ich gar nicht aufmachen, aber ich glaube, in den zwei, drei Jahren, wo er sich zurückgezogen hätte, der würde jetzt vielleicht das machen. Und das in dem jungen Alter, muss man ja sagen. Der Penner hat ja auch das perfekte Gehör. Der hört eine Melodie, der kann auch wie diese TikToks, die ich liebe, wo einer so am Flughafen, am Klavier spielt und kommt einer, kannst du das spielen? Und dann rastet der, das kann der alles. Und der hat eben richtig krass Talent. Ich habe ja kein Talent, ich kann nur ein bisschen reden. Aber Luke Mockwitsch, ich dachte immer, der nimmt TV total. Profis jetzt super, aber ich dachte immer, Luke macht's. Ja, das ist schon krass, wie so Sachen, auch die Karriere dann... War auch bei mir mal, das war... Was war bei dir? Kiosk, Kiosk. Naja, es gibt ja... So, ich weiß, nicht jeder findet meine Witze gut, brauchen wir gar nicht drüber reden. So eine Saschka hasst mich ja auch total. Und es gibt... Du kannst nicht ihm gefallen, vollkommen okay. Und dann gibt's aber Leute, die wollen ja aus allem Skandal machen. Aus allem. So, dann machst du mal einen bösen Witz, oh, wie kann er den machen? Oh, und das nervt mich heutzutage so. Und dann war's so beim Kiosk, der Kiosk sollte losgehen. Und dann gab's irgendeine Gruppe, die hat so meine bösesten Witze zusammengeschnitten. So böse Witze, ich gucke rüber, denke so, ja, ist eben so. Und manche sind wirklich lustig auch. Also ich fand das Video nicht mal schlimm. Das ist eben mein Content und ich steh dazu. Aber die haben's sehr komisch zusammengeschnitten und dann so ein bisschen versucht zu spreaden. Und ich weiß, in den Kiosk wollte damals groß Coke einsteigen. Die hatten Interesse. Über die Agentur haben die gesagt, ey, Halloween ist bald, ihr fangt jetzt an, lass mit Fanta was riesengroß machen. Und dann kam dieses Video und alle anderen waren auch voll entspannt. Und dann hat aber die Agentur, die Mitarbeiterin geschrieben, so, wir sagen jetzt einmal ab, weil mit Menschen wie dir wollen wir nicht arbeiten. Oh, Menschen wie dir. Das ist immer die tollste Formulierung. Ey, wenn die geschrieben hätten, ey, Aaron, wir haben das Video gesehen, finden wir nicht cool. Das ist gerade ein scheiß Zeitpunkt, weil du einen Shitstorm hast. Nee, also auch dieses so, wir setzen gerade aus, weil es einen Shitstorm hat, mag ich gar nicht. Ich habe mit Gewitter im Kopf gedreht, als alle sauer waren wegen diesem Opa-Ding. Und so dieses, wenn ich jemanden mag, drehe ich egal, wie der Shitstorm gerade ist, dann stehe ich an seiner Seite. Aber so, ey, Aaron, wir haben das Video gesehen, fühlen wir nicht. Komm, wir lassen es sein. Weißt du, so, passiert, hat ja nichts mit dir zu tun, ist jetzt gerade so da, ey, so nett, sagen, okay, passt nicht. Aber so dieses, so mit Menschen wie dir und diesem Humor wollen wir nichts zu tun haben. Vor zwei Wochen aber schon noch. Ja, vor zwei Wochen noch, jetzt nicht, weil dieses Video so zusammengeschnitten wurde und heute zur ganzen mit KI und ich könnte aus allem, ich könnte es, wenn du dich hinsetzt, aus allen Idioten schneiden. Was ist da so sinngemäß rübergekommen? Ach, auf der Venus, na, mit wie vielen Männern hattest du schon Sex? Ah, so viel, ha, ha, ha. Also auch gar, ich fand es gar nicht schlimm, muss man sagen. Und, äh, also auch das, das hat auch kaum Views und so, weißt, das ist eben mein, dann war da vielleicht auch Randgruppen, Witze mit Randgruppen, denn, äh, wenn ich da jemanden erschrocken hab, auch böse Witze, ey, Bella, ey, äh, Kiso, einen, den ich immer witzig find, äh, Kiso kommt, ich mach ja viel mit dem Überraschungseffekt. Dann kommst du an, sagst, hey, na, Aaron, ich sag, ey, da sag ich, schönes Kleid, du sagst, danke, ich sag, sieht nuttig aus, aber schön. Und du, ah, ja, ja, und damit spiele ich eben und das haben die mit alles zusammengeschnitten, ich fand das Video auch nicht schlimm, aber in diesem, so mit Menschen wie dir wollen wir nicht arbeiten, weil denen mein Humor nicht gefällt, ist auch vollkommen okay, aber seitdem arbeite ich nicht mehr mit Coca-Cola, gar nicht. Die haben dann beim Kiosk abgesackt und alles und davor hatten wir ein echt gutes Verhältnis, die Coke-Chefin eine ganz Liebe und so, aber die aus der Agentur hat das damals geschrieben und da hab ich gesagt, okay, wir verkaufen auch im Kiosk keine Cola-Produkte, ist schwer, weil die ja echt krasses Sortiment haben, aber dann gibt's eben Pepsi, ist doch gar kein Problem, gibt's Pepsi, gibt's bunter Bär-Cola, gibt's so viel Fritz-Cola und das ist eben so, ist mir auch auf die Füße gefallen, weil es wäre ein Riesending für den Kiosk gewesen, ein Riesending, auf die Füße gefallen, Lerneffekt, aber da musst du dir treu bleiben und wie du meinst, auch dieses gut aussehen, ich hatte früher, da hab ich viel Greenscreen gemacht, da sitzt du eben in so einer grünen Kabine, tausend Lampen, sauheiß und dann guckst du Videos an und lachst drüber und Dingsbums und ich war super eitel, immer Haare müssen natürlich sehen und dann sitzt du da und ich bin so ein Schnellschwitzer, ich laufe hier im Büro die Treppe hoch und schwitze wie ein Bär und dann sitzt du da und denkst, oh du fängst mich an zu schwitzen, oh scheiße, dann fängt es ja hier so an und irgendwann ist ja bei mir meistens die Mickey Maus da, so hier oben und dann hier am Bauch, wenn du joggst und so und dann sitze ich da in dem Greenscreen und dachte so, hm, jetzt schwitzt du, dann regst du dich auf, dass du schwitzt, schwitzt dadurch noch mehr und dann hab ich mir zweimal Botox in die Achsel spritzen lassen, was? Dann kommt der Schweiß übrigens woanders raus, kann ich keinen empfehlen. Wo? Ich hatte danach beim Sport so ein Arschwasser, das war so jenseits von Mut und Börse und dann hab ich damit, das geht dann auch nach sechs Monaten wieder weg und dann ist gut und dann werde ich nie vergessen, auch da Olli Pocher. Ich bin mit Olli Pocher in so einem Quizformat, Pocher kommt immer kurz vor knapp, Format geht 20 Uhr los, der kommt 1955 an. Pocher kommt an, dann begrüßt uns und ich mag ihn ja wirklich sehr und dann sagt er so zu der einen Mitarbeiter, oh ich hab noch so einen Hunger, habt ihr irgendwas da? Und die so, warte, ich hol dir ein Brötchen vom Catering. Dann hat die ihm so ein, Avocado, Käse, Tomatenbrötchen geholt und Olli Pocher beißt in das Brötchen rein und die Tomate explodiert. So flatsch! Und er hat auf einmal so auf so einem T-Shirt wie ich überall Punkte und alle so, oh, willst du dich umziehen und Pocher? Ist doch egal und geht in die Sendung rein. Geil, wie abgefuckt kann man sein? Scheiß auf alles, ich geh da rein. Und dann hat er mich an dem Tag auch, ich hatte ihn davor, waren wir bei mir im Quizformat, da hab ich ihn rasiert, an dem Tag hat er mich so zerrissen und ich sag mir so, man, du Tomaten-T-Shirt, aber Bombe. Und dieses, das hab ich mir als Beispiel genommen, so dieses so, flatsch, alles, scheißegal, was sollen die Leute denken? Muss ich doch auch nicht zur Hochzeit einladen oder sonst was. Ja. Und da, das hab ich auch mal gelernt, das erzähl ich am liebsten, du kriegst ja immer einen Shitstorm. Ich hab mal für die Bundeszentrale für politische Bildung und Werbung gemacht, Thema Fund. Ich liebe Fund. Okay. Fund ist einfach gut, wenn du so im Ausland bist, die ganzen Flaschen rum, ob sie jetzt wirksam ist, das lassen wir mal alles, aber, ey, wenn du in Spanien, Malle bist, überall liegen Dosenflaschen rum, scheiße. Weißt du, in Deutschland liegt's nicht mehr rum, wenn, nimmt's einer und gibt's ab, auch schön. Und deswegen mag ich Fund. Aber es gibt auch eine Anti-Fan-Flaschen-Lobby. Es gibt so Leute, die fangen Fundflaschen doof. Und dann hab ich dieses Video gemacht und da hat mir einer einen Text geschrieben und mich beleidigt, wie ich für Fundflaschen wärmen kann. Da hab ich so mitgekriegt, du kannst, glaube ich, so eine Babyrobbe von Öl befreien, weil so ein Tanker, und jemand würde dich voll pibbeln, so von wegen, oh, die hätte ich halt schick mit Nugget gewollt oder so. Also deswegen ist so, du kannst so gut sein, wie du willst. Ich muss ja auch sagen, klar, viele sagen bei so Firmen Greenwashing und so, aber wenn du eben, ey, viele Firmen geben sich auch mittlerweile echt Mühe und du, äh... Ja, die Anforderungen sind auch voll krass geworden von uns Menschen mittlerweile. Von allen. Ich werd nie vergessen, ich war mal bei Fridays for Future und hab so einen Idoten-Test gemacht. Und da die Hälfte bei Fridays for Future wollen einfach nur freitags schulfrei haben und saufen. Und dann hab ich so einen alten Opa, der hat mitdemonstriert und ich sag, Mensch, und? Er sagt so, ja, meine Generation und ich haben ja dazu beitragen, dass es grad so scheiße ist. Ich sag, ja, und wir kommen nicht schnell genug hinterher. Und er so, ja, kommen wir nicht, aber der Weg ist das Ziel. Wenn jeder einfach sich ein bisschen Mühe gibt, dann wird's schon besser und dann wird's immer, 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 immer besser und dann irgendwann ist es vielleicht perfekt. Meinte ich so wirklich, er so, nee, aber wir geben uns einfach alle Mühe. Weil perfekt wird's nie sein, es gibt ja immer Leute, die meckern. Aber den Mann fand ich eben so toll, die so, ey, komm, wir geben uns einfach Mühe und ich hab die Scheiße mitfabriziert und fertig ist. Ja, ey, ich find, ich find vor allem so in eurem Job so dieses ganze Comedian, Entertainer-Ding, Alter, wenn du da kommst mit so moralischen Maßstäben und diesem gesamten Humor, also Humor muss doch auch irgendwo das sein, was so über diesen Sachen schwebt, Alter, also ich find's wichtig, dass du dich über alles lustig machen kannst, meine Meinung. Deswegen, also bin ich auch. Klar, gibt's irgendwo geschmacklosen Humor oder so, aber. Ja, und geschmacklosen Humor versuch ich eigentlich nicht zu haben. Und wenn du den aber auch einmal machst oder hast, heißt es ja nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, sondern es heißt, dass du einen schlechten Witz gemacht hast. Genau, du bist so, wie ein Fußballer, du schießt hundertmal aufs Tor, davon gehen auch mal ein paar rüber und mal gehen ein paar so weit weg, dass alle denken, wow, der ist Stürmer. Ist eben so, wenn du dauerhaft schießt, geht was daneben und ja, ist vollkommen okay, bin ich entspannt mit. Ne, muss ich sagen, es war eine Zeit ein bisschen anstrengend, aber ich find's gut, es hat sich gebessert, es hat sich schon gebessert jetzt so in der letzten Zeit. Ja, aber die, die fanden eigentlich, dass es so hart war und ey, die sind jetzt traurig, dass es hier wieder alles entspannt. Weißt du, also eine Zeit lang konntest du ja gar keinen Witz mehr machen. Ja, aber das, das wird jetzt gerade wieder entspannt, weil alle sagen, habt euch mal nicht so, ist Humor, nehmt euch mal alle nicht so ernst und wir haben weitaus schlimmere Probleme als irgendwie die ganzen Sachen, die wir gerade haben. Aber ja, ach, was wollen wir machen? Ich find das gut, also ey, den muss man auch irgendwo entladen, deswegen, also man guckt sich, ey, ganz ehrlich, das gucken die meisten Leute an, lachen sich da kaputt und wenn es dann zwei Witzige gibt, die drüber waren, dann müssen wir uns jetzt hier auch nicht mit der Hexenjacke anfangen und sagen, yo, cancel den und weg mit dem und das sagt über den das und das aus und das halt ein, was weiß ich, Nazi-Ausländer, hassender oder diskriminierendes Stück Scheiße ist und bla bla bla, das ist auch so, immer muss man echt aufpassen mit diesen Witzen, so, yo, der Witz ist jetzt heiß, der meint es ernst oder das ist die Wahrheit, also so, ne, so denkt der und so, das ist echt so, lass mal ein Witz ein Witz sein. Und definitiv, deswegen, und ich habe ja auch, glaube ich, ein, zwei Videos runtergenommen, weil ich die nicht mehr so gut fand. Was, was, wieso? Also, was war das so? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Fandst du es drüber oder? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, drüber eigentlich selten. Boah, ich weiß, vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Also, hast du irgendein Beispiel? Nee, eigentlich gar nicht. Aber ich fand letztens gut, Bulli Herbig hat es gesagt, die ersten drei Staffeln Bulli-Parade kannst du nicht mal gucken, weil er sie nicht mehr fühlt. Trotzdem, glaube ich, bereut er sie nicht, sie gemacht zu haben. Damals hast du einfach noch andere Witze gemacht. Weißt du, und dann ist er auch vollkommen okay. Ich glaube, Studis Manitur sagt ja auch, würde er jetzt heutzutage anders produzieren. Aber das gehört ja dazu. Trotzdem Bombenfilmen. Und wenn sich da alle nicht so ernst nehmen und sagen, komm, gehen wir mal ran, ist doch okay. Ja, 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 voll. Und ich glaube, das ist ja auch normal so als Künstler, dass du dann irgendwann da gar keinen Bock mehr drauf hast. Also, so auf das, was du halt gemacht hast vor 10, 20 Jahren, da wächst ja irgendwie raus. Deswegen, und das war beim Kanal eben auch diese gute Entwicklung. Wir haben natürlich sehr laut angefangen bei Herr Aaron. Messen, Pöbeln, Stänkern. Nie Werbekunden gehabt, ganz schwer. Wieso hast du keinen Bock mehr drauf? Weil, A, alle versuchen, auch witzig zu sein. Ach so, weil die dich jetzt kennen und dann schon so ein bisschen. Ja, ja, das. Ich habe auch keine Lust mehr. Die Leute sind so durchgecastet, finde ich, auf der Straße, weil jeder macht es mittlerweile, ich war noch auf YouTube, im TV hat es immer gemacht, aber nicht viele. Ich war auf YouTube, in meinen Augen einer der Ersten, der rausgegangen ist, Interviews gemacht hat. Mittlerweile jeder, der ein Mikro-Handy-Hop und ein anderer Film mit Handy macht, und ich fühle, die Leute sind abgefuckt und durchgecastet und darauf habe ich keinen Bock mehr. Früher hast du die angesprochen, die haben Bock auf Interviews gehabt oder waren eben richtig pumpig, was auch wieder lustig war, aber heutzutage so fühle ich es gar nicht mehr, muss ich sagen. Also, man muss auch sagen, auf die Leute zugehen, ist natürlich jedes Mal eine Überwindung. Ich treffe mich ja ganz gerne mit Leuten, die ich einfach geil finde. Ich habe mich letztens mit Thomas Heise getroffen. Thomas Heise und Klaas Mayer Heuer sind die, die für Spiegel-TV hingehen und sagen, na, Herr Gabel, wo ist denn die Goldmünze? Aber um dich herum stehen noch 30 andere aus deiner Gang, Insko, Nico, und das sind die, die, wer irgendwo hingeht und fragt, na, wo ist denn so die Spiegel, die krassen Spiegel-TV-Reporteure? Warum? Herr Abou-Chaker, was sagen Sie dazu? Das sind die krassen. Das habe ich gesehen, diese Dinger. Ja, das ist geil. Und mit denen, und dann sagst du eben auch, ey, guck mal, ich gehe auf dich zu und stelle dir eine Idiotentestfrage und das ist schon Überwindung. Aber ein Thomas Heise, der hingeht bei einer Verhandlung, bei Bushido und Arafat eine Frage stellt, das sind die krassen, also das ist so, und dafür habe ich Respekt, das würde ich auch niemals selbst machen, aber mit so einen Leuten treffe ich mich sehr gern. Ich habe mich auch letztens mit Nikain getroffen. Kennst du nicht die Einhorn-Crew? Nein. Kennst du nicht? Nein. Guck dir mal an, Nikain, kann man jetzt auch moralisch finden, wie man will, seitdem ich Papa bin, bin ich so krass pro Kinder. Und wenn ich irgendwas lese, was Eltern mit ihren Kindern manchmal machen, drehe ich durch. Seitdem ich so Papa bin, das Kind ist wirklich das höchste Gut. Du weißt auch, du hast ja kein Kind, du weißt gar nicht, was Sorgen und Probleme sind. Auch die Sorgen über dich und Steuern. Sobald du ein Kind hast, weißt du, was Sorgen, so wirklich sich Sorgen machen. Man hat es für den Partner auch und dann denkt man so, ich mache mir meine Frau, mein Mann ist im Urlaub da und da, ich mache mir voll Sorgen und dem wird es gut gehen oder sie läuft heute Nacht alleine nach Hause. Das sind schon schlimme Sorgen, aber sobald du ein Kind hast, hast du nur Sorgen. Immer. Aber es ist das Schönste der Welt und eben dadurch, ich bin so ein richtiger Vollblutpapa und bei Kindern hört eben bei mir immer der Spaß aus und Nikkei schnappt sich eben so mit seiner Einhuhn-Crew so die Männer, die nicht so gut zu Kindern sind und es verdient haben. Aber viele finden es eben krass, wie kann man Leute so, das sind eben der, also der Haupttitel ist die Pädohunters. Ah, okay. Okay, okay, okay. Krass. Und deswegen, und da treffe ich mich natürlich auch mit dem, weil ich sage so, ey, mich würde mal interessieren, wie produziert ihr das denn überhaupt? Wie macht ihr das? Und mich interessiert bei voll vielen Sachen, wie die Leute das machen. Wenn man mit wie vielen Leuten ich schon da saß und nette Abendessen hatte und einfach so, ey, wir lernen uns kennen und quatschen mal über Sachen und erzähl mir mal, wie du das gemacht hast, wie du das. Und dann haben die eben auch Fragen an mich, ey, wie macht ihr das? Und da geht es dann eben wirklich von Nikkei mit dem Pädohunters bis Thomas Heise, der die Abou-Chakas bei Spiegel TV macht, bis eben, keine Ahnung, ein Knossi, der sagt, ey, Seven vs. White, irgendwas. Was würdest du sagen so in Deutschland so für dich so die Top Ten, was jetzt nicht nur so Entertainer angeht, aber so von Persönlichkeiten, die so krassen Impact haben auf dich oder wo du sagst, ey, die sind auf irgendeinem Level für dich richtig krass? Also da würde ich schon ganz oben mit Klaas Mayer-Heuer und Thomas Heise setzen, eben diese Reportagen sind unglaublich, du musst die Eier haben, was die da draußen senden. Ja, das ist crazy. Also es ist wirklich, den Beinen kann ich nur empfehlen, also wirklich ganz toll. Also die bezahlen mit ruhigem Schlaf? Ja. Also wie meinst du, die bezahlen mit ruhigem Schlaf? Ja, ich glaube nicht, dass die so gut easy pennen können. Nein, nein, das ist krass, dann sitzt du eben mit dem da und sagst so, ey, wie findest du denn das? Also wie findest du, also ich weiß jetzt, was du meinst, jetzt verstehe ich, du sitzt mit dem da und sagst, ey Leute, wie findest du denn die anderen? Und dann sagt der, naja, ganz ehrlich, die scheißen sich doch alle gegenseitig bei uns an, die Clans. Der eine Clan schreibt, ey, guck mal, das waren wir nicht, das waren die und die. Und wir waren das, ich hoffe, Thomas, ey, wenn du wirst nicht so, wir waren erst in der Zeit, ja, jetzt wollen wir grad hier wieder, ist ja kurz am Handy. Wir wurden grad über Instagram irgendwelche Gerichtsakten angeboten, da muss ich jetzt erstmal prüfen danach, ob die, das ist echt krass, am Ende gönnen sich doch alle gegenseitig manchmal auch nicht den Dreck unter den Fingernägeln. Wer hat den größten Crew krass? Und dann scheißen die sich alle selbst an und, ähm, und wahrscheinlich sagen die dann noch auch zu denen, ey, voll geil, was ihr mit der anderen Crew gemacht habt und so, weil alle wissen diesen Respekt, wahrscheinlich wenn, ich will es nicht sagen, wenn jetzt Familie Gabel Dummheiten macht, freut sich Familie Inscope und scheißt dich an und umgedreht und alles, so weißt du. Und dann sagen sie auch zu denen, ey, geil, wie ihr das gemacht habt. Das wäre ein krass Reality-Format. Ja, ja, oder wie habt ihr das rausgekriegt, wie die an Sachen kommen, ist ja auch so krass. Hier angeboten, da, also es ist schon, die sind krass. Dann, ähm, find ich, Dr. Michael Zockes ist eben echt böse in Sachen Rechtsmedizin. So jemand, der wirklich, nachdem hatte ich nie, ich hab mit dem mehr, ich hab seine Bücher gelesen, hab den Hörbuch gehört und damals noch Marvin, ey, lass mal mit dem drehen und Marvin hat ihn angeschrieben. Dann haben wir uns getroffen und nach unseren Videodrehs haben sich wirklich 20, 25 Leute E-Mails geschrieben von wegen, der Tod von der und dem Familienmitglied kam mir komisch vor. Kannst du Dr. Zockes mal das und das fragen? Ist richtig krass. Da kam ich auch nicht mit klar und was der da macht, ist wirklich Bombe und dann noch allem drumherum. Also davor hab ich wirklich weit, sehr tiefen Respekt. Man muss immer noch sagen, für alles, was er medial und hinten drauf aufgebaut hat und wenn man dann auch in der Branche ist, Stefan Raab ist unschlagbar, glaube ich, in der Medienbranche, der hat auch diesen Abgang, der hat's hingekriegt, der geht als Legende, hatte nochmal ein Stand-up gemacht, so eine Tour kurz und ist weg und viele haben ja das Problem, sie gehen und kommen dann nochmal zurück und versauen's dann. Ja, ja, ja. Und er ist jetzt weg und ich glaube, er wird nie wiederkommen. Er wird nie wiederkommen. Nie, nie. Er produziert seine Sendung, ist da im Hintergrund. Stefan Raab wirst du, glaube ich, nie wieder vor einer Kamera sehen. Ey, ich hätte schon Bock einmal mit dem, also ob mit oder ohne Kamera, einmal so zu reden, aber... Ja, ja, das vielleicht, vielleicht sagt der geile Typ, aber das ist so stark, der weiß hake noch, wann er aufgehört hat. Er sagt so, ich bin jetzt Schluss, ich bin vorbei. Und auch so Out of No, der hat natürlich Schweinegeld verdient bei, der hat irgendwie sieben oder zehn Prozent von Werbeeinnahmen von ProSieben generiert, eine Person mit einem Gesicht und deswegen Maschine und dann einfach zu sagen, ich hör auf, ist schon stark und andere reiten im Tod. Thomas Gottschalk mit Wetten, dass, der hat nicht pünktlich aufgehört. Ich glaube, hätte er irgendwann mal gesagt, ich bin raus und komm nicht wieder, wäre seine Legenzstatus nicht so gefallen wie bei Stefan Raab. Ist das so bei ihm? Ich finde, Thomas Gottschalk hat schon gelitten, der Legenzstatus. Ja? Warum? Na, wenn du ihn mit Stefan Raab vergleichst, Stefan Raab, ich gehe auf den Zenit, Wetten, das kam leider mit Samuel Koch die Sache. Ja, das hat... Viel kaputt gemacht, aber hätte er da gesagt, ich hör auf und bin weg, dann kam Markus Lanz, hat es runter, also lief nicht so gut, aber dann nochmal zurückkommen, hätte er nicht machen müssen, in meinen Augen. Jetzt kam er wieder zurück, einzeln und jetzt sagt er, jetzt ist ja noch eine letzte, Wetten, das und dann ist Schluss. Und dann ging ich mir, ach Thomas, hast du dann auch einmal, das wäre auch ein geiles Statement gewesen, ich bin da jetzt raus und dann dieses Zurückkommen. Das, aber wer sind denn noch Legenden? Dieter Bohlen ist so einer? Dieter Bohlen fühle ich jetzt nicht so, muss ich sagen. Echt? Ja, ich fühle mir vielmehr Pedro Lombardi. Okay. Für mich ist Pedro Lombardi mehr Legende, der kennt auch alle, alle kennen Pedro. Ja. Und er ist zu allen freundlich. Ja, also der ist krass, Humble. Ja, also deswegen Pedro Lombardi, den schreibst du, den Pöpitz so, Stenker, ich Stenker, wenn Leute wüssten, wie viel ich auf Instagram einfach bei Kollegen so Stenker-Nachrichten schreibe, so auf Sorys und so. Und er immer witzig, immer lustig, deswegen ist er so in Sachen so schon für mich eine krasse Legende und immer gute Laune, immer gute Laune. Doch immer ehrlich. Oh, Gewicht läuft gerade wieder. Er so ein wirklich super Typ. Dann in Sachen Musik absolute Legende, sieh du. Also A, was der für einen Status hat, zieht es durch, wie die Leute bei dem Ausrasten. Super Typ. Als ich ihn einen Tag begleiten durfte, ist für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Der hat einen Humor, der ist super, denn alle anderen Künstler feiern ihn ja auch, muss man sagen. Also für mich gibt es so in Sachen Musik wirklich so Bombe, ist es Sido und Savas. Mit dem durfte ich letztens Tag verbringen, auch Bombe. Urgestein in Sachen Web ist für mich King Orgasmus, aber den kennt die Hälfte nicht. Aber Orgy hat Web für mich mit groß gemacht, mit Savas. aber das sind so Legenden. Natürlich kann der Dwayne Johnson jetzt kommen und ich bin Riesen-Western-Film, Dean Martin, Ricky Nelson, John Wayne, aber das sagt die Hälfte der Leute ja gar nicht so. Und natürlich für mich noch zwei riesengroße Maschinen, weil ich im Tartco-Fan bin, J.K. Rowling, Harry Potter hat mich krass und Tolkien, ich bin ja der größte Herr der Ringe, Spacko der Welt. Also ich glaube, die Geschichte habe ich noch nie erzählt. Das ist ja mein Ehring und das ist von dem Schmied, der in Neuseeland die Ringe für Herr der Ringe gemacht hat. Da habe ich meinen Ehring bestellt. Hier ist auch Elbisch drauf und ich habe ja in meiner Wohnung ist ein lebensgroßer Gollum. Herr der Ringe ist für mich so, also ich bin ja, du merkst, ich bin voll anfällig für so Sachen. Ich feiere dich. Und Herr der Ringe, Harry Potter, ich habe hier irgendwo, Mann, hier habe ich die Heiligtümer des Todes drauf. Herr der Ringe, Harry Potter, bö, ich fühle es so hardcore. Ich bin letztens ausgerastet, weil ich Max kennengelernt habe, der die Stimme von Ron Weasley ist. Boah, du bist der Geizte, ich liebe dich. Krass, krass. Ja, ich bin, ich hätte nicht gedacht, dass du so, 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 so viel. Ich bin der größte Nerd, deswegen, wenn ich jemanden Nerden nennen, darf der nicht sauer sein. Ja, aber ist doch geil. Ich finde sowas sympathisch. Ich habe Stich von Frodo zu Hause ins Schwert. Ich bin ganz schlimm. Geil, aber ich habe Herr der Ringe tatsächlich noch nie geguckt. Opfer, also das war es, die vom Podcast bepöbelt Tim, dass er nie Herr der Ringe geguckt hat. Ich nehme es mir immer vor, aber ich komme nicht dazu. Ich gucke es einmal im Jahr. Ich war bei Herr der Ringe, die Gefährten, war ich 15 Mal im Kino. Echt? 15 Mal? Boah, krass. Ich bin so, ich habe so ein Manga-Problem, also ich liebe Animes. Ich fange jetzt mit One Piece an. Ich habe die, bin ich auch direkt, ich bin, ja, geguckt, so, dann guckst du die ganzen Sachen, dann gibt es Wafi, einen YouTuber, der das super gut zusammenfasst, also kann man Wafi, bester Anime zusammenfassen, macht er so, Red Line, Blue Line, gibt es ja, ich bin ja da noch nicht so drin und gucke mir alle seine Zusammenfassung an. Leider erklärt er die Zusammenfassung manchmal mit Hinweisen auf andere Animes, die ich da nicht raffe. Ja, okay. Dann macht er so einen Witz und kichert so und du denkst so, scheiße, was hat er denn gemacht? Aber was guckst du denn, Theorie-Videos an zu One Piece, oder was? Ja, ganz alles. Was ist das One Piece, ist doch erstmal die große Frage. Ja, aber. Was ist denn das One Piece? Ey, ich wollte unbedingt, also jetzt mal hier, falls jemand zuguckt, bevor One Piece vorbei ist, will man auf jeden Fall so ein paar Leute aus diesem Anime-Space im Podcast haben. Hol Wafi, den bester Mann, der ist da so drin und ich hab eben, ey, Mann, One Piece hat wie viele Folgen? 1070 gerade, glaube ich. Ich hab so viel zu tun und bei mir war es immer so, ich weiß nicht, ob es bei dir in der Jugend war, ich hab Pokémon geguckt, Dragon Ball und dann war Fernsehzeit vorbei und dann hat Mama gesagt, bei der nächsten Werbung machst du auf und dann ging One Piece los und dann war die erste Werbung und dann hat Mama ausgemacht. Deswegen war ich bei One Piece nie so drin. Aber welche Folge bist du jetzt? Ich hab, Netflix hab ich durchgeguckt, sonst hab ich gar nicht angefangen, die Anime. Ich guck mir nur alles, ich Zusammenfassung an, sind die Filler und der ganze Scheiß ist rausgekattet. Das einzige Problem bei One Piece ist das Pacing und dass du die ersten Folgen halt durchhandeln musst. Ich wollte letztens mit Yu-Gi-Oh anfangen alles zu gucken, aber das sind ja auch die, Tim legt den eiskalten Drachen, dann, oh ich schläge den eiskalten Drachen, dann einer aus dem Publikum, nein, er legt den eiskalten Drachen, dann irgendeiner von ihm, weißt du, dann passieren so drei Sachen in einer Folge und 45 Minuten sind weg. Ja, 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 aber ich, und ich mach mich jetzt von mir liegt, ich find One Piece echt stark, aber ich muss zuerst Dragon Ball gucken, weil Dragon Ball ist, glaub ich, noch einfach. Wo bist du bei Dragon Ball? Äh, ich fang, ich hab da auch erst angefangen mit der ersten Staffel. Schickte Panimis. Son Goku kämpft gegen Tau Bai Bai und so, und Krims Pila, so, da bin ich grad, ey. Ist das, das ist doch noch Dragon, also es hat nicht mal Z. Nein, das ist noch am Anfang. Das war auch die schönste, wie Son Goku bei Meister Quitte ist und ihn fangen muss. Das war eben meine Jugend und das hab ich geguckt und jetzt muss ich auch sagen, vielleicht auch fang ich erst mit einem an, wenn das Kind groß genug ist, um es mitzumachen. Ja, das ist geil. Ja, das ist geil. Ich hab meine Freundin genötigt, One Piece zu gucken, die ist jetzt bei, die ist fast bei Folge 1000. Ja, aber boah, wie lange hat sie gebraucht? Ja, lange, aber ich hab ihr gut geholfen. Ich hab ihr gesagt, das ist jetzt shit, das musst du nicht gucken, blablabla. Ah, okay. Ja, guck, das hab ich zum Beispiel nicht, deswegen guck ich alles von Ruffy. Gerade guck ich sehr Modern Family und wo ich drauf hängen bleib, ist natürlich auch Reality. Jetzt ist gerade Sommerhaus der Stars Zeit. Okay, sowas guck ich gar nicht, aber Modern Family ist geil. Guck Sommerhaus der Stars. Wieso? Danach ist deine Beziehung alle im Team, wirklich allen. Pascal guckt, dann schreibt mir abends so Pascal, danke. Ich so, warum meinst Danke? Ja, ich hab mit meiner Freundin Sommerhaus geguckt, wir haben jetzt alle drei Folgen geguckt. Geil. Ist wirklich Sommer, also Reality, ich liebe Reality. Promi Big Boy ist für mich immer noch das beste Format aller Zeiten, wo ich mitgemacht hab. Vielleicht sogar minimal über Wer wird Millionär, obwohl Wer wird Millionär wichtiger war, aber Promi Big Boy war immer mein Traum. Ey, krass. Das wäre aber auch witzig, wenn du mal so Formate schmieden würdest, wäre auch lustig. Ja, ich kann dir nachher mal ein Trailer zu einem Format. Vielleicht hast du es auch schon gesehen. Äh, warte. Ja. Das ist das Format, oder? Ey, wir sind, Digga, ich hab, als ich es gehört hab, ich glaub, ich hab Ron so angerufen und war so, ey, Bro, machst du das wirklich? Aber das ist schon witzig. Also, er muss mir, du musst mir den Trailer zeigen, weil ich hab, Ron hat uns den gezeigt beim Sober Oktober, aber ich war nicht da und dann waren die Kameras halt so hingestellt, dass man das halt nicht auf Kamera sehen sollte. Und ja, musst du mir echt zeigen. Ja, ich bin ganz witzig, Wer. Und da? Äh, Nico? Ja. Ja, der war da. Seid ihr wirklich Freunde, Freunde, Freunde? Ja. Okay. Ich frag ja immer, ich will immer so was mitkriegen. Hey, Bro, glaubst du, ich könnte mit dem seit 8 Jahren? Habt ihr eine Firma zusammen? Seit 8 Jahren. Machen wir Nico alles 50-50. Ja, ist ja gut für dich. Der zahlt sich ja mehr ein. Ja, vielleicht. Ist doch gut. Gehört dazu. Ja, aber ich, ich muss sagen, also, da kann man sagen, was man will, aber also, hier so, wir, so, sag ich mal, unsere kleine Stuttgarter Bubble. Wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile hier? Jetzt gerade so zwischen, ich weiß, irgendwo 40, 45. Also mit allem, allem, was wir haben. Aber 45, lass es 50 sein, jetzt zum Rechnen, ja? Ja, nicht 50, aber ja. Okay, lass es, aber dann lass es 40 sein zum Rechnen. So, die wollen alle, auch ganz schlecht gerechnet, mit Sozialabgaben, und einem drumherum verdient jeder 2.000, ist jeder Kostenpunkt 2.000, was viel zu wenig wahrscheinlich ist. Ja, ja, mehr. So, wenn du jetzt rechnest, 2.000 mal 40, das heißt, du bist ja dann bei, äh, mal, äh, bei 20.000, über 120 oder so, habt ihr im Monat an Fixkosten. Ja. Die verdient ihr rein, er mit seinem, ja, ich bin Nico. Wir machen ja nicht nur, wir machen ja nur Placements. Ja, aber trotzdem, ist das kein Druck? Ja, klar ist das Druck. Über den nicht immer, so Mitarbeiterdruck, weil du, du magst ja deine Mitarbeiter, ja, und willst ja ungern sagen, du Dicki, war jetzt, äh, Dingsbums hat, Winosheet hat heute nicht bezahlt, war, war schön mit dir, weißt du, so in der Art. Ja, ja, klar, ne, ich meine, ist ja auch dieses Jahr. Winosheet zahlt immer. Winosheet zahlt immer gut. Ähm, ne, wobei, also, Digga, dieses Jahr, glaube ich, ist ja bei jedem irgendwie so, dass es ein bisschen, sag ich mal, kriegt man mit, ja, also es ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass du so weißt, nächstes Jahr wird krasser und krasser und krasser, ähm, aber, durch Ola Kala, MCI, durch die anderen Sachen noch so, die wir machen, und unsere, sag ich mal, Placement-Geschichten und Co., ähm, hat man, hat man schon was, sag ich mal, Gutes aufgebaut. Im Endeffekt, Nikos, und mein Ziel war halt nach diesen ganzen, sag ich mal, finanziellen Sachen so, wo das so ein bisschen, Aber wo es so geknallt hat, bei den finanziellen Sachen, musstet ihr Leute entlassen? Äh, tatsächlich nicht. Also wir haben, ähm, wir haben halt mit allen Leuten sozusagen, wo wir halt Geld geschuldet hätten, haben wir halt gesprochen, haben wir die Situation einfach offen erklärt, und haben dann halt geschafft, innerhalb von einem Jahr, äh, jeden zu bezahlen. Krass. Da haben wir halt wirklich, also Nikos hier gestreamt, wie ein Geisteskranker. Das stimmt. Nikos. Es gab auch wahrscheinlich Monate, wo die Mitarbeiter mit dem 2000, auch wenn sie mehr verdient haben als ihr, am Ende raus. Äh, wir haben, wir haben, zwei Uhren, glaube ich, verkauft. Krass. Eine Zeit lang. Und haben von dem Geld gelebt, die, wo wir die Uhren verkauft haben. Äh, das war unser Gehalt sozusagen. So haben halt Uhren verkauft, haben uns da quasi kein Gehalt, ausgezahlt in der Zeit, damit wir halt niemanden feuern müssen. Verbindlichkeiten und Dingsbums. Genau, genau. Haben dann gesagt, okay, gut, also, aber muss, das ist halt so das Ding. Hat Gebauer wenigstens einen guten Kurs gemacht? Wir haben, Cologne Watch haben wir verkauft. Ja, damals war noch da, ja. Doch, war gut, war guter Kurs. Vor dem habe ich auch bösen Respekt. Vor Marc? Ja. Ja, der hat es krass gemacht. Maschine. Ja. Auch so Monte, auch Sally, es gibt ganz viele, Uwe. Uwe hat es auch krass gemacht. Uwe, Sally, Monte, Marc Gebauer, Simplissimus, da gibt es so viele, die krass was hinten aufgebaut haben. Ihr eben mit eurem Kram, Trimax macht der da auch, Eli, was der da gerade überall rausstampft. Ja, Eli ist für mich ein Phänomen, Digga. Also, das ist schon. Eli ist für mich, wirklich, ich habe mit dem, der war, als er da kurz da war, jetzt Zobo Oktober, als wir gechillt haben, ich finde den Typen inspirierend. Aber sorry, dass der neben seinem ganzen Scheiß eben noch Zeit hat, zu euch zum Zobo Oktober zu kommen. Ja, Digga. Ich bin heute, gucke heute Berlin-Fußball mit zu. Digga, hast für mich 1000 Millionen Sachen. Der hat wahrscheinlich ein ganz starkes Team, aber trotzdem. Ich muss wirklich sagen, also man kann sagen, was man will, so ich habe das am Anfang alles nicht so ganz gecheckt, aber der Junge ist krass, humble, krass, anständig, korrekt, nett und für mich wirklich inspirierend. Also, ich habe es Nico, ich bin danach zu Nico gegangen und habe gesagt, ey Digga, es ist selten, dass ich so energized war und noch viel mehr Bock hatte auf meinen Job, nachdem ich mit dem Typen gechillt habe. Eli ist wirklich stark und auch super lieb, super sympathisch. Und der ist nicht so, ich weiß nicht, ich kann mich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich kann mich dann identifizieren mit so Leuten, die so ein bisschen, der ist einfach ruhig auch. Der ist nicht so, weißt du was ich meine, der ist nicht aufgesetzt, der ist nicht auf Krampf, der ist, wenn dem was nicht passt, dann nicht, dass er jetzt frech ist oder so, aber so, du siehst ihm das an. Ja, was ich eben oft habe, aber das ist auch nicht böse, ich meine, viele Influencer kommen auch nicht aus sich raus. Ja, ja. Also, wenn man sich dann so trifft und man hat eben noch nicht viel Kontakt und mit Eli, mit dem habe ich Call of Duty eine Kampagne gehabt und so, aber wir sind jetzt keine besten Freunde, er legt mich nie zum Frühstück ein und zahlt seine Wohnung auch lieber Tom Supreme als mir, aber nein, Eli dann bei Hertha sieht man sich und dann kommt man an und quatscht so, weißt du, auch mit Sydney, mit Sydney habe ich kaum Berührungspunkte, aber immer wenn wir uns sehen, sagt man sich, hallo, quatsch, nett, fein. Ja, der ist auch super korrekt. Und deswegen, aber bei Interviews stänker ich, wenn ich sie hätte, gegen sie, sie lachen und danach ist alles wieder gut und wenn sie gegen mich stänkern müssten, wollen, könnten sie es auch und ich würde es auch nicht böse nehmen. Ist schon krass. Ne Mann, also das ist, da muss ich sagen, die finde ich echt cool, also auch als ich dort war, also Niklas, Sydney und eben. Ja, Willi ist ja noch krasser. Wieso? Der ist noch Profifußballer, nebenbei macht den ganzen Scheiß. Das ist geil. Und seine Modemarke und das sind eben so Leute, die hustlen, vor denen eben nicht können und da gibt es noch so viele, eine Bella ballert auch, eine Dagi ballert, eine Paola hat ihre Marke. Also es gibt eben so viele, die krassen Shit machen und wo man es gar nicht so mitkriegt. Aber ich würde sagen, wenn ich mich, Bibi damals ja, alle haben für Bibi ausgelacht, aber es war Maschine. Die hat sich dort richtig. Aber wenn ich jetzt auf, hält der Steine mit seinen Lego, mit seinen Klemmbausteinen, seinem Lahn, allem drumherum, auch Maschine. Aber natürlich, wenn du mich jetzt sagst, wenn ich auf einen mein ganzes Geld setzen würde, wäre es Marc Gehbau oder Sallys Welt und am Ende glaube ich, würde Sallys Welt gewinnen. Was macht Sallys Welt? Kochen, Backen, die hat ihre eigenen Produkte, das, das, das und auf Sally ist Maschine. Sally ist so durchstrukturiert, so eine Maschine, aber trotzdem zuckersüß. Da würde ich auf Sally setzen. Und danach würde ich Marc Gehbau mein ganzes Geld anvertrauen. Ja? Also wenn ich so von einem mit meinem ganzen Geld Aktien kaufen muss, Platz 1 Sally, Platz 2 Marc Gehbau und Platz 3 Eli. Krass, okay. Okay, okay, okay. Ich würde Eli auch weit vorne sehen. Und guck mal, eigentlich, und jetzt denke ich, ich habe Monte vergessen. Aber jetzt muss ich sagen, ganz ehrlich, Monte, die drei rasieren dich. Ja, aber das, ich glaube, bei Monte ist es gar nicht so, dass er das nicht könnte. Ich glaube nicht, ich glaube einfach, er hat nicht den, die Lust dazu. Ich glaube, der hat es wie so, also wenn Monte mal richtig aufdrehen würde, wäre er da. Also wenn Monte wirklich, jetzt mal so, nur so Paralleluniversum, okay, also Monte so mit einem Million Level, eine Milliarde Geschäftssinn, der würde alles auseinandernehmen. Ich habe mal geträumt, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, ich habe geträumt, dass Monte seinen eigenen Cartoon so in Richtung der Simpsons hat und damit so voll viral gehe und dann immer hier, irgendwie, ich habe in meinem Traum lief tough und dann liefen nicht die Simpsons, sondern die Montes und dann war da so alles so, die Montes. Aber es macht, finde ich, ihn auch aus, dass der so irgendwie auch permanent im Abseits, aber gleichzeitig auch über den Dingen steht. Weißt du, dass er da einfach nicht, so dass er sein Ding macht. Ich glaube, das meiste Geld macht er mit seinem Joghurt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute denken, eine Monte gehört Monte. Nee, ja, das ist schon krass. Wahrscheinlich kennen echt mehr Leute Monte, als halt Monte zu, Zott. Monte Zott, stimmt. Monte Zott, ne? Zott Monte. Guck mal, das ist voll der Kopf, die du sagst, früher Monte war der Joghurt und jetzt sagst du, ja, Monte und Monte Zott. Ja, ist krass. Nein, aber das sind echt alles krasse Leute und also, wir haben schon eine fette YouTuber-Landschaft, muss man sagen, in Deutschland, aber, nee, also, das, was du gerade gefragt hast, ist, für mich ist eigentlich nur, ich will einfach so viel Asche machen, dass ich weiß, ich kann... Könntest du jetzt aufhören? Nö. Also, ich glaube, das ist immer so... Alle Mitarbeiter raus, alle Ware abverkaufen zum EK. Ja, aber was das? ja, wäre Schluss. Ja, aber das... Kannst du tausend Folgen One Piece gucken. Nein, 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 für mich, also für mich, sage ich dir ehrlich, also, guck mal, das Coole ist ja auch, dass du dadurch Erfahrungen sammelst und nochmal auf eine andere Art und Weise durch die Erfahrung mit Leuten sprechen kannst. Das finde ich echt geil und ich habe deinen Punkt sehr, 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 sehr krass gefühlt, mit, dass du halt sagst, okay, du hast dich jetzt selber halt auf eine Ebene gebracht und jetzt willst du das halt mit deinen Mitarbeitern machen, du willst das mit deinen Kollegen machen, du willst das, verstehst du, was ich meine? Ne, ich will Spaß haben und weißt du, während du redest, sagt mein Kopf, scheiße, du hast jetzt mein Nicke vergessen, Maschine. Otto, Otto, weiß ja keiner, was bei Otto alles hinter ist. Otto ist geisteskrank. Mit seinem Football-Team und ich will ja, dass er jetzt mir die amerikanischen Süßigkeiten holt mit seinem Großhandel. ja. Otto ist, ich war letztens bei ihm nach so einem harten Tag, Robert Mark-Lehmann auch krass. Mark-Lehmann, Mark-Lehmann, ach ja, ja, René, ja, auch, das sind so Maschinen und deswegen, aber trotzdem, ich bleib bei Sally. Ja? Ja. Nein, aber ey, es ist eine geile Landschaft und es ist ja auch echt viel unterschiedliche Leute. Also, ähm, nee, aber hoffen wir, dass du das nicht, also ich hoffe, dass du da auch deinen, deinen ganzen Häuser, Kiosk und dies und das, wäre ja auch geil, wenn du da noch mehr Kiosk, weil, wenn du da noch mehr Kiosk, ein Kiosk in Stuttgart, wäre schön. Ja? Ja. Da kann, kann Nico immer sein Energy bei mir kaufen. Ich weiß gar nicht, ob der Energy trinkt. Der trinkt manchmal Gönnergy halt so aus, weil es halt hier ist, aber, ja, kann ja sein Gönnergy für drei Euro bei uns im Kiosk kaufen. Ich glaube, der kriegt das von Montezo. Ach so, Scheiße. Ja, das ist, okay, ey, Freunde, falls ihr irgendwas besser gewusst habt oder Fragen habt für die zweite Runde, wenn du irgendwann in der Nähe bist, dann schreibt in die Kommentare. Und ansonsten, muss ich sagen, man hat sich von einer krass anderen Seite kennengelernt. Also ich muss sagen, ich bin gerade voll so... Freut mich. Habe ich nicht gedacht. Ja, freut mich sehr. Was soll ich sagen? Ich freue mich. Ich quatsche gern. Wir haben vom... Boah, das hat echt gedauert, bis wir zusammengekommen sind. Ja? Aber jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Jetzt gehe ich Nico besuchen, darauf freue ich mich sehr. Jetzt. Und dann viel Spaß mit der Folge, wo Aaron bei Nico ist und dann mal dort ein paar kleine Bella stich ja dann ein bisschen Alexa auf.